Phönix vor Ort Es ist eine Rede, die ein Jahr vor der Landtagswahl stattfindet und diese Landtagswahl ist für Bayern, vor allen Dingen aber für die CSU, eine sehr wichtige Wahl. Es gibt viele Krisen, die wir im Augenblick rund um die Welt haben und da wird sich Bayern nicht abkoppeln können. Das sagte Söder gestern, aber Markus Söder ist sich auch darüber im Klaren, dass da noch viel auf ihn zukommen kann, an, sagen wir mal, Herausforderungen, um es vorsichtig zu formulieren, möglicherweise auch an Krisen. Bayern sagt, er steht aber trotzdem gut da und er hat eigentlich gestern einen Vertrauensvorschuss erbeten und hat gesagt, wir werden uns um die Bürgerinnen und Bürger in Bayern kümmern und wir werden diese Krise bewältigen. Eine kleine Zusammenfassung jetzt im Folgenden. Er ist gekommen, um seiner Partei Orientierung zu geben. Die Pleite der Union bei der Bundestagswahl war schmerzhaft. Jetzt Einschwören auf die Wahl in Bayern im kommenden Jahr. Von Söders Flirt mit den Grünen ist nichts mehr übrig. In Augsburg arbeitet er sich vor allem an ihnen ab. Doch auch der Ampel insgesamt stellt Söder ein schlechtes Zeugnis aus. Alles zu spät, zu wenig, hin und her, häufig zu kurz gedacht, nur für drei, vier Monate, dann nachgebessert, ideologisch statt pragmatisch herangehen. Die Ampel ist wohl eine der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Ganz anders seine Bilanz in Bayern, findet Söder. Intensiv lobt er sich und seine Regierung verteidigt die eigene Energiepolitik gegen massive Kritik. Halt und Hoffnung wolle er bieten. Am besten trifft es Hightech und Heimat. Denn Hightech und Heimat verbindet genau die zwei Begriffe, die die Menschen emotional ansprechen. Und zwar sowohl optimistisch für die Zukunft, als auch fest verankert in der Heimat. Mehr als 90 Minuten Rede, danach langer Applaus, Eindrücke aus der Halle. Es gibt sicherlich einen Druck auf der CSU. Nächstes Jahr mit den Landtagswahlen. Und das hat man Markus Söder angemerkt. Er hat alles in die Waagschale geworfen und ich fand es eine ganz tolle Rede. Vor allem, weil er Lösungen aufgezeigt hat und nicht nur die aktuelle Situation bedauert hat und nicht schwarz gezeichnet hat. Er war auch heute ein bisschen wieder ein bisschen spitzwindiger. Ich denke, das brauchen wir gerade in der jetzigen Zeit. Im kommenden Jahr muss Markus Söder nicht nur seine eigene Partei, sondern auch die Wählerinnen und Wähler in Bayern überzeugen. Die Rede ist gut angekommen. Das war nicht nur Einzelstimmen, sondern das war hier auch insgesamt zu beobachten. Eine Rede, die so ein bisschen Ruckrede war, also die nochmal darauf hingewiesen hat, da kommen große Krisen auf uns zu. Aber wir werden das hier in Bayern bewältigen. Wir haben auch den neuen Spruch gehört. Hightech und Heimat lautet der. Wir kannten ja bisher nur Laptop und Lederhose. Also das ist der neue Spruch, der für Bayern gelten soll. Und dieses Hightech und Heimat, da ist vor allen Dingen Hightech erwähnt worden. Und Hightech bedeutet, dass Bayern weiter ein besonderer Zuzugsort für etwa große Computerfirmen ist. Das ist sicherlich eine Absicherung jetzt in dieser krisenhaften Situation. Aber man hat ja auch Bereiche der Industrie, die hervorragend funktioniert haben in den letzten Jahrzehnten. Etwa die Automobilindustrie. Und da weiß man nicht so ganz genau, wie sich das entwickeln wird. Deswegen ist da natürlich in den nächsten Monaten einiges an Herausforderungen für die Landesregierung zu bewältigen. Was uns heute auf diesem Parteitag interessiert und auch erwartet, das sagt Ihnen jetzt Konstanze Abratzke. Das mache ich sehr gerne. Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Der Parteitag, so langsam sehen Sie, fühlen sich hier die Reihen. Aber es ist bei weitem noch nicht so, dass die gut 800 Delegierten alle versammelt sind. Der Parteitag, der wird heute Morgen erst einmal einen Blick zurückwerfen. Er beginnt traditionell an einem zweiten Tag bei der CSU mit einem toten Gedenken. Und heute ganz besonders an eine Frau, an die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Das ist eine CSU-Politikerin, die viele sehr, sehr geschätzt haben wegen ihres sozialen Engagements. Und die so etwas auch für das soziale Gewissen der CSU war. Anschließend gibt es dann geistliche Worte. Eben haben Sie vielleicht schon gesehen, dass Markus Söder im Gespräch stand mit dem Bischof von Augsburg und dem Regionalbischof des Kirchenkreises Augsburg, dem katholischen und dem evangelischen Vertreter. Und danach schauen wir zurück auf die Foren, die gestern getagt haben. Die hatten ja gestern zu Beginn des Parteitages sich zusammengesetzt und hatten die wichtigen Themen geklärt, noch bevor das Plenum offiziell den Beginn des Parteitags eingeläutet hatte. Es gab ein Forum zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Natürlich, die Zeitenwende war dort der Titel, die strategische Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik zwischen den USA, zwischen China und zwischen Russland. Also wo steht dort Deutschland? Wo steht dort und positioniert sich dort auch eine Partei wie die CSU? Selbstverständlich, der Parteitag hatte ja auch begonnen mit einem Grußwort von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Ein Grußwort, das technisch schwierig zu realisieren war angesichts der Raketenangriffe von Russland auf die Infrastruktur der Ukraine und insbesondere auf die Energie- und Stromversorgung, die dazu geführt hat schon, dass also gerade in Kiew sehr viel an der Stromversorgung gespart werden muss. Also die Einschränkungen sind wahnsinnig groß, mindestens ein Drittel der Stromanlagen des Landes sind ja schon zerstört. Und in Kiew werden immer wieder für wechselnde Viertel, für mehrere Stunden der Strom abgestellt. Und Vitali Klitschko hat ein sehr eindringliches Grußwort gesendet und noch einmal geschildert, wie sehr Kiew, wie sehr die Ukrainer ums Überleben kämpfen, wie sehr sie tatsächlich hoffen, Teil der europäischen Familie zu werden. Er hat ganz eindringlich gedankt, auch für die politische Unterstützung, hat gesagt, wir brauchen noch mehr Hilfe, wir brauchen Verteidigungswaffen, keine Angriffswaffen. Und er hofft, dass es eines Tages Friedens gibt. Er hat allerdings auch von dem einen Tag gesagt, eines Tages hat er schon in das kommende Jahr verlegt. Also eine wirklich herzergreifende Rede, die den Parteitag zu Beginn auch emotional in diese Zeiten eingestimmt hat. Und verbunden mit diesem Thema, diesem großen Thema, dieser Herausforderung, dieser Zeitenwende, die es ja ist und die wir alle spüren, ist auch das zweite Forum, das sich der Energie widmet, gewidmet hat. Und Deutschlands Weg aus der Energiekrise ist es übertitelt, ideologiefrei und nachhaltig. Da hat die CSU Lösungen diskutiert und debattiert. Es gab auch Anhaltspunkte dazu, ganz klare, sowohl in der Rede von Markus Söder, als auch im Leitantrag, den die Partei dann später beschlossen hatte. Und da heißt es knapp gesagt, alles, was Energie liefert, alles, was Strom liefert, soll ans Netz. Egal, ob es nun Kernkraftwerke sind, von denen die CSU möchte, dass sie weiterlaufen. Oder Kohlekraftwerke, die weiter reaktiviert werden. Aber eben auch mit Blick in die Zukunft. Wasserstoffenergie will die CSU insbesondere in Bayern befördern. Und die CSU hat auch herausgestellt, wie grün und wie erneuerbar bereits jetzt Bayern ist, dass Bayern führend ist bei den erneuerbaren Energien. Passend zum Parteitag hat er ja auch am Donnerstag, sagt der Bayerische Landtag, beschlossen, die umstrittene Abstandsregel für Windkraftanlagen zu reduzieren. Also ein paar Ausnahmegenehmigungen zugelassen. Das ist zum Thema Energie. Wir werden die Berichte aus den Foren, wie gesagt, später hören. Das dritte Forum hat sich mit dem Thema Familie und Soziales befasst. Fokus auf Familie. Beste Bedingungen für das Rückgrat unserer Gesellschaft. Auch hier vielleicht nochmal ein Zitat aus der Rede von Markus Söder, dass er gesagt hat, wir kümmern uns um die Bayern. Wir sind diejenigen, die für euch kämpfen, die dafür sorgen, dass wir wirklich keinen Bayern, keine bayerische Familie, keinen bayerischen Menschen alleine lassen werden. Gerade in den Anträgen, die gestern Nachmittag, gestern am frühen Abend beraten wurden, war der Komplex A, also der erste Komplex, war derjenige, der sich mit der Familie beschäftigt hat. Allerdings dann auch ging es um Schule und Bildung. Und das ist das vierte Forum, über das die Partei diskutiert hat. Bildungsland Bayern, Weichenstellungen für Schule, Ausbildung und Hochschule. Bayern hält sich ja vieles darauf zugute, dass es schon sehr, sehr gut steht im Bildungsbereich, dass die Schule, eine der, wie Markus Söder in seiner Rede gestern sagte, hier sehen Sie ihn ja im Bild, wie er seine Unterlagen sortiert. Dorothee Bär umarmt dort eben gerade die anderen Mitglieder des Vorstandes. Also so langsam füllen sich die Reihen. Also Schule, Bildung ist ein wichtiges Thema für Bayern. Auch darum ging ganz lange schon eine Diskussion der Antragsberatung. Also ich wollte Ihnen eigentlich zur Tagesordnung was sagen. Das ist heute ein großer Thema des heutigen Tages, so am frühen Vormittag. Danach gibt es noch einen Bericht des Grundsatzprogrammes. Und dann gibt es einen Talk der parlamentarischen Ebenen. Vertreter von Europäischem Parlament, Bundestag und dem Landtag. Manfred Weber, Angelika Niebler, Alexander Dubrindt und Thomas Kreuzer werden dort über ihre Arbeit sprechen. Das kann ein sehr interessanter Talk werden. Oder es wird mit Sicherheit ein sehr interessanter Talk werden. Denn da kann man sehen, wie die CSU auf den verschiedenen Ebenen versucht, ihr Gewicht einzubringen. Und das ist ja durchaus unterschiedlich. Dann wird die Antragsberatung fortgesetzt. Der Parteitag hatte ja gestern so ein bisschen revoltiert, als die Tagungsleitung vorgeschlagen hatte. Naja, wir haben ja hier das alles durchgearbeitet. Wir haben ja alle diese Anträge, die vorliegen, haben wir sortiert in Zustimmung, Ablehnung oder Überweisung auf die jeweiligen parlamentarischen Ebenen. Und der Vorschlag war, dass man doch alle die Zustimmung, die mit Zustimmung markiert war, pauschal sozusagen abstimmen wollte. Und da haben die Delegierten sich vehement gegen ausgesprochen und haben gesagt, nein, wir sind ein Parteitag. Wir wollen diskutieren und wir wollen auch tatsächlich alle Anträge diskutieren. Denn wo, wenn nicht jetzt auf einem Parteitag, sollte das passieren? Deswegen hat die Antragsdiskussion weiter stattgefunden und intensiver, als die Parteitagsregie eigentlich geplant hatte. Die wird, wie gesagt, auch heute noch fortgesetzt werden und man hat sich auch darauf geeinigt. Wenn man nicht fertig werden sollte, das steht noch nicht so ganz fest heute, ein bisschen Unwägbarkeit gibt es heute auch noch bei der CSU hier in Augsburg. Dann wird es einen kleinen Parteitag geben und da werden auch die noch nicht beschlossenen oder noch nicht abgestimmten Anträge werden dann auch weiter besprochen. Ja, im Anschluss gibt es noch einen Talk über die Zusammenarbeit der Alpenländer. Dann gibt es dort werden Gäste aus Österreich und der Schweiz zusammen mit der Bayerischen Landwirtschaftsministerin sprechen. Und dann ist eine der Highlights sicherlich des heutigen Tages der Besuch von Friedrich Merz und auch seine Rede. Es ist ja gelungen, wieder Frieden zwischen den Schwesterparteien tatsächlich einkehren zu lassen. Das hatte ja schon ganz gut geklappt zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Dann gab es ja wegen der Bundestagswahl etwas, was man nun keineswegs als eine friedliche Koexistenz zwischen Armin Laschet und Markus Söder bezeichnen konnte, durchaus einiges an. Friktionen würde ich es jetzt mal einfach nennen. Also diese Unterscheidungen gab es da ja und deswegen das Grußwort von Friedrich Merz wird natürlich mit einer gewissen gespannten Aufmerksamkeit betrachtet. Aber inzwischen ist das Verhältnis so weit geklärt. Markus Söder könne sich vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr auch sicherlich nicht leisten, dass er jetzt noch einmal einen weiteren Streit mit Friedrich Merz und mit der CDU vom Zaune bricht. Es geht dann vielleicht weiter mit Antragsberatung. Wie gesagt, das müssen wir jetzt mal sehen. Der Dynamik des Parteitags ist zum Schluss schließt ein CSU-Parteitag traditionell mit drei Hymnen. Der Bayern-Hymne, der Deutschland-Hymne und der Europa-Hymne. So, soweit der Blick nach vorne. Ich schaue in die Halle und Sie sehen es mit mir. Jetzt beginnt in der Tat der Parteitag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres Parteitags der CSU in Augsburg. Nach tollen Debatten, einer starken Rede von Markus Söder, einem tollen Delegiertenabend, einer guten Stimmung, freut es mich, euch heute alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir haben gestern deutlich gemacht mit unserem Leitantrag und mit der Rede von Markus Söder, wir stehen für einen klaren Kurs durch die Krise. Wir haben deutlich gemacht, statt Ampel-Dauerstreit haben wir einen klaren Kompass, klare Vorschläge. Wir sind diejenigen, die fest an der Seite der Menschen stehen. Wir sind die Partei der Lebenswirklichkeit. Auch heute haben wir wieder spannende Inhalte und spannende Gäste. Wir werden später noch besondere Gäste begrüßen dürfen, zum Beispiel den Landeshauptmann von Südtirol Arno Kompatscher und den Vorsitzenden aus der Schweiz von Die Mitte, den Gerhard Pfister. Ich begrüße heute auch ganz herzlich für die Geistlichkeit Bischof Bertram Mayer und Regionalbischof Axel Pieper und ganz besonders herzlich auch heute wieder unseren Parteivorsitzenden Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Ich begrüße sehr herzlich die Mitglieder des Parteivorstands und unsere parlamentarischen Ebenen. Für die Landesgruppe der CSU im Bundestag den Vorsitzenden Alexander Dobrindt, für die CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer, für unsere CSU-Europagruppe unsere stellvertretende Parteivorsitzende Angelika Nibler und den Vorsitzenden der EVP und der EVP-Fraktion Manfred Weber. Herzlich willkommen. Ich begrüße recht herzlich unsere stellvertretende Generalsekretärin Tanja Schorad-Dremel. Später können wir noch den Vorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, und den CDU-Generalsekretär Mario Czaja willkommen heißen. Es freut mich auch, dass Wirtschaft und Gewerkschaften heute bei uns sind. Ich begrüße recht herzlich Herrn Peter Andahl für das Handwerk in Bayern und Herrn Stiedl vom Deutschen Gewerkschaftsbund Bayern. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße euch ganz herzlich, unsere Delegierten, unsere Aussteller, die Medienvertreterinnen und Medienvertreter und natürlich auch alle Gäste und Zuschauer in der Halle und daheim vor den Bildschirmen. Auch heute gilt es, zu Beginn des Parteitags einige Regularien festzuhalten. Es wurde form- und fristgerecht eingeladen. Bestehen Einwände gegen die Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Haben sich alle stimmberechtigten Mitglieder in die Anwesenheitsliste eingetragen? Die stimmberechtigten Mitglieder des Parteitags haben bei der Eintragung in die Anwesenheitsliste das weiße Kuvert erhalten mit folgendem Inhalt. Ein Stimmblock mit farbigen Stimmzetteln mit den Nummern 1 bis 10, blaue Stimmkarte für offene Abstimmungen sowie zwei Wortmeldezettel in gelb. Das müsste jeder Delegierte bekommen haben. Diejenigen, die sich noch nicht eingetragen haben, bitte ich, sich am Tagungsschalter im Foyer einzutragen und die Unterlagen abzuholen. Auch heute haben wir wieder Geburtstagskinder unter uns. Wie heißt es immer so schön? Was gibt es denn Schöneres, als seinen Geburtstag beim CSU-Parteitag feiern zu können? Gestern hatten wir einen Jubilar unter uns. Heute sind es zwei. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Andreas Feller und Alexander Höhn. Alles Gute! Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Im zweiten Tag unseres Parteitags gedenken wir auch immer all jener, die nicht mehr unter uns sind, aber unsere Partei maßgeblich geprägt haben und sich stark engagiert haben. Wir gedenken heute in besonderer Weise Josef Göppel, verstorben am 13. April diesen Jahres. Er war Bezirksrat, Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter und uns allen natürlich auch immer noch präsent als Landesvorsitzender unseres Arbeitskreises Umwelt- und Landesentwicklung, das er 26 Jahre innehatte. Wir gedenken Dr. Dieter Soltmann, verstorben am 26. Juli diesen Jahres. Er war Präsident des Deutschen Brauerbundes, Präsident der IHK München und Oberbayern und Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats der Union. Wir gedenken Günter Bugl, verstorben am 6. Juni diesen Jahres. Er war CSU-Bundeswahlkreis-Geschäftsführer von 1958 bis 1999. Er war Bezirksrat, Kreisrat, stellvertretender Landrat und CSU-Ortsvorsitzender. Wir gedenken Josef Steinberger, verstorben am 12. Oktober diesen Jahres. Er war 60 Jahre Mitglied unserer Christlich-Sozialen Union, erster Bürgermeister in Reisbach, Kreisrat und Vorsitzender des Gemeindetags Niederbayern. Wir gedenken Hedi Martin, verstorben am 25. November letzten Jahres, Mitglied seit 1979 und gute Seele des Ortsverbands. Wir gedenken André Freud, verstorben am 25. September diesen Jahres. Er war Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Mitbegründer und Sprecher des Jüdischen Forums in der CSU, Mitglied der CSU-Grundsatzkommission und langjähriges Mitglied im CSU-Orts- und Kreisvorstand. Wir gedenken Anton Wirtmüller, verstorben am 12. April diesen Jahres, Ehrenbürger von Odelshausen und Kreisrat im Landkreis Dachau. Wir gedenken Johann Stöttner, verstorben am 8. September diesen Jahres. Er war Kreisrat im Landkreis Rosenheim und von 1978 bis 2004 Bezirksrat in Oberbayern. Wir gedenken Jürgen W. Heike, verstorben am 15. März diesen Jahres. Er war Landtagsabgeordneter von 1994 bis 2018, Staatssekretär für Arbeit und Soziales und Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium. Er war Kreisvorsitzender von 1992 bis 2015. Wir gedenken Marianne Rau, verstorben am 18.06. diesen Jahres, von 2008 bis 2022 Bürgermeisterin in der Gemeinde Theißseil und erste Bürgermeisterin im Landkreis Neustadt. Wir gedenken Resi Linder, verstorben am 13. Januar diesen Jahres. Sie war 49 Jahre CSU-Mitglied, 70 Jahre Mitglied der Frauenunion und 21 Jahre Mitglied in der Seniorenunion. Wir gedenken Franz-Josef Ile, verstorben am 20. September letzten Jahres, 16 Jahre Mitglied des Bayerischen Landtags, 19 Jahre CSU-Kreisvorsitzender, 42 Jahre Kreisrat im Landkreis Neu-Ulm. Wir gedenken Werner Mantel, verstorben am 3. März diesen Jahres. Er war Kreisrat in Hasberge und erster Bürgermeister in Ebelsbach. Wenn wir heute an diesem Parteitag all unserer Verstorbenen gedenken, dann ist heute unser Herz auch besonders schwer. In Verkurzen mussten wir auch Abschied nehmen von unserer Barbara Stamm. Für das Gedenken an Barbara Stamm darf ich nun unseren Parteivorsitzenden Markus Söder auf die Bühne bitten. Was für eine Ironie. Eigentlich hätte Barbara heute Geburtstag gehabt. Und ich weiß, dass sie Parteitage ganz besonders geliebt hat. Das war für sie ein Höhepunkt, weil sie die Partei immer als große Familie gesehen hat, als Gemeinschaft. Nicht als Verein von Karriere und Erfolg, sondern von Verbindung, Wertschätzung und Freundschaft. Unsere Barbara ist tot. Es tut immer noch weh, liebe Freundinnen und Freunde. Natürlich wissen wir, dass das Leben endlich ist. Wir haben auch gespürt in den letzten Monaten, viele haben ja mit ihr Ängsten Draht gehalten, dass ihre unglaublich große Kraft Stück für Stück schwanden, dass ihr Mut weniger wurde, die schlimme Krankheit zu besiegen. Und auch wenn wir es geahnt und vor allem befürchtet haben, dass sie diesen Kampf verlieren könnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Am Ende ist so eine Nachricht immer ein totaler Schock. Es ist wie ein Stich ins Herz, wenn man hört, dass jemand, das Barbara Stamm, verstorben ist. Barbara war für uns alle ein Fixstern, ein Fixstern am Himmel Bayerns. Keiner konnte sich je vorstellen, dass ein solcher Fixstern einmal vom Firmament verschwinden könnte. Es ist im Grunde genommen gewesen wie bei der englischen Königin. Sie war schon immer da. Man kann sich ein Leben ohne sie eigentlich gar nicht vorstellen. Barbara war nicht nur eine Politikerin. Sie war sicher die bedeutendste Politikerin in Bayern. Sie war die Mutter Bayerns, die Seele Frankens und sozusagen unsere Queen der Herzen. Für ganz viele Menschen auch der Herzens, der Lebensmensch. Barbara Stamm, das kann man sagen, war nicht nur ein großartiger Mensch mit einem großen Herz, sondern sie war auch hoch geschätzt. Sie war beliebt. Beliebt als alle Ministerpräsidenten, die sie je in ihren politischen Tagen erlebt hat. Und kein Ministerpräsident übrigens hat es ihr je geneidet. Und das ist gar nicht einfach, wenn ich das sagen darf. Barbara war aber nicht nur beliebt. Sie war auch respektiert. Sie hatte immer was zu sagen. Nicht nur nett zu sein, nicht nur freundlich, sondern sie hatte große inhaltliche Botschaften. Es gab keinen Parteitag, wo sie sich nicht zu Wort gemeldet hätte. Keine Diskussion im Parteivorstand ohne ihre Mahnung. Unzählige Runden, in denen sie auch bei Koalitionsverhandlungen jenseits von Ämtern immer wieder unsere Position dargestellt hat. Vor allem die sozialpolitische Kraft. Diese soziale Idee war etwas, was sie zum Markenkern bei uns etabliert hat. Und wenn wir als CSU über das S nachdenken, dann war sozial und S wie Barbara Stamm ganz eng verbunden. Barbara hat übrigens nie ein Amt gebraucht, um uns zu begeistern. Ihre Autorität, die Wertschätzung ihr gegenüber, kam aus ihrer Leidenschaft, ihrem Lebensweg, ihrem Wissen und ihrer unglaublichen Menschlichkeit. Einige von euch haben das ja auch beim großartigen Festakt, liebe Ilse Aigner, den wir zusammen begangen haben, Landtag und Staatsregierung, gemerkt. Es war nicht in die Wiege gelegt, eine so großartige Karriere zu haben. Mit höchsten Ämtern, höchsten Auszeichnungen, höchster Wertschätzung. Da war viel harte Arbeit. Da war ein langer, schwerer Weg. Da gab es sicher auch manche Verwundung im Leben, die da war. Und trotzdem hatte sie immer, egal wie gut es ihr ging, eine so unglaublich positive Lebensenergie. Jede Runde mit Barbara Stamm hat geholfen, hat gestärkt, hat dann mit dieser Lebensfreude angesteckt. Ich selbst kenne Barbara Stamm und habe Barbara Stamm über viele Jahrzehnte erleben dürfen. Sie war auch ein Vorbild für Frauen bei uns in der Partei. Ich kann mich an Runden ändern, zu denen Edmund Stoiber, der damalige Parteivorsitzende eingeladen hat, mit Horst Seehofer, Michael Kloos, Otto Wiesoi, Erwin Huber, ich war dabei, es wird U-Vorsitzender und die Barbara. Das war nicht immer leicht, sich da durchzusetzen. Gerade in den großen Männerrunden. Gerade wenn es um das Soziale gegangen ist. Denn das Ökonomische spielt bei uns eine große Rolle. Aber Barbara hat sich immer durchgesetzt. Und das tat jemand nicht gut, Barbara zu unterschätzen oder ihre Argumente nicht wahrzunehmen. Sie konnte schon sehr hartnäckig sein, wenn es darum ging, ihre Interessen durchzusetzen. Ihre Interessen? Es waren immer die Interessen anderer. Der normalen, der kleinen Leute. Der schwächsten der Gesellschaft. Vertriebene, Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung. Ihre Lebenshilfe verehrt sie wie keine Zweite. Sie hat sich eingesetzt für Pflegekräfte ganz besonders. Und hat geholfen, dass die Menschen, die für uns so vieles leisten, auch sich wertgeschätzt fühlen konnten. Auf unsere Barbara konnten wir immer bauen. Sie war immer für uns da. Sie war schon auch die Mutter unserer Partei. Eine Frau, ein Wort, ein Fels in den Stürmen der Zeit. Und, das muss man auch sagen, sie konnte auch feiern. Delegiertenabende waren mit ihr besonders schön. Und lang. Doch Barbara gehörte zu den Menschen, die nicht spät ins Bett gehen und spät aufstehen, sondern sie hatte die Kraft und Power und Kondition, als Letzte das Licht auszumachen und als Erste wieder am Parteitag zu sein. Auch das hat mich immer sehr beeindruckt. Barbara Stamm ist eine ganz großartige Politikerin gewesen. Eine beeindruckende Frau. Ein unglaublich toller Mensch. Sie fehlt uns allen sehr. Auch mir ganz persönlich. Die Gespräche, die Zurufe, das Miteinander. Es ist eine große Lücke. Diese Lücke kann keiner persönlich füllen. Aber wir sollen auch nicht zulassen, dass eine Lücke entsteht. Wenn ein Mensch stirbt, ist er nicht weg. Wenn wir an ihn denken, wenn wir uns an ihn erinnern, dann ist die Seele quasi unsterblich bei uns dabei. Und Barbara Stamm wird dabei sein, bei so vielem, was uns bewegt. Liebe Barbara, Ruhe in Frieden. Sei weiter unser Schutzengel. Achte auf uns und gib uns immer ein bisschen von der Kraft, die du so im Übermaß hattest. Auch wenn es dich am Schluss verlassen hat. Als Parteivorsitzender kann ich sagen, die CSU ist dir unglaublich dankbar. Ist total stolz auf dich. Und wir werden dein Andenken immer bewahren und dein Vermächtnis ehren. Und das, für was du stehst, auch weiter in die Politik umsetzen. Gott schütze dich. Einringliche Worte von Markus Söder zu Barbara Stamm. Ein Gedenken. Barbara Stamm, eine moralische Autorität, das kann man, glaube ich, sagen. Der CSU, die ehemalige Landtagspräsidentin, ist Anfang Oktober gestorben. 77 Jahre war sie alt. Ihr habt euch zum Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder von den Plätzen erhoben. Vielen Dank dafür. Ja, und nun, meine Damen und Herren, geht der Parteitag weiter in der Tagesordnung. Wir verlassen einmal kurz das Plenum und auch das Podium. Und ich gebe rüber an Michael Kroos. Vielen Dank. Ich habe zwei Kollegen bei mir. Andreas Glas von der Süddeutschen Zeitung, den ich sehr herzlich begrüße. Guten Morgen. Und Alexander Keim von der Passag Neuen Presse. Ein Satz, weil es eine sehr, sagen wir mal, beeindruckende Würdigung von Barbara Stamm ist. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ich glaube, die Frage gebe ich lieber an den Kollegen kein weiter. Ich sage mal, ich bin jetzt, mache die Berichterstattung über die Landespolitik bei der SZ jetzt seit zwei, drei Jahren. Der Alexander Keim ist da etliche Jahre mehr dabei. Der hat sie sehr viel besser gekannt. Ein Wochen zu Barbara Stamm. Eine sehr, sehr starke Frau, eine sehr präsente Frau. Nicht immer bequem, definitiv nicht immer bequem. Aber es hat sich immer gelohnt, mit dem auseinanderzusetzen, was sie gesagt hat. Und es ist schon eine Lücke, auch ein bisschen in der Seele der CSU, die sie hinterlässt. Aber so wie ich die CSU kenne, wird man diese Lücke auch wieder füllen können. Vielen Dank. Wir wollen ein bisschen resümieren, über den ersten Tag einen Blick machen auf diesen zweiten Tag des Parteitags. Wir haben gestern in der Rede eigentlich all das programmatisch gehört, was die CSU jetzt in den nächsten Monaten voranbringen soll. Aber auch, was die Menschen in Bayern durch die Krise bringen soll. Ich glaube, das war sozusagen der zentrale Punkt bei Markus Söder gestern und seiner Rede. Wie haben Sie die erlebt? Es war einerseits das Erwartbare, was man schon ein bisschen kannte, so aus den letzten Monaten, als Markus Söder durch die Bierzelter getourt ist und da so ein bisschen das Mädel seiner schönsten Berliner Klagelieder gesungen hat. Das war auch gestern der Fall. Natürlich war die Rede wieder sehr geprägt von viel Kritik gegenüber der Ampel. Aber man hat gemerkt, dass er so ein bisschen, glaube ich, die Lektion gelehrt hat und auch gespürt hat, dass es bei den Leuten nicht so gut ankommt, wenn man nur jammert, wenn man nur fordert, so wie er das zuletzt vor allem getan hat. Und wenn ein Ministerpräsident, der ja in Bayern regiert und die Menschen erwarten von ihm ja auch Tatkraft, immer in so einer passiven Rolle drin ist, dann kommt das nicht an bei den Leuten. Das ist nicht das, was die Menschen möchten, was sie sich wünschen von einem Ministerpräsidenten. Das hat er erkannt. Deswegen hat er gestern wieder sehr viel mehr über Bayern gesprochen, über seine Visionen. Da war längst nicht alles neu. Aber man hat gemerkt, die Betonung liegt jetzt wieder sehr viel stärker auf Bayern. Wie haben Sie es empfohlen? Also man muss eines sehen. Den Parteitag für sich alleine zu betrachten, ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Söder hat 2018 nach einer zähen Übergabeschlacht von Seehofer dieses Amt übernommen. Hat mit Kreuzerlass und Frauenquote zwei Punkte gebracht, die nicht hingehauen haben. Er hat dann Corona in Bayern gehabt, wo er realisiert hat als harter Hund. Hat dann vielleicht so ein bisschen über die Zeit rüber den harten Hund gegeben, wo die Leute sich schon gewünscht hätten, machen wir wieder ein bisschen langsam. Dazu eine Kanzlerkandidatur, die ihn ganz nach oben gebracht hat. Er wurde dann nicht der Kanzlerkandidat der Union, was ihn ganz nach unten gebracht hat. Die CSU ist in einer wahnsinnigen Bewegung innen und bei ihren Wählern. Und das jetzt wieder ein bisschen zu konsolidieren, eine Positionsbestimmung zu machen, eine Selbstvergewisserung, wo stehen wir und wofür stehen wir. Das ist das, was Markus Söder jetzt braucht von diesem Parteitag, um in dieses Wahljahr zu gehen. Wenn wir uns mal die Punkte ins Gedächtnis rufen von gestern, dann war immer wieder bei all diesen Dingen zu spüren, er möchte auch das Vertrauen, nicht nur der Delegierten hier, sondern auch das Vertrauen der Bayern haben. Weil er sagt, diese Krise kommt, aber wir kommen in Bayern besser durch diese Krise. Wie hat er das begründet? Er hat das vor allen Dingen mit der Vergangenheit begründet. Also er spielt schon auch mit seiner Politik, also seit 2018. Er hat es vor allen Dingen mit der Hightech-Agenda begründet. Das ist ja eines seiner großen Prestigeprojekte. Da hat Bayern wirklich wahnsinnig viel Geld jetzt reingesteckt in Forschung, Entwicklung von künstlicher Intelligenz etc. 3,5 Milliarden. Das bezeichnet er als Vision 2030 ein modernes, fortschrittliches Bayern, ein bisschen anknüpfend an die alte Philosophie von Edmund Stoiber. Das war ja damals Laptop und Lederhose. Markus Söder nennt das jetzt neuerdings Hightech und Heimat. Also da merkt man schon auch da in der Rhetorik, das ist schon so eine klassische Rückwendung natürlich zur alten, klassischen CSU, die vor allen Dingen versucht, ihre Kernwählerschaft anzusprechen. Herr Keim, was aber sehr, sagen wir mal, gefährlich sein könnte, ist, wenn er auf Hightech setzt, ist das sicherlich sinnvoll. Aber es gibt auch viel Industrie in Bayern, klassische Industrie, etwa Automobilindustrie, die möglicherweise in diese Krise hineingerät. Er hat ja gestern gesagt, vertraut mir, ich schaffe es, euch durch diese Krise zu bringen. Was ist denn, wenn das nicht so funktioniert? Das ist brandgefährlich, was da vorgeht, weil die Bayern natürlich erwarten dieses Wohlstandsniveau, das man sich im Laufe der Jahre gearbeitet hat, nach dem Krieg ein armer Agrarstaat, heute in Deutschland, sagen wir mal, relativ top. Da gibt es auch viel zu verlieren und die Gefahr ist ganz, ganz enorm. Also diese Proteste in Ostdeutschland werden von der CSU aus sehr genau beobachtet. Welche Dynamiken stecken da dahinter, was kann da passieren? Diese Klammer von ganz rechts und ganz links ist ja genau das, was den Christsozialen auch wahnsinnig zusetzen kann. Also da, glaube ich, ist schon, man versucht das nicht mehr groß nach außen zu spielen, aber ich glaube, da ist im Laden schon echte Angst vorhanden. Ich sehe da tatsächlich allerdings aber auch eine gewisse Gefahr durch die Konzentration, die starke Konzentration der CSU jetzt auf den ländlichen Raum, dass man letztendlich eine Lücke offen lässt in den Städten. Und zwar, man hat ja gerade, wenn man bedenkt, dass man im ländlichen Raum ja durch die freien Wähler eigentlich einen Konkurrenten hat, den man natürlich bekämpfen muss, aber der natürlich auch schon ein großes Feld besetzt, während man jetzt wieder ein Stück weit auf dieses Feld geht und wieder ein bisschen eine Lücke lässt in den Städten und damit vielleicht ja auch wieder mehr Platz für die Grünen. Also ich sehe da schon weiterhin noch gewisse Gefahren für die CSU. Also wenn man es sehr skeptisch sehen wollte, in der Tat, dann muss man sagen, die CSU hat in beiden Feldern verloren in den Städten an den Grünen, das Land an die freien Wähler und jetzt müssen sie ein Spagat hinkriegen, hier wieder zurück zu erobern. Und so von der Seele der CSU her, würde ich sagen, ist eher der ländliche Raum, die Seele. Und genau da haben sie einen Koalitionspartner in der eigenen Regierung. Sehr interessant, der interessanterweise in seiner Parteitagsrede gar nicht vorkam. Also die freien Wähler wurden mit keinem Wort erwähnt. Es gibt aber eine zweite Problematik, das heißt AfD, dieses Problem. Und die AfD hat in den letzten Monaten bei den Umfragen immer so leichte Steigerungen erzielt und sie ist sicherlich dann Profiteur, wenn die Krise auch in Bayern zuschlägt. Wie gefährlich ist die AfD für die CSU? Potenziell sehr gefährlich, weil natürlich die AfD sich auch in erster Linie aus dem bürgerlichen Lager gut speisen kann. Und da kann man gut bei der CSU Stimmen abziehen. Das hat die AfD ja schon versucht bei der letzten Landtagswahl mit Slogans Wir sind die bessere CSU oder wir erfüllen oder halten, was die CSU verspricht. Und das ist gefährlich, nach wie vor gefährlich für die CSU. Wie gefährlich sehen Sie das? Ich sehe vor allem, also auf jeden Fall, natürlich, man merkt auch, die AfD hat jetzt in Bayern auch Aufwind. Gerade auch in Niederbayern war sie ja auch in den vergangenen Jahren doch auch relativ stark. Das spürt man auch jetzt wieder. Ich sehe aber auch eine Gefahr für die CSU. Ich finde, man hat gestern auch gemerkt, Markus Söder benutzt teilweise auch eine Rhetorik. Er spricht ganz viel von Chaos, das jetzt droht. Im Grunde genommen zeichnet er ein Bild, dass diese Berliner Regierung dieses Land ins Verderben stürzt. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen auch eine Wortwahl, die nicht unbedingt zur Beruhigung der Lage beiträgt. Ich glaube, da finden sich die Unzufriedenen schon auch wieder in dieser Rhetorik. Aber natürlich läuft man immer Gefahr, dass die Leute am Ende dann trotzdem sagen, ich wähle aber eher die AfD, weil die CSU ist ja quasi Teil des Problems. Also da ist sie so ein bisschen vielleicht auch, die CSU ist ein bisschen in der Falle auch von 2018 drin. Da würde ich an einem Punkt widersprechen. Es bringt natürlich nichts, die Lage gut zu reden. Wenn ich jetzt in andere Bundesländer gucke, gerade heute die Meldung BASF, wo es sehr schwierig werden könnte, wenn uns sowas erstmal bevorsteht, und das wurde den Bürgern gegenüber noch nicht wirklich angesprochen mit wahren Worten, dann ist die Situation natürlich ganz besonders schlimm. Und ich glaube schon, dass es auch Zeit ist, auch für die CSU Zeit ist, die Dinge zu benennen und zu sagen, wo Probleme oder dass Probleme ins Haus stehen. An dem kommen wir nicht vorbei. Die Frage ist natürlich, mit welchen Tönen man das macht und ob man jemanden dafür verantwortlich macht. Es ist eine Gratwanderung. Das ist das Problem, dass wir mit Sicherheit dann haben, wenn bestimmte Krisensymptome in Bayern, das sich ja sehr selbstbewusst in seiner Rede präsentiert, tatsächlich spüren können. Und die Menschen sagen, du hast uns eigentlich versprochen, du bringst uns durch die Krise, du kriegst es aber nicht ganz hin. Ja, da ist natürlich in der Tat ein Stück weit auch das Problem, dass Markus Söder und die CSU jetzt auch spüren müssen, dass sie dadurch, dass sie im Bund, auch in der Opposition sind, natürlich viele Werkzeuge gar nicht mehr in der Hand haben, um jetzt Politik gegen die Krise zu machen. Das wirft sie ein bisschen zurück, auch gezwungenermaßen in die Rolle immer fordern zu müssen. Also das muss man vielleicht auch mal entlastenderweise dann auch zugunsten der CSU betonen, dass sie natürlich da ein Stück weit auch machtlos ist. Aber das wiederum schwächt natürlich auch ihre Rolle im Wahlkampf, denn die Menschen wissen und spüren das natürlich auch ein Stück weit, dass da eine Partei ist, die vielleicht nicht mehr diese breite Brust hat, die sie früher mal hatte, vielleicht auch nicht mehr diesen ganz starken Einfluss. Also es geht ungefähr bis 13 Uhr, 13.15 Uhr. Und bevor wir jetzt resümieren, gucken wir mal auf die nächsten Punkte hier. Was ist das, was den zweiten Tag des Parteitags ausmacht? Das wird mit Sicherheit die Rede von Merz sein, dem CDU-Vorsitzenden. Gestern sprach Söder, heute wird es Merz sein. Und vielleicht werden wir so eine leichte Rollenaufteilung sehen. Söder, der bei allen kämpferischen Tönen von gestern doch versucht hat, den Landesvater zu geben, der sich um das Land kümmert. Und Merz dem womöglich stärker als in der früheren Arbeitsteilung innerhalb der Unionsschwestern die Aufgabe zufällt, die konservative Politik zu verkörpern. Ist eine Erwartung, vielleicht erfüllt sie sich, vielleicht auch nicht, aber es wird auf jeden Fall interessant sein, das zu beobachten. Deswegen sind wir hier und bleiben hier. Ganz herzlichen Dank. Ich gebe mal zu Konstanze Abratzky, die kann Ihnen den weiteren Verlauf des Parteitags schildern. Ja, und wir sind genau da angekommen, wo jetzt tatsächlich die Berichterstattung aus den Foren stattfinden sollte. Diese vier Fachforen, ich hatte sie ja vorhin schon mal kurz skizziert, werden gerade vorgestellt. Die Berichterstattung Die vier Foren vorgestellt. In Bild und Ton. Es gab eben eine Diskussion gestern, circa 14.30 Uhr, eine Diskussion anhand von vier bis fünf Leitfragen. Und dann konnten auch die Zuschauer sich beteiligen. Jetzt sind die Berichterstatter aus den Foren dort. Guten Morgen an euch alle. Ihr habt gestern ganz fleißig und vor allen Dingen äußerst effektiv in unseren Foren mitgearbeitet. Ja, und da freut es mich ganz besonders, dass die vier Forenleiter ganz viel zu berichten haben, inhaltliches auch und vor allen Dingen, was uns brennend interessiert, was waren bei euren externen Experten vor allen Dingen die wichtigsten Punkte, wie war deren Sicht der Dinge und vor allen Dingen, was nehmen wir mit in unsere Arbeit. Und wir hatten ja diese vier Foren. Das eine war bei unserer Sozialministerin Ulrike Scharf. Da ging es um Soziales. Ich würde mit dir auch gleich anfangen. Liebe Ulrike, was waren die wichtigsten Erkenntnisse gestern? Ja, erst mal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Delegierte, liebe Damen und Herren hier oben, Herr Parteivorsitzender. Ich freue mich, dass wir überhaupt ein Forum hatten, das sich mit Familie beschäftigt hat. Fokus auf Familien, beste Bedingungen für das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und wir haben diskutiert, wir hatten einen interessanten Austausch und kann wirklich zusammenfassen, Bayern ist Familienland Nummer eins und es wird es auch bleiben. Und das ist keine Floskel, denn wir haben wieder einmal festgestellt, was wir alles für Familien leisten, aber wo wir uns natürlich auch noch weiterentwickeln. Wir klicken uns einmal kurz aus, aus den Foren. Wir kommen gleich wieder zurück, denn Michael Kronz hat einen spannenden Gast am Set. Ja, das ist der Parteivorsitzende Markus Söder, den Sie sehr herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen. Herr Söder, Sie haben gestern einen Vertrauensvorschuss erbeten. Sie haben ein Vertrauen ausgesprochen an die Bayern und Bayern. Wir kommen durch die Krise, wir kriegen das geschafft. Das ist auch ein gewisses Risiko. Ja, das ist eine Herausforderung vor allen Dingen. Wir können ja nicht allein entscheiden als Bundesländer, deswegen brauchen wir den Bund und deswegen machen wir auch Druck. Manch einer meint ja, man kritisieren nur die Ampel. Und das geht es ja gar nicht. Es geht nicht um parteitaktische Geländegewinne, es geht darum, das Beste für unser Land zu erreichen. Denn profitieren tun von der Krise im Zweifelsfall Extremisten, AfD und andere, die mit der Angst und der Sorge vor dem, was kommt, spielen. Das ist ja deren Währung. Darum machen wir Druck, damit in Berlin die richtigen Entscheidungen getroffen werden, die für unser Land notwendig sind. Wir haben gestern ein sehr selbstbewusstes Bayern dargestellt und dieses Selbstbewusstsein ist ein auch wirtschaftliches Selbstbewusstsein, das haben Sie ja nochmal deutlich gemacht, auch an diesem neuen Slogan Hightech und Heimat. Hightech wird sicherlich funktionieren, aber es gibt natürlich auch Bereiche der Industrie, wo es sehr schwierig werden könnte, zum Beispiel bei der Automobilindustrie. Was machen Sie denn, wenn es da wirklich mitten in die Krise reingerät und Sie haben versprochen, wir kriegen das geschafft? Wir kriegen es geschafft, wenn wir da alle zusammenarbeiten. Deswegen braucht es zum Beispiel eine sichere Energieversorgung. Die Verlängerung der Kernenergie bis April reicht natürlich nicht aus. Es muss bis Ende der Krise erfolgen, bis 2024, vielleicht sogar länger, wenn am Ende klar ist, dass es nicht reichen würde mit den Unabhängigkeitsbemühungen. Wir brauchen zum Zweiten natürlich für erneuerbare Energien einen Riesenschub nach vorne, auch für Wasserstoff, aber nicht nur einseitig, nicht nur eine Energieform, wie den Wind, das gehört absolut dazu, da müssen auch wir noch besser werden, aber auch andere Bereiche wie Photovoltaik, Wasser, Geothermie oder Biogas. Und was ganz wichtig ist für uns jedenfalls, wir brauchen in Deutschland auch noch einen Leistungsschub mit Technologie. Bayern geht da voran. Wir sind, das kann man schon sagen, technologisch mit Abstand die Stärksten, weil unser Herzstück, auch meine Regierungsphilosophie, war die sogenannte Hightech-Agenda mit dreieinhalb Milliarden Euro pur für Technologie, für Professuren, für Start-ups, für Forschungseinrichtungen. Und so sind wir in Bayern bei künstlicher Intelligenz, Luft- und Raumfahrt beispielsweise, bei Digitalisierung absoluter Benchmark. Das braucht aber ganz Deutschland, das reicht nur, wenn es Bayern macht. Wenn wir jetzt auf die anderen Bundesländer gucken, sind die Unterschiede nicht nur in der Wirtschaftskraft und in der Entwicklung doch sehr krass zum Teil, sondern auch in der politischen Entwicklung. Sie haben gestern so ein bisschen Rückbesinnung auf Bayern gemacht und auf die CSU, ein bisschen sehr stark auch auf konservative Themen abgehoben. Haben Sie Angst vor der AfD? Ich glaube, uns allen macht Sorge, wie stark Extremisten sind. In neuen Bundesländern sind die Zahlen ja schreckend hoch, auch in den Umfragen, die wir hören. Ich glaube, das Wichtige ist, nochmal eine Balance zu finden. Die Balance heißt Modernität in die Zukunft und da ist Technologie die beste Chance. Nicht auch, wie man es bei den Grünen spürt, so diese leichte Verweigerung. Ehrlich, diese Debatte um AKW zeigt ja nur, dass die Grünen eigentlich in den 70er-Jahren stecken geblieben sind. Kommt ja nichts Neues dazu. Also wenn man lieber Öldampfer einsetzt, anstatt Kernenergie zu verlängern, dann hat man da eigentlich keinen Anspruch für die Zukunft. Das ist aber nur der eine Teil. Der zweite Teil ist, die Menschen brauchen Identität. Und wir bekommen so eine Diskussion, ich nenne es mal um diese ganze Wokeness-Themen, die wir haben. Und dann finden viele der Überzeugung, es gehen in die falsche Richtung. Jugendlichen, denen empfohlen wird, Hormonpräparate einzunehmen, damit sich ihre Pubertät nicht entwickeln kann. Das ist ja geradezu absurd, was wir auf einer Homepage des Bundesvermittlungsministeriums gesehen haben. Das Gendern, die Vorschriften, was man essen soll. All diese Debatten sind ja abenteuerlich. Es ging nicht um Winnetou zum Beispiel. Aber wenn sich Künstler gar nicht mehr trauen zu sagen, wir würden einen Film noch machen, wo läuft das dann eigentlich hin? Und da fragt man sich manchmal, was los ist in dem Land. Und da setzen wir immer auf die Idee einer liberalen Tasvavarie, leben und leben lassen. Jeder soll denken, was er will. Jeder soll sagen, was er will. Und jeder kann auch mal ein Lied singen, was er will. Und dieser ganze Zwang und dieses Korsett zum Teil auch etwas spießig, nervig, wie diese Wokeness ist, das wollen viele Menschen nicht. Und wir geben ihnen eine Stimme. Ich habe Sie aber vor Jahren auch kennengelernt als jemanden, der sich so etwas mit Schwarz-Grün vorstellen konnte. Gestern haben Sie eine klare Absage den Grünen erteilt. Ist das nicht in der augenblicklichen Situation ganz gefährlich? Weil wir wissen ja nicht, wie die politischen Verhältnisse sich ändern. Zunächst mal ist eine große Enttäuschung über die Grünen da. Also ich hatte eigentlich gedacht, die Grünen sind eine neue Partei geworden. Und ich hatte auch am Anfang der Krise so das Gefühl, man will dem Anspruch gerecht werden. Wir tun jetzt alles, was notwendig ist, um in dieser Krise erfolgreich zu sein. Die ganze Diskussion um Kernenergie zeigt das Gegenteil. Gegen den absoluten Mehrheitswillen der deutschen Bevölkerung wird starre Ideologie gemacht. Das kann man auch daran erkennen, dass auf grünen Parteitagen plötzlich wieder ein gröhlender Jürgen Trittin und eine weinende Claudia Roth wieder die dominanten Rollen spielen, nicht die neuen Protagonisten. Also die Grünen haben echt einfach enttäuscht, wenn ich das sagen darf. Da kommt viel zu wenig. Auch die außenpolitische Ausrichtung mit dieser neuen feministischen Außenpolitik, glaube ich, hilft uns nicht, neue Verbindungen zu knüpfen. Sondern beginnt Deutschland zu isolieren. Und deswegen, glaube ich, ist Schwarz-Grün jedenfalls aus meiner Sicht keine Option, für Bayern auch nicht. Und man möge es mir nachsehen, wir möchten halt auch nicht irgendeine Filiale von Berlin sein, sondern als kürzer bayerischen Idee dazu, auch ein Stück Selbstständigkeit zu haben. Und das können wir mit unserer bürgerlichen Koalition deutlich besser zeigen. Also die bayerische Idee ist immer auch nochmal Fingerhakel mit Berlin zu machen. Das kennen wir, seitdem es diese Partei gibt. Es ist auch eine ganz wichtige Funktion der Identität für Bayern. Wenn wir aber jetzt so eine Konstellation sehen in Berlin, die, auch wenn Sie sie kritisieren, darum ringt, durch diese Krise zu kommen. Was kann denn Bayern dafür tun? Jetzt zunächst mal machen wir Druck. Hätten wir nicht Druck gemacht, wäre die Gasversorgung nicht da gewesen. Wir haben ja vom Bund, vom Bundeswirtschaftsminister mal die Ansage bekommen, ach, kümmert euch doch selbst drum. Wir kümmern uns um Deutschland und ihr kümmert euch selbst drum. Meine Antwort war damals, das mache ich dann, wenn ich auch das Recht bekomme, zum Beispiel Kernenergie selbstständig zu betreiben. Da war dann plötzlich das Telefonat und das Gespräch mit dem Grünen Minister dann doch ein bisschen einsäbig. Was will ich damit sagen? Natürlich wollen wir doch in Deutschland gemeinschaftlich was erreichen. Deswegen machen wir Länder auch Druck. Wir brauchen eine Gaspreisbremse, die schneller kommt zum 1.1. Wir brauchen eine Strompreisbremse, die schneller kommt zum 1.1. Wir brauchen dringend eine Lösung für Heizöl und Pellets. Der Bund weigert sich. Es kann ja nicht sein, dass diejenigen, die eine Ölheizung haben, gerade im ermöglichen Raum, jetzt die benachteiligt sind. Und ich plädiere auch dafür, es gibt sehr wenige, das zu und ich gehöre dazu, auch eine Spritpreisbremse zu haben. Überall in Europa wird günstiger getankt, nur bei uns so hoch, weil es auch wieder mit diesem Misstrauen gegen Auto zu tun hat und bei aller Bedeutung von günstigen Tickets. In wahnsinnig vielen Gegenden in Deutschland fährt der Bus dreimal am Tag, du hast ein günstiges Ticket, gut, aber es reicht halt nicht. Man braucht das Auto, auch dafür muss was getan werden. Und da machen wir Länder Druck und ich glaube, da kommt auch am Ende was Gutes bei raus. Eine persönliche Frage, Enttäuschung gegen Laschet verloren zu haben vor der Bundestagswahl. Trotzdem sind Sie in einer sehr guten Position, wenn die Landtagswahl gut ausgeht. Wir werden heute Friedrich Merz hören, aber die Frage, ob er antritt, ist natürlich sehr vage. Wie wäre das denn, Kanzlerkandidatur? In der Geschichte der sehr großen CSUler war es so, dass es einmal immer so auf sie zugekommen ist. Das war bei Strauß bei Stoiber so. Jetzt will ich mich nicht in deren Reihe stellen, aber bei mir war auch einmal die Möglichkeit. Jeder kann darüber spekulieren, wie das ausgegangen wäre, wenn es die Kandidatur gegeben hätte. Ich habe da schon sehr früh meinen Seelenfrieden gemacht. Meine Aufgabe ist Bayern. Und wie immer es halt so ist, ein bayerischer Minister, ein CSU-Vorsitzender, der bewegt auch eine Menge in Deutschland. Und mit dem muss man immer rechnen, aber nicht für eine Kanzlerkandidatur. Danke für eine klare Aussage. Danke, Herr Söder. Und Konstantin Abratzky macht weiter. Ja, und wir sind hier, wie gesagt, mitten in dem Bericht aus den Foren. Im Moment spricht gerade Gerhard Waschler. Er berichtet von dem Forum Schule und Bildung an das Erherzensangelegenheiten der CSU. Und ich gebe einfach mal hinein, denn er hat gerade schon gesagt, dass im Grunde genommen man sehr zufrieden ist mit dem, was man hat in Bayern. Schauen wir mal, was vor Sie jetzt gerade stehen. Und eine gute Zukunft. Und das war große Einigkeit im Forum. Vielen Dank, Gerhard. Ja, und über allem steht, lieber Florian, ja die Außen- und Sicherheitspolitik. Und gerade du als unter internationaler Sekretär bist du da in erster Linie mit dabei. Ihr habt einen sehr intensiven Austausch gepflegt. Worauf müssen wir jetzt gerade in diesem Bereich besonders achten? Ja, liebe Tanja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in unserem Forum Außen- und Sicherheitspolitik natürlich diskutiert über die aktuelle Situation. Aber nicht nur über den Krieg in der Ukraine, sondern über die aktuelle Situation, in der wir uns als Bundesrepublik Deutschland, als Europa befinden. Und einfach mal festzustellen, dass wir unseren Wohlstand in den letzten Jahren auch darauf aufgebaut haben, dass wir uns in verschiedene Abhängigkeiten begeben haben, wie wir leider sehr nüchtern feststellen müssen. Wir haben eine sicherheitspolitische Abhängigkeit, eine zunehmende über die letzten Jahre mit Nordamerika, vor allem mit den USA. Ohne die USA sind wir nicht in der Lage, tatsächlich uns selbst in Europa zu verteidigen. Wir haben eine energiepolitische Abhängigkeit, wie wir sehr schmerzlich jetzt durch den Krieg und durch die entsprechenden Folgen daraus feststellen, mit der Russischen Föderation und wir haben eine wirtschaftliche und auch bei Zeiten in bestimmten Bereichen technologische Abhängigkeit mit der Volksrepublik China. Und all das bringt uns sozusagen in diesem Dreieck massiv unter Druck. Und deswegen ist als erstes festzustellen, und das hat auch Melanie Hummel, unsere Staatsministerin für Europa, auch nochmal deutlich gemacht, ist, mal festzustellen, dass wir diese Abhängigkeiten nur tatsächlich dann auch ablegen können und uns sozusagen ein Stück weit befreien können, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir vor allem in Europa zusammenarbeiten, ohne Europa wird das nicht möglich sein. Und deswegen ist das sozusagen die erste starke Message. Die zweite starke Message war natürlich, die nochmal Eberhard Bühler, der Vier-Sterne-Gameral, der in Brunsum bei der NATO war und dort die taktische operative Ebene für Europa geleitet hat, klar zu machen, dass wir im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich der Bündnis- und Landesverteidigung stärker werden müssen. Und deswegen muss die Bundeswehr besser ausgerüstet werden. Und es müssen aber auch hier europäische Kooperationen stattfinden. Und da kann ich nur sagen, auch die Feststellung, die zwei Prozent sind richtig und auch die 100 Milliarden sind richtig, die der Bundeskanzler, ich muss so sagen, ins Schaufenster gestellt hat, denn er wird jetzt schon wortbrüchig. Wir sehen, dass der nächste Bundeshaushalt für den Bereich Verteidigung ein Abschmelzen des Haushaltes vorsieht. Also eine Bewegung hin zu den zwei Prozent ist nicht zu sehen. Und wir sehen, dass aktuell die 100 Milliarden, die ursprünglich auch mit uns als Union vereinbart waren, geschliffen werden. Es gibt Streichlisten inzwischen von minus zehn Prozent. Auch hier wird die Bundesregierung jetzt schon wortbrüchig. Und die dritte Abhängigkeit ist auch klar. Die haben wir auch ausführlich diskutiert beim kleinen Parteitag diesen Jahres. Das ist die zu China. Wir müssen im Bereich der Technologien autark sein. Wir müssen uns unabhängig machen, damit wir hier tatsächlich auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Und am Ende, letzter Satz, natürlich eins ganz klar, auch Ergebnis dieser Runde war, dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir der Ukraine helfen müssen, dass wir die Ukraine unterstützen müssen gegen die Invasion der russischen Föderation, gegen Putin. Und wir deswegen auch dafür sind, dass wir mit aller Kraft in allen Ebenen unterstützen, sei es mit schweren Waffen, aber natürlich auch beim Thema Wiederaufbau, auch beim Thema humanitäre Hilfe. Das war auch, denke ich, ein klares Ergebnis aus dem Forum heraus. Ja, dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Foren, die ihr geleitet, die ihr gestaltet habt, die Impulse, die ihr heute mitgebracht habt. Und das geht ja nicht verloren, sondern wir haben ja einen Arbeitsparteitag. Das heißt, wir wollen Inhalte mit dazu nehmen. Wir wollen unsere Arbeitsgemeinschaft und Arbeitskreise zusammenführen. Das Ganze dann, liebe Anja, auch ins Grundsatzprogramm hineinnehmen. Denn das, was Sie, was Ihr, liebe Delegierte, in diesem Forum zusammengebracht habt, was Sie auch in den ganzen unterschiedlichen Arbeitsebenen zusammentragen, das führen wir zusammen. Das wollen wir in unser Grundsatzprogramm nehmen. Und das wollen wir auch für unsere Arbeit in der CSU weitergestalten. Deswegen ein großes Dankeschön an euch vier. Ein Dankeschön an unsere Experten. Es ist immer wunderbar, wenn man auch nach außen schaut, wenn man das Wissen anderer mit hinein nimmt. Und ich denke, das war für unseren Parteitag diesmal ein ganz wunderbarer Start. Und deswegen ein großes Dankeschön an euch alle, die ja diese Foren mit Leben erfüllt haben. Und selbstverständlich an dich, liebe Anja, Uli, Gerhard und Florian für diese tolle Arbeit. Dankeschön. Ja, Tanja Schorer-Dremel, die stellvertretende Generalsekretärin, seit dem Februar im Amt, hat das in der Tat jetzt moderiert. Jetzt übernimmt die Tagungsleitung wieder. Ich kann Ihnen kurz noch nachtragen, dass Ulrike Schaaf für das Forum Soziales und Familie gesagt hat, dass sehr stark darüber diskutiert wurde, wie die Ganztagsbetreuung organisiert werden soll. Und auch nochmal betont hat, dass die Kernfamilie die gleiche bleibt. Und Familie, sagte sie wörtlich, macht glücklich. Es ging allerdings auch in dem Forum um die Integration der Geflüchteten. Anja Weisgerber, das war die Dame im Roten Klart, die stellvertretende Parteivorsitzende, hören Sie jetzt gleich auch nochmal, weil sie auch am Grundsatzprogramm mitarbeitet. Sie hat das Forum Energie geleitet und daraus berichtet und hat noch einmal das gesagt, was auch der Parteivorsitzende bereits gesagt hat und was der Leitantrag umreißt, nämlich weitere Forderungen Richtung Energieausbau und zum Beispiel AKWs weiter am Netz bis 2024, allerdings auch Ausbau der erneuerbaren Energien. Das waren Schlagworte, die dort mit umrissen werden. So, und jetzt geht es weiter mit dem Grundsatzprogramm. Das soll vor der Landtagswahl noch fertig sein. Anja Weisgerber und Gerhard Hopp. Liebe Freundinnen und Freunde, habt ihr schon mal ein Fußballspiel gesehen, wo zwei Personen gegen eine gegnerische Elf antreten? Natürlich nicht. Der Ausgang des Spiels wäre auch ohnehin offensichtlich. Warum erzähle ich euch das? Nur gemeinsam, nur miteinander, von Torwart, von Verteidiger, von Mittelfeldspieler und Stürmer kann man ein Fußballspiel erfolgreich gestalten. Und genauso ist es auch bei unserem Grundsatzprogramm. Es soll ein Gemeinschaftswerk werden. Wir wollen es gemeinsam mit euch erarbeiten. Denn dann wird es auch zur Erfolgsgeschichte und kann die Erfolgsgeschichte der CSU auch fortsetzen. Es soll das Motto bekommen für ein neues Miteinander in einem modernen und menschlichen Bayern. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben in einer Zeit, in der Krisen den Zusammenhalt und die Zuversicht in unserem Land wirklich herausfordern. Die Corona-Pandemie, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine, die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, dadurch merken wir die Auswirkungen auch ganz direkt in unserem Land. Das alles, lieber Gerhard, führt zu Zerreißproben. Und genau in diesem Zusammenhang sage ich euch, wer anders, wer anders, wenn nicht wir als CSU, kann diese Krisen angehen? Wer anders, wenn nicht wir als Volkspartei, kann in dieser schwierigen Zeit Halt und Sicherheit und Orientierung geben? Das sind wir, liebe Freundinnen und Freunde. Wir merken, dass Fliehkräfte auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wirklich gefährden und zu Polarisierung und Spaltung führen. Deshalb ist der Zeitpunkt auch jetzt genau richtig, das Grundsatzprogramm zu überarbeiten. Denn gerade in einer solch schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns auf unser Wertefundament, auf unseren Kompass besinnen und Antworten auf die Fragen geben, woher wir kommen, wofür wir stehen und welche Antworten wir auf die Fragen unserer Zeit geben. Ja, liebe Anna, liebe Parteifreunde, die Veränderungen, die du angesprochen hast, die spüren nicht nur wir in der Partei, in der CSU, sondern die spüren die gesamte Gesellschaft. Jeder Mensch hat momentan den Eindruck, das Leben ist ein wenig aus den Fugen geraten und auch die Welt ist in Bewegung. Und wenn die Welt in Bewegung ist, dann dürfen gerade wir als CSU eben nicht stehen bleiben. Und wir müssen gerade, wenn wir erleben, dass Populisten am Linken und vor allem am Rechenrand diese Notlage der Menschen, diese Sorgen und Ängste ausnutzen wollen für sich, dann müssen wir als CSU da dagegenhalten. Und es braucht eine Volkspartei wie die CSU, eine moderne, bürgerliche, konservativ Volkspartei mehr denn je, die für Klarheit in der Sprache steht, für Klarheit in den Inhalten steht und für Zusammenhalt steht. Und wir haben die Kraft, wir haben es gestern erlebt, wir werden es heute auch wieder erleben, wir haben die Kraft, um die Gesellschaft zusammenzuführen und vor allem zusammenzuhalten. Und was macht uns als Partei aus? Dass wir Gegensätze ausdiskutieren, dass wir Gegensätze auch in harten Diskussionen auch erleben und dann zusammenführen und zum Schluss auch in gemeinsamen Positionen zusammenhalten, liebe Parteifreunde. Und das ist doch genau unsere Stärke, die wir auch im Parteiprogrammprozess, den wir gemeinsam jetzt erleben und in der Reise, auf die wir uns auch begeben haben im letzten halben Jahr, auch umsetzen wollen. Wir sind die Partei, die sich als einzige in Bayern jetzt auch traut, das Grundsatzprogramm zu überarbeiten und neu zu erarbeiten. Und diese Verantwortung, die nehmen wir an als Partei und die nehmen wir auch gemeinsam als Vorsitzende der Grundsatzkommission auch an. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir werden auch herausarbeiten, wo wir uns unterscheiden von anderen Parteien. Wir müssen uns wieder stärker auf unsere Kernkompetenzen besinnen, die Wirtschaft, die Finanz, die Innenpolitik. Aber wir müssen auch Themen in den Mittelpunkt stellen, mit denen wir die Herzen der Menschen erreichen, wie die Förderung von Familien oder die dringend notwendigen Verbesserungen in der Pflege. Barbara Stamm hat es uns mitgegeben. Und wir werden wieder stärker herausstellen, was unser Markenkern ist, christliche Werte, soziale Gerechtigkeit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen für Freiheit und Eigenverantwortung. Deutschland bietet Freiheit in jeder Hinsicht. Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Wahlfreiheit, die Freiheit zu studieren, eine Ausbildung zu machen und den Beruf auszuüben, den man machen möchte. Ja, man hat in Deutschland sogar die Freiheit, nichts zu tun. Auch diese Freiheit hat unsere Gesellschaft. Aber derjenige, liebe Freundinnen und Freunde, der diese Freiheit sich dann nimmt, der hat nicht den Anspruch darauf, dass diese Gesellschaft ihm dann auch gleichzeitig bedingungslos den Lebensunterhalt sichert, liebe Freundinnen und Freunde. Die stark abgemilderten Sanktionen beim Bürgergeld oder das bedingungslose Grundeinkommen, das zählt nicht zu unserer Vorstellung von Freiheit und Eigenverantwortung. Das sind Unterschiede, Beispiele für Unterschiede zwischen uns und zum Beispiel den Linken und den Sozialdemokraten. Was unterscheidet uns zum Beispiel von den Grünen? Sie treffen Entscheidungen oftmals nach Ideologie und Parteiprogramm. Unsere Politik ist geprägt und steht für Vernunft, für Pragmatismus und Realismus. Wir entscheiden auf der Basis von Sachargumenten und Werten. Ein Beispiel ist die Entscheidung der Ampel, ich habe es vorhin erwähnt, die drei Kernkraftwerke lediglich bis zum Frühjahr nächsten Jahres laufen zu lassen. Das ist zu wenig, das ist zu spät und das ist nicht das, was unser Land jetzt braucht, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben eine Haltung. Wir gehen mit der Zeit, aber nicht mit dem Zeitgeist. Wir verbinden Laptop und Lederhose, Tradition und Fortschritt. Wir gestalten Veränderung, aber nicht radikal, sondern mit den Menschen. Das ist das, was wir unter konservativer Politik verstehen. Ja, liebe Parteifreunde, wir waren uns sehr schnell einig. Herr Parteivorsitzender, Herr Graussekretär, liebe Martin Huber, liebe Tanja. Wie gehen wir dieses Projekt an? Wie wollen wir es angehen, das Programm zu erarbeiten? Wir wollen es in einem neuen Miteinander, für ein neues Miteinander gemeinsam angehen. Das heißt, wir verstehen schon den Prozess, wie wir das Grundsatzprogramm erarbeiten wollen, als Gemeinschaftswerk. Und in diesem neuen Miteinander leben wir seit einem guten halben Jahr jetzt genau diesen Prozess. Wir haben es geschafft, dass über 3.000 Parteimitglieder, über 3.000 sich schon registriert haben, sich eingebracht haben. Das heißt, die gesamte Partei in den Arbeitsgemeinschaften, in den Arbeitskreisen, in der Kommission, die die gesamte Partei auch abbildet. Das heißt, vom Ehrenamt bis zur Abgeordneten im Europäischen Parlament, die gesamte Breite und auch die Kreativität, die Kompetenz unserer Partei auch mit einbringen kann. Und in diesem Miteinander sind wir derzeit unterwegs, diese neue Programmatik zu erarbeiten. Und wir erleben in den vielen Konferenzen, die wir haben, in den Bezirksverbänden, in den Kreisverbänden, in den Arbeitsgemeinschaften, großes Engagement. Und ich möchte ein herzliches Dankeschön an Sie alle, an Euch alle sagen, wie Ihr Euch hier einbringt, wo wir daran arbeiten, unsere Partei neu für die Zukunft aufzustellen. Und unser großes Ziel ist, ein Gemeinschaftswerk hier auf den Weg zu bringen, es in einem halben Jahr, bei einem kleinen Parteitag im Mai 2023 abzuschließen. Und auch hier dieses neue Miteinander, auch mit den Menschen gemeinsam im vorpolitischen Raum, auch für die CSU neu zu leben und auch einzuarbeiten in unser Programm. Wie haben wir uns den Aufbau vorgestellt, auch unter dem Leitbild für ein neues Miteinander zu arbeiten? Das heißt, hier unsere Partei in den Grundwerten wieder neu gemeinsam zu definieren. Gerade in Zeiten, wo mehr denn je Orientierung gefragt ist, wo mehr denn je ein Kompass gefragt ist für die Menschen, können wir bei den Werten auch hier wieder auf unsere Grundwerte zurückgehen. Beispielsweise bei CSU. Was verstehen wir unter C als christliches Menschenbild? Das leitet uns in unseren politischen Entscheidungen, dass wir eben nicht, wie es andere Parteien tun, eine Ideologie in den Vordergrund stellen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir uns, gerade wenn es um den Lebensschutz geht, verpflichtet sind, das Leben am Anfang des Lebens auch zu unterstützen. Das heißt, gerade wenn es um das Leben insgesamt auch geht, am Anfang und am Ende den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das macht uns als CSU doch aus. Ich nehme den Ball auf. Das christliche Menschenbild müssen wir stärker herausstellen, das C. Aber wofür steht denn das S in unserem Parteinamen? Das unterscheidet uns auch von der CDU. Das S steht für Zusammenhalt, für soziale Gerechtigkeit. Edmund Stoiber und Barbara Stamm haben immer gesagt, die CSU macht auch Politik für die Leberkäse-Etage. Gerade jetzt, in Zeiten der Inflation, in Zeiten der steigenden Preise, gilt es auch wieder neu zu definieren, was bedeutet denn soziale Gerechtigkeit. Und gerade jetzt sind wir als Volkspartei gefragt, Sicherheit zu bieten. Wenn die Ampel diese Sicherheit eben nicht gibt und viel zu spät und viel zu halbherzig Entlastungen ausspricht. Zum Beispiel die Rentnerinnen und Rentner am Anfang vergisst die Studentinnen und Studenten. Der Mittelstand wird am Anfang überhaupt nicht adressiert. Wir haben in der Corona-Pandemie, lieber Markus, du sagst es auch immer, wir haben den Mittelstand, wir haben die Wirtschaft unterstützt, weil die sind es doch, die den Karren ziehen bei uns in Deutschland und dann auch für Arbeitsplätze stehen. In Berlin erleben wir genau das Gegenteil. Die Wirtschaft und die Menschen, die brauchen jetzt gerade Zuversicht und Vertrauen in die Politik. Sie haben ein Anrecht auf gutes Regieren und genau das liefern wir. Wofür steht das U? Die CSU steht als Union, gerade als Volkspartei für das verbindende Miteinander, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Zusammenhalt in Bayern, Deutschland und Europa. Und das U steht für mich als ehemalige Europaabgeordnete, auch für ein starkes Europa, liebe Angelika, lieber Manfred, das mit einer Stimme spricht und Antworten gibt auf die Herausforderungen unserer Zeit. Gerade jetzt bei den Herausforderungen durch die Pandemie, durch den Krieg gegen die Ukraine, durch die steigenden Preise ist es wichtig, dass die Europäer, dass Europa zusammensteht. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind auch Europapartei. Wir stehen für ein föderales Europa mit handlungsfähigen und bürgernahen Nationalstaaten. Auch dafür stehen wir. Ja, und im dritten Kapitel des Grundsatzprogramms wollen wir uns an die zentralen Handlungsfelder, an die zentralen Herausforderungen auch wagen, die in unserer Zeit nach unsere Gesellschaft herausfordern. Von der Familienpolitik, der Sozialpolitik, der Landwirtschaftspolitik, Verbraucherschutz, bis in der Wirtschaftspolitik und Klimapolitik und nicht zuletzt Verteidigungs- und Europapolitik stehen wir eben vor ganz großen Fragen, wo wir aus den Krisen, aus den aktuellen Krisen, aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre auch in der Pandemie lernen müssen und wir gerade als Partei ein unglaubliches Fachwissen auch haben, in den Foren, in den Arbeitsgemeinschaften, in den Parlamenten, in der Partei. Und diese Fachwissen wollen wir auch nutzen, einarbeiten und hier im dritten Kapitel unsere Herausforderung definieren und uns dann im nächsten Schritt, im vierten Kapitel daran wagen, eben als moderne, empathische Volkspartei, die Antworten gibt und zusammenführt, auch Antworten zu erarbeiten in diesem neuen Miteinander. In diesem Miteinander beispielsweise, das wir geben wollen bei Stadt und Land, beispielsweise bei Klimaschutz und bei Wirtschaftspolitik, beispielsweise aber auch bei Eigenverantwortung, bei staatlicher Regulierung und nicht zuletzt auch unsere Verantwortung als Volkspartei, die regional verankert und verwurzelt ist und das bleiben muss, aber mit bundes- und europapolitischem Anspruch sich einbringt für die Menschen, dass wir ein starkes Bayern mitten in Europa in Zukunft auch den Menschen auch bieten können, als Partei der Freiheit, der Eigenverantwortung, die für liberale TAS Bavarie mehr denn eh auch steht und stehen muss. Und diese Verantwortung, die Parteifreunde, die nehmen wir gemeinsam an, die Anja und ich in der Kommission, für die Kommission, gemeinsam mit der Kommission, gemeinsam mit der gesamten Partei, mit dieser Arbeit, glaube ich, haben wir einen guten Weg hinter uns gebracht. Wir stehen vor spannenden, intensiven Monaten und ich möchte alle einladen, sich weiterhin einzubringen, uns zu unterstützen und diese Verantwortung gemeinsam als CSU anzunehmen, als moderne, empathische Volkspartei in Bayern für Deutschland, für Europa einen neuen Weg einzuschlagen. Und last but not least, neben den Werten, neben den Themen und dem verbindenden Miteinander im letzten Kapitel, werden wir auch im zweiten Kapitel unseren Auftrag herausstellen. Und was ist denn unser Auftrag als CSU? Wir sind Dienstleister für die Menschen, wir sind Anwälte für die Menschen. Wir können wie keine andere Partei Politik aus einem Guss machen, von der kommunalen Ebene, über die Landes-, die Bundes-, bis zur europäischen Ebene. Wir machen Politik für die Menschen, ihnen zugewandt. Wir kümmern uns um sie in ihren jeweiligen Lebenssituationen. Das ist unsere Riesenstärke. CSU, näher am Menschen, das werden wir leben. Das werden wir auch in diesem Grundsatzprogrammprozess wieder herausstellen. Vielen Dank an euch. Wir freuen uns auf die Begegnungen mit euch gemeinsam und gemeinsam mit euch. Und wir wissen euch, auch als Unterstützer werden wir das Programm zusammen erstellen und dann auch im Mai nächsten Jahres gemeinsam mit euch verabschieden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Anja Weisgerber, die stellvertretende Parteivorsitzende und Gerhard Hoppe, Mitglied der Landtagsfraktion in München der CSU, die haben darüber referiert, wie denn das Grundsatzprogramm, das neue der CSU, entstehen soll. Das soll, wie gesagt, zur Landtagswahl, dann fertig sein. Die CSU hat bereits sieben Grundsatzprogramme verabschiedet, also immer wieder. Das letzte war 2016. Und zuletzt hatte das Markus Blume, der damals Generalsekretär war, mitgeschrieben. Federführer Markus Blume ist momentan Wissenschaftsminister in Bayern. Das waren auch schon ganz große Namen, die vorher an diesem Grundsatzprogramm mitgewirkt haben. Theo Weigel, Alois Glöck und Manfred Weber, die waren auch schon dabei. Und gerade... Bevor wir zum nächsten Tagsschottungspunkt kommen, darf ich drei Begrüßungen vornehmen. Ich freue mich, dass Freunde da sind, die unseren Parteitag aufwärten und es ist als Ehre zu begrüßen, der große Gast heute, das haben Sie schon mitbekommen, ist Friedrich Merz. Darauf läuft es natürlich zu. Friedrich Merz wird ein Grußwort richten, aber Grußworte von CDU-Vorsitzenden bei der CSU. Er freut sich ja immer einer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Also insofern wollen wir da auch ganz genau hinhören. Ich wollte noch vielleicht ein, zwei Takte zum Thema Grundsatzprogramm sagen. Sie haben es ja eben vielleicht gehört, die beiden, die die Kommission leiten, die sind ausgewählt worden von Markus Söder, dem Parteichef, schon mit einer gewissen Absicht, den Anführungsstrichen, Markus Söder hat, als er das gesagt hat, dass es ein solches Grundsatzprogramm geben sollte. Das war Ende Februar. Er hat gesagt, es wäre eines, das sich insbesondere an jüngere Leute heranrichten sollte und deswegen sollten auch jüngere Leute federführend daran arbeiten. Einmal eben Gerhard Hoppe und eigentlich war auch Martin Huber betraut worden. Damit Martin Huber ist inzwischen aber ja Generalsekretär der Partei und deswegen ist ein Jahr Weißgerber nachgerückt für ihn in diese Grundsatzkommission hinein. Diese beiden, Weißgerber und Hoppe, die betreuen also dieses Grundsatzprogramm ganz federführend, dass dann der CDU, CSU, Entschuldigung, der CSU helfen soll, tatsächlich ihr Alleinstellungsmerkmal bei den Wahlen im kommenden Jahr herauszustellen. Insbesondere soll es natürlich zeigen, wo sie sich von anderen Parteien unterscheidet. Und auch das ein Wunsch des Vorsitzenden Markus Söders. Es soll noch einmal neu begründen, was das C im christlichen Menschenbild der Partei bedeutet. So, wir warten jetzt auf den nächsten Programmpunkt. Jetzt wird die stellvertretende Generalsekretärin ein Talk auf der Bühne anmoderieren. Tragungspräsidium, so ein Doppelname ist immer nicht so einfach, gell. Einen wunderschönen guten Morgen erneut. Ja, wir haben jetzt den Talk der parlamentarischen Ebenen. Und das Wunderbare, das Alleinstellungsmerkmal unserer CSU ist, dass wir auf allen parlamentarischen Ebenen vertreten sind. Das beginnt beim kleinen Gemeinderat bis hin nach Brüssel ins Europäische Parlament. Und ich glaube, gerade wir als CSU hier in Bayern wissen, wie wichtig in der Demokratie Parlamente ist, die parlamentarische Ebene. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle, bevor ich mit meinen Gästen beginne, noch einmal ganz besonders herzlich unsere Landtagspräsidentin Ilse Aigner begrüßen, die ja gerade hier in Bayern für diesen Bereich zuständig ist und eine wunderbare Arbeit macht. Liebe Ilse, herzlich willkommen. Ja, beginnen wir mal von oben herab, nämlich mit dem Europäischen Parlament. Und da darf ich ganz besonders herzlich die stellvertretende Parteivorsitzende, Professor Dr. Angelika Niebler und natürlich auch den EVP-Vorsitzenden Manfred Weber bei mir auf der Bühne begrüßen. Ja, und die nächste Ebene wäre die Bundesebene. Und hier haben wir mit unserem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt eine starke Stimme in Berlin. Lieber Alexander, schön, dass du da bist. Du darfst an meine linke Seite. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zum Bayerischen Landtag. Und hier begrüßen wir sehr, sehr herzlich unseren Fraktionsvorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer. Ja, ich glaube, es ist ein sehr eindrucksvolles Bild und es gibt keine Partei außer der CSU, die das so in dieser Form darstellen können. Ja, beginnen wir doch gleich mit Europa. Liebe Angelika, was sind so die aktuellen Themen, die Schwerpunkte, die ihr gerade in Europa behandelt? Ja, liebe Tanja, liebe Delegierte, natürlich beschäftigt uns im Europäischen Parlament das, was alle Menschen draußen auch umtreibt. Der schreckliche Angriffskrieg auf die Ukraine hat natürlich auch unsere Agenda im Europäischen Parlament total verändert. Wir, 70 Jahre Nachkriegssicherheitsarchitektur ist beendet. Und mit den Fragen befassen wir uns natürlich, wie geht es in Europa weiter. Ich bin dankbar und glücklich, dass die Europäer zusammenhalten und sich auf eine einheitliche Linie auch gegenüber der Ukraine verständigt haben. Ich hoffe, das bleibt zu. Da werden wir sicher von unserem EVP-Parteivorsitzenden und unserem Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament Näheres hören. Und ansonsten sind die Themen, die uns wirklich auf den Nägeln brennen, das Thema Energiepreise, Lebensmittelpreise. Wir versuchen auch auf europäischer Ebene das zu machen, was wir auf unserer Ebene können, um eben da entgegenzuwirken. Also zum Beispiel bei der Energieversorgung ist ja jetzt beschlossen worden, Gott sei Dank, dass man auch gemeinsam hier den Einkauf von Gas organisiert. Da hat es ja einen riesen Überbietungswettbewerb gegeben. Deshalb sind die Gaspreise ja auch noch mal ein Stück nach oben geschossen. Es gibt Manipulationen in dem Markt und da, finde ich, ist es eine europäische Aufgabe, zu überlegen, wie man darauf reagiert. Das Gleiche gilt für das Thema Einsparungspotenziale, die man hat, Ausbau erneuerbarer Energien, Erlösabschöpfung. Wir wollen ja auch einen Strompreis nach unten kriegen. Also da gibt es auch vieles, was Europa dazu beitragen kann. Und das ist unsere wichtigste Aufgabe, glaube ich, zunächst, Energieversorgung sicherzustellen, damit die Haushalte, damit unsere mittelständischen Betriebe entlastet werden, schauen, dass die Lebensmittelpreise einigermaßen stabil bleiben. Schwierig. Ich möchte, liebe Tanja, erlaube mir das auch mal sagen. Wir können den lieben Gott, liebe Delegierte jeden Tag danken, dass wir eine Landwirtschaft haben, dass wir Landwirtinnen und Landwirte haben, die dafür Sorge tragen, dass wir Lebensmittel hier bei uns produzieren, dass wir hochwertige Lebensmittel haben. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn wir auch da, wie bei der Energieversorgung, größere Probleme hätten. Und ein letztes, ich denke, Entlastung ist das Gebot der Stunde. Wir wollen auch, es ist unser Anliegen im Europaparlament, alles, was so an Vorschlägen, an Gesetzgebung in der Pipeline ist, alles auf den Prüfstand stellen, schauen, was ist jetzt wirklich in dieser Krisensituation notwendig und was nicht. Und nochmals weniger ist mehr entlasten und wirklich schauen, dass wir jetzt einigermaßen gut durch die Krise kommen. Ja, vielen Dank, liebe Angelika. Danke für den Applaus, das hat sie verdient, die hängt sich richtig rein in Brüssel. Ja, lieber Manfred, du hast in diesem Jahr die EVP-Partei übernommen in einem großartigen Parteitag. So ein erstes Highlight auch für mich. Ja, ja. Und du versuchst hier alle zusammenzufügen und zusammenzuhalten, Kompromisse auch auszuhandeln. Was ist aus deiner Sicht gerade auf europäischer Ebene gerade von besonderer Bedeutung? Ja, Tanja, liebe Parteifreunde, wir sind in Rotterdam als Europäische Volkspartei gestartet. Ehrlich gesagt, für uns als Christdemokraten, als bürgerliche Parteien in einer nicht ganz einfachen Situation. Wir hatten in Frankreich ein sehr schwieriges Wahlergebnis. In Deutschland haben wir die Regierung verloren, in Berlin. Das heißt, da sind wir gestartet mit ein bisschen Nachdenklichkeit, wie gelingt es, dass wir wieder zurückkommen. Und wenn ich nur mal die letzten vier Wahlen jetzt auf europäischer Ebene anschaue, wir haben in Schweden Wahlen gehabt, in Lettland, in Bulgarien Wahlen gehabt und auch in Italien, was uns ein bisschen Sorgen macht, die Entwicklung dort, haben wir in diesen Wahlen aber überall den klaren Trend gehabt Richtung bürgerliche Mitte. Krisenzeiten sind Zeiten für bürgerliche Mitte. Die Menschen wollen sachliche Antworten, keine Ideologie, keine Links-Rechts-Schematas, sondern sachliche, vernünftige Antworten. Angelika hat schon gesagt, Landwirtschaft beispielsweise nicht ideologisch gegenüber unseren Landwirten argumentieren, sondern in Kriegszeiten, in Krisenzeiten, wo die Welt Nahrungsmittel braucht. Die Grundbotschaft, lasst unsere Bauern bitte Nahrungsmittel produzieren und übersät sie nicht mit neuer Bürokratie. Das ist die Grundbotschaft, die man spürt. Nachdenklichkeit und Gott sei Dank wieder zurück zur Mitte. Aber Tanja, was mir noch über das Alltagsmanagement von Politik, was unser Kerngeschäft ist, wichtig ist, ich glaube schon, dass wir in einer politischen Situation sind, wo wir zunächst mal mit sehr viel Ehrlichkeit starten müssen, dass sich viel ändern wird in den nächsten Jahren, dass wir das den Menschen auch sagen müssen, dass nichts mehr automatisch so läuft, wie wir es gewohnt waren auch. Und das heißt auch, dass wir die Kraft entwickeln müssen, ja, zu größeren Antworten. Wir haben in Deutschland die Diskussion über China beispielsweise, Hamburger Hafen gehabt, europaweit die Frage, wie gehen wir mit China um, Russland, der Krieg. Und da muss Europa in den nächsten Jahren, das ist mein Hauptpetitum, wir müssen endlich lernen, internationale Stimme zu entwickeln, auf der europäischen Ebene uns so bündeln, dass wir in der Welt wahrgenommen werden. Und ich sage es mal deutlich dazu, wenn es uns nicht gelingt, die Einstimmigkeit abzuschaffen, dann wird Europa weiter schwach bleiben. Und wenn Viktor Orban und andere glauben, sie können das dauerhaft blockieren, dass Europa stark bleibt, dann sage ich ausdrücklich auch dazu, dann müssen wir es halt zukünftig ohne Viktor Orban machen, ohne die Ungarn machen. Europa darf sich nicht dauernd auf der Nase rumtanzen lassen. Vielen Dank. Dann gehen wir mal von Brüssel nach Berlin. Lieber Alexander, du leitest die Landesgruppe. Viele Impulse, die die Bundesregierung umgesetzt hat, kamen von uns, kamen von dir und unserem Ministerpräsidenten. Wie stellt sich die Bundesebene aus deiner Sicht gerade dar? Liebe Tanja, liebe Freunde, wer gestern die Gelegenheit hatte, auch neben dem Parteitag die Rede des Bundespräsidenten zu verfolgen, der hat festgestellt, dass der von einer Epochenwende gesprochen hat. Das ist die direkte Fortsetzung dessen, was der Bundeskanzler in diesem Jahr mal im Februar gesagt hat. Wir leben und erleben eine Zeitenwende. Und der Bundeskanzler hatte Recht und er hatte Zustimmung für diese Idee und den Gedanken der Zeitenwende. Aber er hat die Zustimmung in dem Moment verloren, als er aufgehört hat, die Zeitenwende zu gestalten. Und eines dieser Beispiele, das wir jetzt gerade auch sehen, wie die Kehrtwende von der Zeitenwende stattfindet, ist das Thema mit dem Hamburger Hafen. Wenn es eine Lehre aus der Situation des Angriffskriegs Putin gegen die Ukraine gibt, wenn es eine Lehre auch aus der Corona-Zeit noch gibt, dann doch, dass wir als Deutschland, als Europa wieder mehr Souveränität brauchen in der Welt. Und Souveränität, das ist keine Absage an den Welthandel, sondern das ist ein Bekenntnis für einen Welthandel, aber für einen fairen und für einen aus Augenhöhe. Und das ist das Gegenteil von einseitigen Abhängigkeiten. Und wir müssen endlich an den Punkt kommen, uns von diesen einseitigen Abhängigkeiten in eine einzige Region der Welt zu befreien. Es ist ein dramatischer Fehler, die Infrastruktur Deutschlands an China zu verkaufen. Wir müssen unsere Infrastruktur schützen und sie nicht abgeben, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Debatte wird uns noch lange, lange Zeit jetzt in den nächsten Monaten beschäftigen, weil wir ja schon die nächsten Themen sehen an der Stelle, wenn es um die Chipfabrik geht und andere Fragen, wo die Bundesregierung Genehmigungen erteilen will. Und wenn man solche Themen diskutiert gerade, dann geht es mir immer so und meinen Kolleginnen und Kollegen der Landesgruppe, dann werden wir gefragt, ja, was seid ihr jetzt eigentlich? Seid ihr jetzt die kritische Opposition oder die konstruktive Opposition? Und dann gibt es Menschen, die auf einen zugehen und sagen, Mensch, ihr müsst doch diese Bundesregierung, die es nicht richtig gut kann, ihr müsst sie konstruktiv begleiten, ihr müsst sie unterstützen, wir müssen doch gemeinsam durch diese Krise kommen. Und dann gibt es andere, die sagen, ihr müsst doch endlich mal als Opposition da viel stärker auf diese stümperhaften Verhalten dieser Ampelregierung losgehen. Liebe Freunde, ich sage euch, beides ist richtig. Wir brauchen die gute Balance auf der einen Seite, die Unterstützung, das Konstruktive gegenüber der Ampelregierung, dass wir da, wo es notwendig ist, auch unternehmen, zum Beispiel bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und auf der anderen Seite brauchen wir die kritische Auseinandersetzung, da, wo die Ampel unserem Land schweren Schaden zufügt, wie beispielsweise bei ihrem Nichthandeln, bei der Energiefrage, beim Nichthandeln, bei den Entlastungen und beim Falschhandeln, wenn es darum geht, Kapazitäten wie mit der Kernenergie für unsere Energieversorgung nicht zur Verfügung stellen. Beides muss möglich sein. Kritische Begleitung und konstruktive Begleitung. Und liebe Freunde, was vor allem auch sein muss, Wir müssen uns gegen die dauernden und ständigen Vorwürfe aus der Ampel stärker zur Wehr setzen, als das bisher der Fall ist. Gerade jetzt in der letzten Woche im Deutschen Bundestag, da waren die Kolleginnen und Kollegen wieder von den Grünen dabei, uns vorzuwerfen, wir hätten zu wenig für die Bundeswehr getan. Ja, wir wollen mehr für die Bundeswehr tun, deswegen waren wir bereit, diese 100 Milliarden mitzumachen. Aber, liebe Freunde, dass diese Vorwürfe von den Grünen kommen, das ist doch vollkommen absurd. Wann haben sich denn die Grünen in der Vergangenheit mal als die großen Unterstützer der Bundeswehr gezeigt? Alles, was ich in Erinnerung habe, ist, dass wir in der Vergangenheit von den Grünen ständig Vorwürfe bekommen haben bezüglich der Haushalte für die Bundeswehr. Ja, keinem einzigen Haushalt für die Bundeswehr haben die in den vergangenen Jahren zugestimmt. Aber doch nicht, weil wir zu wenig für die Bundeswehr investiert haben, sondern weil wir aus Sicht der Grünen zu viel ausgegeben haben für die Verteidigung. Das ist doch verlogen, was an der Stelle ständig vorgeworfen wird. Und das Gleiche bei der Energiepolitik, ich will es nur noch mal erwähnen, weil auch gestern wurde es veröffentlicht, unser Freund und Kollege aus der Landesgruppe Andi Lenz hat es abgefragt, im Bundeswirtschaftsministerium, das Kernkraftwerk Emsland, das jetzt weiterlaufen soll, das wird erst mal Ende Januar oder Anfang Februar in eine zweiwöchige Pause gehen müssen, wird nicht produzieren. Und danach wird auch die Energieleistung drastisch runtergehen. Liebe Freunde, diese Mogelpackung, die Kernenergie weiterlaufen zu lassen, im Januar, Februar, März und im April zu enden, was löst denn die für ein Problem? Welches Problem existiert im April nicht mehr, was im Januar, Februar und März ganz offensichtlich noch existiert? Es ist grundfalsch und es ist eine ideologische Entscheidung, diese Kernenergie jetzt zu beenden. Richtig wäre es, neue Brennstäbe zu bestellen und dafür zu sorgen, dass wir nicht nur diesen Winter, sondern auch nächsten Winter eine Energiesicherheit haben. Wer das nicht tut, der beteiligt sich am Blackout-Bingo von Robert Habeck, liebe Freunde. Vielen Dank, Alexander. Gehen wir nach München. Lieber Thomas, die Landespolitik hält uns auch ziemlich im Griff. Wir haben einige wichtige Akzente in den letzten Wochen auch setzen können. Wie ist momentan deine Einschätzung? Liebe Tanja, liebe Delegierte, natürlich sind die Menschen in Bayern genauso besorgt über das, was kommt, die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitsplätze. Und hier hat die Ampel in Berlin natürlich die Dinge zu verantworten und hat bisher kläglich versagt. Aber auch wir in Bayern werden das unsere tun. Wir werden ein Programm auflegen, 500 Millionen Bürgschaften der LFA, bis zu einer Milliarde Hilfen für Dinge, die aus Berlin nicht abgedeckt werden, um möglichst zu garantieren, dass wir gut durch diese Krise kommen im nächsten Jahr. Wir haben natürlich aber auch die Landespolitik fortentwickelt. Und ich kann hier nur einige Beispiele nennen. Erstens innere Sicherheit. Wir haben unsere Polizei gestärkt, unsere Sicherheitskräfte. 500 Stellen pro Jahr. Und wir haben eine dauernd sinkende Kriminalitätsbelastung und eine Erhöhung der Aufklärungsquote. Bayern ist das sicherste Land. Unter anderem deshalb sind wir auch gegen die Freigabe von Cannabis, weil wir aus den Niederlanden wissen, dass dies mit einer Erhöhung der Kriminalität einhergeht, dass die Dinge schlechter werden. Das heißt, Bayern ist das Land der Sicherheit und Bayern ist nicht das Land der Kiffer, liebe Freunde. Zweitens, Landwirtschaft. Wir stützen unsere Bauern, die auch einen schweren Weg gehen in diesen Tagen. Sie sind von den Dingen genauso betroffen wie andere Branchen auch. Aber wir tun, was wir können. Zum Beispiel 350 Millionen im Kulab- und Vertragsnaturschutzprogramm, das wir zur Verfügung stellen, was andere Länder insgesamt nicht tun. Denn, liebe Freunde, wir brauchen eine Ernährungssicherheit in diesem Land und in Bayern. Wir wollen bei der Ernährung nicht von anderen abhängig werden. Und deswegen brauchen wir unsere Bäuerinnen und Bauern. Und sie können sich auf uns auch in Zukunft verlassen, liebe Freunde. Drittens, wir entwickeln Bayern weiter zu einem immer mehr modernen Land. Ich nenne das Hochschulinnovationsgesetz. Wir haben mit das fortschrittlichste Recht, mehr Freiheit an den Hochschulen, mehr Möglichkeiten aus den Hochschulen auszugründen. Wir haben die Hightech-Agenda. Tausend Professuren stellen zur Weiterentwicklung von Fortschritt und KI. 3,5 Milliarden. Wir entwickeln das Breitbandnetz weiter. Der Bund hat die Förderung eingestellt. Dies ist unverantwortlich und gegen jede Zusage. Dies sind nur einige Beispiele, wie wir in Bayern Politik machen. Wir sind in diesem Land, in Deutschland, überall führend oder ganz mit an der Spitze. Dies ist, auf die Politik in diesem Land und den Fleiß der Menschen zurückzuführen. Und wir müssen alles tun, dass wir diesen Weg auch nach der Wahl im nächsten Jahr fortsetzen können. Und da bitte ich euch alle um die Unterstützung. Wir wollen nicht abrutschen wie Berlin, wie Bremen und andere Länder, sondern Bayern muss auch in Zukunft stark bleiben, liebe Freunde. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir so die kurzen Schlaglicht über die verschiedenen parlamentarischen Ebenen. Und eines, lieber Manfred, du hast es am Anfang angesprochen, ist momentan ganz präsent, unsere Energieversorgung. Was kann Europa tun? Welche Weichen können wir stellen, um hier die Energieversorgung zu sichern, langfristig zu sichern und vielleicht von Abhängigkeiten wegzukommen? Bitte. Ja, Tanja, die europäische Ebene hat vor allem drei Prioritäten derzeit, über die wir reden. Das Erste ist, wir müssen schauen, dass wir in Europa solidarisch bei der Energieversorgung umgehen. Was heißt das konkret? Wir Bayern hängen an einem österreichischen Speicher dran, in Haidach, in der Nähe von Salzburg, der sich auf österreichischem Grund und Boden befindet, aber Bayern mit Gas versorgt, wenn die Lieferungen nicht mehr kommen. Der Beicher ist jetzt gefüllt. Markus Söder hat das gestern in seiner Rede ausgeführt. Und es steht die Frage im Raum, wenn es wirklich mal ernst wird, vielleicht diesem Winter, vielleicht aber auch nächsten Winter, weil ehrlich gesagt machen wir uns im Moment auch schon sehr viel Sorgen über den Winter, der dann nächstes Mal kommen wird, wenn die Speicher dann komplett leer sein werden. Die wieder aufzufüllen wird eine große Aufgabe sein. Also wenn es mal ernst wird, können wir uns darauf verlassen, dass die Österreicher denn das Gas freigeben an uns. Und deswegen verbindliche Solidarität in Europa. Wir brauchen diese verbindliche Solidarität. Wir leben auf einem gemeinsamen Binnenmarkt. Da kann es nur miteinander funktionieren. Und bisher ist es nicht gelungen, dass Berlin und Wien eine gemeinsame Vereinbarung treffen. Und deswegen bräuchten wir in Europa gemeinsame Solidaritätsvereinbarungen. Das Zweite, was wir brauchen, wir zahlen als Europäer derzeit für Liquidgas, für Flüssiggas deutlich mehr, als die Chinesen beispielsweise dafür zahlen. Obwohl die alle aus Katar kommen und ob jetzt das Schiff Richtung China fährt oder Richtung Europa, ist kostenmäßig irrelevant. Deshalb muss man sehen, wir sind derzeit auch spekulationsgetrieben unterwegs. Es ist nicht nur ein realer Marktpreis, sondern viel Spekulation. Und deswegen zu überlegen, einen Preisgap, einen Preisdeckel zu machen auf den globalen Märkten. Wir sind als Europäer durchaus bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen, keine Frage. Aber wir müssen auch dann einen Riegel vorschieben, wenn weltweit gegen uns spekuliert wird. Das ist die zweite Überlegung, wo leider Gottes Habeck blockiert hat, auf europäischer Ebene die Initiative anzugehen. Und das Dritte, was wir in Europa brauchen, ist eine gemeinsame Einkaufspolitik. Es war ja nicht nur Habeck und Scholz in Katar und hat übrigens keinen Abschluss gemacht, dann Gas nach Deutschland zu bekommen, sondern es war auch der italienische Premier, der Draghi dort, es war auch der französische Energieminister, es war auch der österreichische Dortmund. Ich glaube, die Kataris haben in ihrer Kalender schon gar keine Termine mehr freigegehabt für die ganzen Europäer, die bei ihnen gekommen sind. Und deswegen, wenn wir als Europäer gemeinsam dorthin fahren, mit der Marktmacht, die wir haben, gemeinsam einkaufen, dann heißt es am Ende der Tage billigere Preise für unsere Kunden, für unsere Verbraucher. Das ist der Dreiglang, den wir derzeit in Europa diskutieren. Und ich würde sogar so weit gehen, weil es derzeit nicht gelungen ist, gemeinsam dort voranzugehen, müssen heute unsere Verbraucherinnen und Verbraucher höhere Preise zahlen, weil die Politik auch wegen der Blockade Berlins nicht in der Lage war, bisher auf europäischer Ebene genau diese Antworten zu geben, weil die Spekulation so hoch ist. Und das bringt mich dann ja zu dem Punkt, ich möchte Alexander da ausdrücklich zur Seite springen, auch bei der Berliner Bewertung. Nicht nur bei Energie, liebe Freunde, sondern auch bei der Waffenlieferungsfrage oder jetzt beim Doppelwumms, bei den 200 Milliarden, wurde nichts von dem, was in Berlin angestoten worden ist, abgestimmt mit den Nachbarn in Europa, abgestimmt mit der EU-Kommission. Es waren immer einseitige Entscheidungen von Berlin. Ich würde sagen, im Vergleich zu Angela Merkel haben wir heute zur CDU, CSU-Bundesregierung der letzten 16 Jahre, haben wir heute eine Regierung, die sehr national, sehr egoistisch entscheidet, nicht abgestimmt vorgeht. Und das schadet nicht nur Europa, sondern es schadet am Ende der Tage auch Deutschland. Diese Regierung ist angetreten mit Pro-Europa und sie liefert leider Gottes nur Egoismus. Und liebe Parteifreunde, noch einen letzten Gedanken dazu. Wir müssen unbedingt in der Argumentation auf der europäischen Ebene wegkommen von, wenn ich so sagen darf, von die in Brüssel. Gestern habt ihr alle in den Nachrichten mitbekommen, ist die Entscheidung gelaufen mit dem Verbrennungsmotor. Liebe Parteifreunde, wir als CSU gehen die Energiewende technologieoffen an. Wir wollen nicht als Politiker vorschreiben, welche Technologie die richtige ist. Wir als Europäische Volkspartei, weil wir dort gestalten, haben als Gesamtfraktion 200 Mandate, haben als Gesamtfraktion gegen das Verbrennungsverbot gestimmt. Aber dort, wo freie Wähler sitzen, dort, wo die FDP sitzt, liebe Freunde, in der liberalen Fraktion, die das Zünglein an der Waage war bei dieser Entscheidung im Europäischen Parlament, dort haben Aiwanger und Lindner überhaupt nichts bewegen können. Die liberale Fraktion hat für das Verbrennungsverbot gestimmt, auf europäischer Ebene. Und deswegen lasst uns das bitte auch raustragen, lasst uns das bitte auch thematisieren. Es sind die Parteien, die zu Hause schimpfen, FDP und Freie Wähler, die in Brüssel keine Rolle spielen. Wenn die durchsetzungsfähig wären, hätte man den Verbrennungsmotor retten können. Und ich sage ausdrücklich dazu, die Europäische Volkspartei ist auf dem Kurs, den wir als CSU als den Richtigen erkennen. Ja, liebe Angelika, einer deiner Schwerpunkte ist natürlich auch die Wirtschaftspolitik. Gerade die braucht eine sichere Energieversorgung. Wir haben es gestern im Gespräch mit der VBW, die von vielen Ebenen von uns geführt worden ist und auch ganz intensiv von Bertram Brossert gestern noch mal zu hören bekommen, der sich da sehr intensiv einsetzt und sehr kämpft. Was ist aus deiner Sicht gerade hier unendlich wichtig und was kann Europa hier tun? Also ich denke zweierlei. Zum einen die Energieversorgung sicherstellen. Da hast du, Manfred, jetzt viel schon dazu gesagt. Alexander und Thomas Keutzer auch. Übrigens, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat als erste Vereinigung auch einen klaren Vorschlag gemacht, wie man zum Beispiel den Strompreis in den Griff kriegt. Und dieses Strommarktdesign reformiert. Also großes Kompliment hierfür wird auch auf europäischer Ebene noch mitdiskutiert. Ich glaube, was daneben für uns wahnsinnig wichtig ist, ist das Thema Entlasten. Entlasten, entlasten, entlasten. Und wir haben ja viele, viele Vorschläge gerade auf dem Tisch. Ich greife mal willkürlich heraus. Jetzt das Thema Lieferkettengesetz. Wir haben auf europäischer Ebene einen Vorschlag, die Lieferketten hier einfach in den Griff zu kriegen, um damit Menschenrechte eingehalten werden, damit Umweltschutzauflagen auch außerhalb Europas erfüllt werden. Aber liebe Delegierte, wenn wir jetzt heute hergehen und ein hochambitioniertes Lieferkettengesetz in Europa beschließen, dann ist das der Tod für unseren Mittelstand. Ich sage es mal ganz offen, da müssen alle unsere mittelständischen Betriebe dokumentieren, sich informieren, Nachweispflichten erfüllen und, und, und. Also kein Mensch ist dagegen, dass wir uns überlegen, wie wir hier in den Lieferketten, sage ich, mehr Menschenrechtsschutz sicherstellen können. Aber bitte nicht jetzt. Also alles zu seiner Zeit. Wir müssen jetzt in dieser Krisensituation schauen, dass unsere Betriebe hier durchhalten, entlasten, 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 wo das nur möglich ist, runter mit Steuern und Abgaben auf die Energiepreise, liebe Delegierte, zurückstellen, an Projekten, was nicht unbedingt notwendig ist, und schauen, dass wir auch bei uns hier heimische Kapazitäten, was die Energieversorgung anbelangt, hochfahren. Also Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, aber das Thema Energieversorgung, das ist einfach die Achillesferse. Und liebe Delegierte, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird das für unseren Industriestandort einfach schwierig. Deshalb schauen, dass man wirklich da jetzt die nächsten mutigen Schritte macht. Und ich muss das nochmal unterstreichen, was auch der Manfred Weber gesagt hat. Wir brauchen, wir müssen die wirklich die Bundesregierung drängen. Ich kann nichts anderes sagen, dass hier auch die Blockadehaltung beendet wird. Und dass einmal ein konstruktiver Vorschrag auch aus Berlin Richtung Brüssel formuliert wird und wir nicht immer nur hinterherlaufen. Alle anderen europäischen Länder, wenn man sich das mal anschaut, haben ihre Haushalte, haben ihre Bürgerinnen und Bürger entlastet, haben die Unternehmen unterstützt. Und zwar nicht erst gestern, sondern haben im März damit angefangen. Und wo sind wir heute, liebe Delegierte in Deutschland? Wir haben immer noch nichts Konkretes auf dem Tisch. Also das Gebot der Stunde ist jetzt hier da, wirklich die Bundesregierung zu drängen, auch ihre Hausaufgaben auf europäischer Ebene zu machen. Vielen Dank. Ja, lieber Alexander. Stichwort Bundesregierung. Es kamen sehr viele Impulse. Wir haben es gestern auch in der eindrucksvollen Rede unseres Parteivorsitzenden gehört, was wir alles in den letzten Wochen und Monaten angeregt haben. Vielleicht nochmal ganz gezielt von aus deiner Sicht, aus der Bundessicht. Was haben wir bereits getan? Beziehungsweise was ist jetzt dringend nötig? Vielleicht darf ich einen Punkt nochmal aufnehmen, weil er gerade erwähnt worden ist, auch von Manfred, der uns alle extrem umtreibt. Da geht es um etwas Größeres, nämlich der Wohlstand auf der Welt. Das Gefühl haben wir alle, wird gerade neu verteilt. Und der Wettbewerb darüber ist in einem grenzenlosen Gange, nicht nur über die Frage der Energieverteilung, sondern natürlich auch über die Frage der Technologieverteilung, der Innovationsverteilung in der Welt. Und liebe Freunde, man hat manchmal das Gefühl, als ob bei uns diese Entscheidungen, wenn es um Innovationen geht, in einer Gesellschaft, auch in Europa, die in Teilen Innovationsskeptisch ist, dass diese Entscheidungen mehr von moralischen Argumenten getrieben sind, als von echten Vernunftargumenten getrieben sind. Und an dieser einen Entscheidung kann man das ja sehr deutlich sehen. Wenn es um die Frage Automobil und Verbrennungsmotoren geht, dann haben offensichtlich sehr viele inzwischen vergessen, dass gerade der Verbrennungsmotor und das Automobil in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten den Wohlstand in Deutschland, den Wohlstand in Bayern massiv mit vorangetrieben hat. Und deswegen ist es eine dramatische Entscheidung. Wenn wir natürlich selber uns in eine Situation versetzen, dass wir die Technologien, die Wohlstand versprochen haben, nicht mehr in Europa weiterentwickeln wollen. Es ist ein Fehler, auf den Verbrennungsmotor zu verzichten, anstatt zu formulieren, dass wir ihn mit neuen Innovationen, mit neuer Intelligenz auch in eine klimafreundliche Zukunft weiterentwickeln wollen. Ob das mit synthetischen Kraftstoffen oder anders stattfindet, das ist etwas, was die Techniker, die Ingenieure entwickeln müssen. Aber so zu tun, als seien wir ein Kontinent, der keine Innovationen mehr braucht und alles, was nicht mehr gewünscht ist, ins Ausland verschieben kann, das wird am Schluss zu einem erheblichen Verfall von Wohlstand in Deutschland und Europa führen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen müssen wir uns wieder stärker auch mit dieser Frage der Innovationen in allen Bereichen auseinandersetzen, wieder eine Bereitschaft formulieren, auch Neues mitzuentwickeln. Und deswegen auch bei der Frage natürlich der Energieversorgung und der Herausforderungen, die du angesprochen hast, geht es darum, nicht einzelne Technologien zu verteufeln, sondern erstens zu sagen, ja, wir stehen dazu, dass wir einen Energiemix brauchen aus erneuerbaren Energien, ganz selbstverständlich, aber natürlich auch aus anderen, ob das Wasserstoff oder ob das auch neue Elemente beispielsweise in Europa in der Kerntechnologie sind, wo ja andere Länder auch reingehen, zu Recht auch reingehen, diesen Mix brauchen wir. Und bei den Entlastungen, Tanja, lass mich das an der Stelle einfach noch sagen, wir haben die Vorschläge seit Monaten der Ampel unterbreitet. Wir brauchen beim Gas natürlich die Preisbremse. Wir brauchen beim Strom die Preisbremse. Und das mal nochmal in Erinnerung gerufen. Als wir über die Gaspreisbremse gesprochen haben, die Vorschläge formuliert haben, da war Habeck immer noch unterwegs und hat von der Gasumlage gesprochen. Und als dann nach Monaten Diskussion über den Sommer im Deutschen Bundestag vor wenigen Wochen der Habeck verkündet hat, dass er jetzt die Gasumlage doch nicht nutzen wird, da haben die Kolleginnen und Kollegen der Ampel sich einen ganzen Vormittag im Parlament gefeiert, dass jetzt die Gasumlage abgeschafft wird. Liebe Freunde, auch das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Robert Habeck ist doch nicht der Erlöser, auch wenn es manche glauben. Er ist der Erschaffer der Gasumlage. Und deswegen muss er auch daran benannt werden und daran gemessen werden, liebe Freunde. Lieber Thomas, wir fordern nicht nur, wir handeln auch, wir leisten, wir versuchen auch Weichen zu stellen. Und gerade in den letzten Wochen haben wir das auch im Bayerischen Landtag getan. Vielleicht kannst du nochmal darüber berichten, welche Weichen und welche Voraussetzungen wir geschaffen haben und was noch auf der Agenda steht. Das Thema Energie ist natürlich auch bei uns das Thema, das alles andere dominiert. Wir sind dafür nicht direkt zuständig, tun aber in unserem Bereich, was wir können. Wir haben die Genehmigung von Windkraftanlagen erleichtert. Wir werden dies beschleunigen. Wir haben mehr Personal in die Genehmigungsstellen für Stromleitungen gegeben, weil wir die auch unbedingt brauchen aus dem Norden. Also das, was aus bayerischer Sicht getan werden kann, dies werden wir tun. Wir sind aber abhängig von den Entscheidungen in Berlin der Ampel. Und ich warne dringend davor, ich habe den Eindruck, die können das nicht. Die nehmen viel Geld in die Hand und das Programm insgesamt wird murkst, liebe Freunde. Beispielsweise nur den Preis runter zu subventionieren, ohne ihn nach oben abzudeckeln, wird zur Anhebung des Marktpreises führen. Weil nämlich die Beteiligten, die damit handeln, diesen Spielraum ausnutzen werden. Wir haben das erlebt, als wir die Mineralölsteuer gesenkt haben, ist nur ein Teil an die Menschen weitergegeben worden. Den Rest haben die Ölkonzerne eingesteckt und die haben gestern ihre Quartalszahlen begangt gegeben. Die haben ja traumhafte Gewinne auf der ganzen Welt, Gewinne, wie sie noch nie gehabt haben. Und dies müssen wir stoppen, indem wir ordnungspolitisch eingreifen und die Dinge deckeln, sonst laufen uns die Preise nach oben weg. Und wir subventionieren Konzerne, Gaskonzerne und Ölkonzerne in der Zukunft und nicht die Menschen und die Wirtschaft. Zweitens, wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Es ist nicht die Zeit, über zusätzliche Belastungen der Wirtschaft nachzudenken, wie eine zusätzliche CO2-Bepreisung. Es ist auch nicht die Zeit, in der Landwirtschaft darüber nachzudenken, dass wir Flächen stilllegen, liebe Freunde aus Europa. Wir können jetzt keine Flächen stilllegen, sondern wir müssen unsere Ernährungssicherheit gewährleisten in diesem Land. Und deswegen sind wir strikt dagegen. Es ist auch nicht die Zeit, dass wir darüber nachdenken, Walder stillzulegen, dass wir überlegen, ob wir zukünftig Holz noch energetisch nutzen sollen. Denn wenn wir Holz nicht mehr nutzen, dann müssen wir fossile Brennstoffe nutzen, die wesentlich CO2-schädlicher sind. Also keine zusätzlichen Belastungen in dieser schwierigen Zeit für die europäische Wirtschaft jetzt. Dies muss ausgesetzt werden. Und drittens, wir werden noch einmal einen Anlauf machen, ob wir in dieser schwierigen Zeit auf gewisse Vorschriften nicht verzichten können. Entweder dauerhaft oder wenigstens zeitweise, damit nicht durch diese Vorschriften dickig. Der Umbau, die Änderung, die wir jetzt schnell brauchen, so erschwert wird, dass sie nicht zeitgemäß durchgeführt werden kann. Das scheint mir auch ein ganz wichtiger Faktor. Und dann glaube ich, können wir es schaffen. Wir müssen zuversichtlich sein, liebe Freunde. Die Situation ist ernst. Aber wenn wir die Dinge richtig machen, wenn wir gemeinsam anpacken, werden wir sie auch überstehen und uns neu aufstellen für die Zukunft. Allerdings müsste die Ampel endlich handeln, liebe Freunde. Ja, dann darf ich zur letzten Frage kommen, hier bei unserem parlamentarischen Talk, nämlich ein Gespenst, das mal wieder durch Europa und durch Berlin geistert, das wir als Union erfolgreich verhindert hatten in den letzten Jahren, nämlich die Schuldenvergemeinschaftung. Wie ist hier gerade der Stand auf europäischer Ebene, lieber Manfred? Also ich bin selbst in den Landtag gekommen, im Jahr 2002 als junger Abgeordneter, Thomas. Und das war die Zeit, wo der Edmund Stoiber für uns als Bayern, als CSU, schon beim 98er-Wahlkampf und dann beim 2003er-Wahlkampf Linie beschrieben hat. Und das heißt damals ausgeglichener Haushalt. Wir Bayern haben das vorgemacht. Wir Bayern haben das vorgelebt. Ein Land kann wirtschaftlich erfolgreich sein, kann sozial gerecht sein, kann ökologisch investieren, aber trotzdem finanziell nachhaltig sein. Aus dieser bayerischen Initiative heraus haben wir dann Berlin Schuldenbremse, haben wir dann Grundgesetz geändert, haben wir auch in Europa bei der Nacht der Euro-Krise wesentliche Pflöcke eingerahmt, um den Stabilitäts- und Wachstumspakt so zu gestalten, wie er heute ist. Und deswegen ist das Kern-DNA der christlich-sozialen Union, Stabilität, Nachhaltigkeit, ist nicht nur im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, sondern eben auch von den Finanzen her. Ich bin da stolz drauf, dass wir als CSU dieses Branding haben, diesen Schatz haben. Und der steht jetzt wieder zur Debatte. Und da müssen wir jetzt die sein, die wieder der Eisbrecher sind, die Kurs halten. Weil man muss klar sagen, nach der Corona-Krise und jetzt auch mit den Kriegsentwicklungen, die wir haben, hat Deutschland mittlerweile einen Schuldenstaat von Frankreich, Frankreich einen Schuldenstaat von Italien, Italien einen Schuldenstaat von Griechenland. Und Griechenland, ehrlich gesagt, ist relativ stabil aktuell. Aber das hat sich in den letzten Jahren wirklich alles nochmal deutlich potenziert. Und die Hoffnung, dass das dann die nächsten zehn Jahre sich genauso abbezahlt, wie das bei der Euro-Krise war, über Wachstum, der Alex hat es beschrieben, ist nicht mehr automatisch garantiert die nächsten zehn Jahre, ob wir dieses Wachstum haben werden. Deswegen ist es wirklich eine historische Frage jetzt, für uns zu stehen. Und deswegen sage ich für uns auf europäischer Ebene, wenn jetzt der Pakt überarbeitet wird und da wird es eine Revision geben, dann muss die CSU und muss auch unsere Europäische Volkspartei, und da haben wir auch mit Spaniern, mit den Finnen, mit den Griechen, viele Partner, die das so sehen, wie wir das sehen, dann müssen wir der Pflock, der Fels in der Brandung sein. Mit uns wird es kein Wackeln an den Prinzipien von Thio Weigl geben. Drei Prozent Schulden sind schon viel genug. Wir brauchen Stabilität bei den Haushalten, liebe Freunde. Vielen Dank für dieses klare Bekenntnis. Ja, und wie ist da momentan der Sachstand in Berlin? Ja, liebe Freunde, wir wissen natürlich, dass in der Ampel ein ganz anderes Gefühl für die Fragen der Finanzsituation besteht, als das auch gerade von Manfred beschrieben worden ist, als die Grundprinzipien der CSU das sagen. Man hat ja schon das Gefühl, als ob es überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo das Geld herkommt, wie viel Geld ausgegeben wird. Die Ampel wird allein in diesem Jahr 500 Milliarden neue Schulden machen, eine unvorstellbare Zahl, einen riesen Geldkoffer sich in den Keller stellen und in weiten Teilen noch nicht sagen, wie sie ihn überhaupt verwenden will. Das schafft neue Begehrlichkeiten natürlich bei unseren europäischen Partnern. Das spürt man sehr deutlich. Deswegen gibt es ja in Brüssel die Diskussion darüber, ob nicht andere Länder Ähnliches tun können, aber nicht aus eigener Kraft finanzieren, sondern eben aus europäischen Töpfen dies finanzieren wollen. Und dagegen müssen wir uns klar wehren, dieses Aufgabe der Finanzstabilität in Europa, das wäre der erste große weitere Schritt zu einem Abstieg. Wir haben in UK, wir haben in England gesehen, wie schnell die Finanzmärkte ein Land und eigentlich auch einen Kontinent bereit sind, fallen zu lassen. Eine falsche Entscheidung bei der Steuerfrage in UK hat dazu geführt, dass an einem Wochenende das Pfund beinahe zusammengebrochen wäre, wenn nicht die Nationalbank dann massiv eingegriffen hätte, um das Pfund zu stabilisieren. Daran sieht man, wie volatil, wie eng das inzwischen gestrickt ist. Und liebe Freunde, deswegen braucht es von uns immer wieder das klare Signal, nein zu einer Vergemeinschaftung der Schulden, Nein zu Eurobonds. Und ich ergänze es um ein weiteres Debattenpunkt, den es gerade ganz stark aus der sozialistischen, sozialdemokratischen Fraktion heraus diskutiert auch gibt, die Vergemeinschaftung der Sozialversicherung, die Vergemeinschaftung explizit der Arbeitslosenversicherung in Europa. Es darf uns schlichtweg nicht passieren, dass die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann insgesamt für die Arbeitslosigkeit in Europa ihre Beiträge aufwenden müssen. Liebe Freunde, wir sind eine pro-europäische Partei, wir sind mit das Schwungrad für Europa gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Wir wollen das bleiben aus tiefer Überzeugung. Aber Akzeptanz für Europa, für die Europäische Union, können wir auch nur halten, wenn wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht überfordern bei den Finanzfragen in Europa, liebe Freunde. Ja, herzlichen Dank. Ich darf mich bei euch bedanken. Und zwar hat man hier nicht nur gesehen, dass die CSU auf allen parlamentarischen Ebenen von Brüssel über Berlin bis nach München vertreten sind, sondern ihr seid thematisch abgestimmt. Ihr tragt die CSU und vor allen Dingen unser Bayern im Herzen. Auch ein Alleinstellungsmerkmal der CSU. Wir sind tief verwurzelt. Wir setzen uns für Bayern ein. Und ich darf noch mal unterstreichen, was unser Parteivorsitzender gestern gesagt hat. Wir sind die einzige Volkspartei, die auf allen Ebenen Bayern vertritt. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Tanja Schorad-Dremel, für deine sehr, sehr gute Moderation mit unseren unterschiedlichen politischen Ebenen. Und Sie haben es gesehen, dass wir überall stark sind, dass es nicht egal ist, wer regiert. Also noch mal vielen, vielen herzlichen Dank und einen ganz großen Applaus an die Angelika, den Alexander, an den Alex und den Thomas. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank für diese Einordnung. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir werden in Kürze einen Talk haben unter dem Motto Starke Partner, starke Heimat, starkes Bayern. Aber zunächst mal freuen wir uns auch an Tag zwei auf eine kurze Einordnung, auf eine Rede unseres Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder zum Thema Starke Heimat, starkes Bayern. Lieber Markus, die Bühne ist die deinige. Es geht um die Zusammenarbeit der Alpenländer. Gleich gibt es einen Talk dazu zwischen einem Parteifreund, der CSU aus Südtirol und einem aus der Schweiz und der bayerischen Landwirtschaftsministerin. Manfred Söder hat aber vorher noch um das Wort gebeten, um einige Worte an die Delegierten zu richten. Hören wir ihm zu. Keine Sorge, es gibt keine extra Rede. Das war auch anders gedacht. Ich wollte einfach nur herzlich begrüßen und ich freue mich. Denn wenn man auch ein Land ist wie Bayern, das sehr groß und stark ist, das kann man glaube ich sagen, wir können mit zu den stärksten Ländern Europa, braucht man gute Freunde und enge Partner und vor allem mit der Nachbarschaft. Wir unterhalten sehr gute Beziehungen zu unseren tschechischen Freunden, was uns sehr, sehr wichtig ist. Ich war erst kürzlich da. Wir unterhalten enge Beziehungen zu Baden-Württemberg, obwohl sie grün regiert sind. Wir erneuern die Verbindungen zu Hessen in einer sehr engen Verbindung, die wir haben, auch mit dem neuen Ministerpräsidenten dort. Und ganz besonders wichtig ist uns der Alpenraum, weil wir da eine besondere Herausforderung und Chance haben. Und deswegen, liebe Freunde, freue ich mich, dass heute Partner da sind aus der Schweiz. Das wird sowieso viel zu wenig immer geschätzt und beachtet. Wir haben da unsere Verbindungen. Und auch ganz besonders an die Südtiroler, wenn ich das sagen darf. Oder? Ja. Und zu Südtirol sei noch Folgendes gesagt. Nicht nur, dass viele gern hinfahren in den Urlaub. Wir sehen uns immer außer Österreich als enge Freunde, als enge Partner. Und ich habe schon eine gewisse Herausforderung und Sorge. Eine neue Regierung in Rom, die doch aus einer anderen Tradition herauskommt, die Autonomie und Selbstbestimmung, auch Südtirol, sehr wenig achtet. Deswegen kann ich euch sagen, lieber Freund Kompatscher, wir als Bayern und wir als CSU werden uns dafür einsetzen, dass die Rechte und die Autonomie in Südtirol erhalten bleiben, dass eure Rechte gestärkt werden und da könnt ihr euch auf uns verlassen. Herzliches Dankeschön, dass ihr da seid. Die Bühne gehört euch. Dankeschön. Ja, Arno Kompatscher, hier schon anmörderiert von Markus Söder, der Landeshauptmann von Südtirol. Kommt jetzt auf die Bühne hin, oh. Eine Diskussion führen werden, derjenige, der für unsere internationale Beziehung zuständig ist, der Florian Hahn, wird das Ganze moderieren und ein ganz besonders herzliches Grüß Gott auch an die Michaela Kaniber. Bitteschön. Ja, liebe Dorothee Bär, vielen herzlichen Dank für die Überleitung und ja, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Freut mich natürlich, neben unserer Staatsministerin, neben der Michaela stehen zu dürfen, aber ganz besonders ist natürlich die Ehre, dass der Landeshauptmann von Südtirol da ist und lieber Landeshauptmann, Sie kennen oder du kennst die Region hier ganz besonders, denn in der Nachbarschaft Friedberg, da gibt es eine ganz besondere Verbindung, glaube ich, da würden wir uns interessieren, was sich dahinter tatsächlich verbirgt, aber wir freuen uns natürlich auch, dass unser Schweizer Kollege, der Nationalrat, Gerhard Pfister und Parteivorsitzender der Partei Die Mitte da ist und uns die Ehre gibt. Wir reden heute hier über den Alpenraum, der Alpenraum, der etwa 200.000 Quadratkilometer tatsächlich umgibt, der sehr stark deutschsprachig geprägt ist, aber das wissen wir auch, gerade der Schweizer Kollege kann das erzählen, aber auch natürlich Südtirol mit der Grenze zu Italien, viele andere Sprachen, viele andere kulturelle Einflüsse, unglaublich spannend und ich kann nur sagen, für mich ganz persönlich ist es so, ich kann mich nicht erinnern, meine ganze Jugend war davon geprägt, dass ich mal, wenn wir in Urlaub gefahren sind, nicht die Alpen überquert habe und das ging entweder über Österreich und Südtirol nach Italien oder es ging über die Schweiz und nach Italien oder wir sind dazwischen einfach dann auch tatsächlich geblieben und deswegen ist das für mich ganz klar, die Alpen sind auch ein Stück Heimat und ich glaube, das ist auch das, was uns möglicherweise verbindet und deswegen würde mich einfach interessieren, so zum Warmwerden, der Begriff Heimat, was ist das, was bedeutet das für dich, lieber Landeshauptmann? Ja, das ist vielleicht eine wirklich schöne Einstiegsfrage, denn ich denke, gerade das verbindet uns auch. Es war ja die Frage, was verbindet mich mit der Gegend hier? Nun, ich war Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde, Völzermschlern und die Partnergemeinde ist Friedberg, ja, Landkreis Eicher Friedberg, hier höre ich schon, die Friedberger Freunde und da haben wir in all den Jahrzehnten auch dieser Partnerschaft festgestellt, dass uns dieser Heimatbegriff verbindet, nämlich diese starke Wurzeln, die Tradition, diese starke Identität, das ist uns wichtig, gerade in Südtirol auch, eben aufgrund unserer Geschichte und gleichzeitig eben auch dann die Idee, dass diese starke Wurzeln die Voraussetzung dafür sind, offen zu sein, europäisch zu sein, neugierig zu sein und auch entsprechend innovativ das Leben zu meistern, eben weil man stark verwurzelt ist und weiß, wo man steht. Ja, lieber Arno, vielen herzlichen Dank, Gerhard Pfister, Heimat für einen echten Schweizer, was bedeutet das? Ein echter Schweizer definiert sich zuerst über seine eigene Heimat, seine eigene Region und erst dann als Schweizer, man ist zuerst Kantonsangehöriger und dann Schweizer, das heißt, die Verbundenheit, da wo man herkommt und da man ist, ist zentral. Die Schweizerinnen und Schweizer lieben das Föderalistische, sie organisieren sich möglichst kleinräumig in einem kleinen Staat, sodass die unterste Ebene möglichst viel Entscheidungsfreiheit hat. Das ist für Außenstehende manchmal kompliziert, aber es schafft etwas, was dann Heimat ist, nämlich Bindung. Dass das, was lokal geschieht, bestimmt werden kann, beeinflusst werden kann, mitgestaltet werden kann, das ist uns in der Schweiz sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir auch einen anderen Blick, wir sind natürlich als Schweizer, sagt man immer, das ist auch richtig, die Europäische Union ist unser wichtigster Handelspartner. Das ist sie tatsächlich, aber wenn man genauer hinsieht, ist es nicht die Europäische Union, sondern ist es Bayern, Baden-Württemberg und die Lombardei. Das heißt, dort spielt sich eigentlich unser Verhältnis zur Europäischen Union ab. Und das betont eigentlich auch wieder, dass wir geneigt sind, die regionalen Lösungen, das Gute miteinander auskommen, über die Grenzen, die Nähe zum Nachbarn, dass wir das pflegen, dass das ein Erfolgsrezept ist. Wir sind ein Land, das unglaublich international vernetzt ist. Ich komme aus einem Kanton, aus einer Stadt, in der Nord Stream 1 und 2 ihren Geschäftssitz haben, in dem einer der größten Rohstoffproduzenten seinen Sitz hat. Und von diesem Sitz aus, von diesem Hochhaus aus, sieht man in 500 Meter Distanz, sieht man einen Landwirtschaftsbetrieb, sieht man Kühe. Diese Verbindung von Heimat, von Ländlichkeit, aber auch Internationalität, ist etwas, was ich glaube, ein Erfolgsrezept ist des alpinen Raumes. Also man sieht jetzt hier schon an den Wortmeldungen natürlich unglaubliche Schnittmengen mit sozusagen auch der bayerischen Mentalität, mit der Einstellung zum Subsidiaritätsprinzip. Und unser Motto Laptop und Lederhose oder Heimat aus der Sicht der Ministerin, die, wenn es jemanden gibt, der wirklich auch die Alpen repräsentiert, dann glaube ich auch die Michaela Kannibar. Michi. Ja, vielen Dank, lieber Flo. Also ich glaube, Heimat kann man ja geografisch gar nicht so festmachen, sondern es gibt einen wunderbaren Spruch, der sagt, Heimat ist ja kein Ort, sondern es ist ein Gefühl. Und das, was uns verbindet und was uns, glaube ich, gemeinsam auch bestärkt in der Sache, sind gemeinsame kulturelle Hintergründe, Traditionen. Es ist, es geht über gutes Essen, geht es ja dann schließlich weiter. Es sind allesamt Genussregionen. Und ich glaube, dass dieser gemeinsame Wirtschaftsraum, aber trotzdem diese Weltoffenheit, zu zeigen, wie viele Menschen mit anderen, ja, nationalen Hintergründen tatsächlich auch Fuß fassen, das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Und unser Ministerpräsident Dr. Söder, der Markus, der hat ja damals als Finanzminister ein Heimatministerium geschaffen. Und mit Verlaub, wenn jemand Heimat schreiben kann und wenn jemand weiß, was das für ein Gefühl ist, dann, glaube ich, ist das in Bayern schon sehr tief verankert. Und was mir in der Seele wehtut, wenn man heute diese Ampel beobachtet, was sich da tatsächlich abspielt und wenn es dann heißt, von einer Bundesinnenministerin, die sagt, der Begriff der Heimat ist eigentlich negativ besetzt, man muss sie neu definieren. Nein, das muss man nicht. Wir, glaube ich, sind die besten Beispiele, dass Heimat einen tiefen Punkt im Herzen ausmacht und dass man eben das weltoffen definieren kann. Ja, da kann man nur Applaus geben, liebe Michaela. Und ich glaube, das, was ja auch gesagt wurde, lieber Gerhard Pfister, du hast es auch gesagt, wir haben ja unglaubliche Transformationen hinter uns, aber das ist sozusagen der Kern, ist natürlich der Gedanke der Heimat und das ist auch so attraktiv, dass natürlich sehr viele gerne zu uns kommen. Nach Bayern, nach Südtirol, nach in die Schweiz oder auch nach Österreich. Und deswegen ist für uns eigentlich alle, das ist auch sozusagen eine große Gemeinsamkeit, natürlich das Thema Tourismus, ein ganz wichtiges und auch eins, was uns stark macht und uns auch in der Vergangenheit so stark gemacht hat, dass wir sozusagen uns ausweiten konnten, dann auch in andere Felder und deswegen auch wirtschaftlich sehr groß geworden sind. Aber trotzdem darf man ja diesen Kern auch nicht vernachlässigen. Und ich glaube, dass neben dem größten Meine Damen und Herren, wir blenden uns aus dieser Diskussion jetzt einmal kurz auf. Wir kommen gleich dorthin wieder zurück für die Diskussion der Vertreter der alten Länder, der alten Räume. Denn mein Kollege Michael Kronz hat einen Gast gehabt, und zwar die Präsidentin des Bayerischen Landtags in München, Ilse Aigner. Bei mir ist Ilse Aigner, die ich sehr herzlich begrüße. Wir haben gestern in einer Rede ein, sagen wir mal, Versprechen an die Bayerinnen und Bayern gehört. Wir kommen durch die Krise. Wie schlimm ist denn die Krise im Augenblick? Ja, natürlich gibt es viel Unsicherheit bei den Menschen, gerade was den Winter betrifft, aber auch das nächste Jahr, was die Energieversorgung betrifft, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, eben alles zu unternehmen, um diese Unsicherheiten auch zu beseitigen. Und deswegen drängen wir gerade immer wieder drauf, die eigenen Leistungen voranzubringen. Natürlich auch Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel, aber natürlich auch weitere Weichenstellungen zum Beispiel. Was ist mit der Gasversorgung? Was ist mit den Preisen? Sie haben gesagt, die Energiekrise ist die eigentliche Krise, von dem alles ausgeht. Wie stark betrifft sie die bayerische Wirtschaft? Ja, Bayern ist ein Industrieland und wir haben unglaublich viel Stromverbrauch, gerade auch in der Wirtschaft, in der Industrie, aber auch in den Handwerksbetrieben. Wir sind eigentlich die Leistungslokomotive in ganz Deutschland und deshalb können wir uns das auch nicht leisten in ganz Deutschland, wenn diese stottert. Und deswegen brauchen wir viel Strom und viel Energie. Nicht nur Strom, nicht nur Gas, sondern auch andere Energieträger. Wir haben ja erlebt, dass es einen heftigen Streit gegeben hat über die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Da gab es ein Machtwort jetzt. Man kann ein Machtwort auch so verstehen, dass es sozusagen die letzte Möglichkeit des Kanzlers ist, einen Frieden herzustellen. Wie lange wird denn das dauern, bis das wieder aufbricht? Das kann ich nicht beurteilen. Auf alle Fälle ist es wirklich ein sehr seltenes Instrument. Also ich war ja auch selbst in der Bundesregierung. Ich glaube, Angela Merkel hat nicht ein einziges Mal sozusagen die Richtlinienkompetenz ziehen müssen. Aber es war dringend notwendig, dass jetzt hier auch Klarheit geschaffen wird. Wenn es nach mir geht, müsste es aber nicht nur bis zum April nächsten Jahres gehen, sondern darüber hinaus. Weil bei allen Anstrengungen werden wir die Stromversorgung nicht bis im April so weit voranbringen, dass wir darauf verzichten können. Nochmal zu der Rede von Markus Söder. Das war eine sehr auf Bayern zentrierte Rede. Das ist logisch, weil Sie haben in einem Jahr die Landtagswahlen. Aber er hat Bayern auch sehr konservativ charakterisiert. Das war mal anders. Naja, ich würde jetzt nicht sagen nur konservativ, sondern auch fortschrittlich. Weil diese Verbindung, die wir früher mit Lederhose und Laptop ja hatten von Roman Herzog, aber auch jetzt bei uns halt auf Neu, Heimat und Hightech, das zeigt ja eben, dass wir beides können. Auf der einen Seite sehr verwurzelt in meiner Region, aus der ich komme, ist Tradition und braucht ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch das Lebensgefühl ist ein wichtiges Lebensgefühl eben. Und dazu aber eben diese Fortschrittlichkeit. Sonst wäre Bayern nicht zu stark. Hat Sie denn damals geärgert, dass er gesagt hat, das ist so eine Art von Flüchtlingstourismus? Damit hat er so ein bisschen natürlich versucht, rechte Positionen für sich zu gewinnen. Aber das ist dann nicht ohne Risiko? Also, dass das damals eine unbestritten schwierige Situation gewesen ist und übrigens jetzt auch momentan wieder sozusagen, wir schon wieder in der Phase sind, das ist unbestritten. Wortwahl hat er ja selbst auch korrigiert und deswegen ist auch das richtig so. Wie dramatisch ist denn die Situation? Wir haben gestern zum Beispiel von der Oberbürgermeisterin aus Neu-Ulm gehört. Eigentlich gibt es ganz viele Städte und Gemeinden, bei denen eigentlich die Möglichkeit nicht mehr ist, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, wir haben schon wieder starke Zahlen. Das hat mit der Ukraine zu tun, aber hat auch mit anderen Ländern zu tun, wo die Menschen zu uns kommen. Und ja, es werden leider wieder Turnhallen auch belegt, weil noch nicht die Container stehen. Das ist ganz schlecht, weil die Kinder brauchen auch den Sportunterricht. Und deswegen ist das mittlerweile auch schon wieder eine große Herausforderung. Unser Innenminister Joachim Herrmann weist da immer wieder drauf hin und da müssen wir auch wirklich aufpassen, dass wir diese schwierige Situation gerade jetzt stemmen können. Abgesehen von dieser Situation in Bayern ist da die Frage, macht sozusagen die Regierung in Berlin die falsche Politik, was die Flüchtlinge anbetrifft? Also auf alle Fälle darf ich nicht die falschen Signale aussenden. Also zum Beispiel eine Entscheidung, jetzt wie das Bürgergeld, ist natürlich auch eine Entscheidung, die einen Pull-Effekt auslösen kann. Und ich glaube, das sollten wir momentan nicht tun. Frau Aigner, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren. Dankeschön. Ja, und damit sind wir wieder zurück hier im Plenum beim Talk der Vertreter aus den Alpenländern. Starke Heimat, starke Partner, starkes Bayern. So ist dieses Gespräch überschrieben. Arno Kompatscher, der Landeshauptmann von Südtirol, Gerhard Pfister aus der Schweiz, Präsident der Partei Die Mitte und die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kani diskutieren. Im Moment gerade ist das Thema Tourismus dort am Tisch im Zentrum. Den Alpenraum sollte man schützen, hat die bayerische Landwirtschaftsministerin gesagt, auch weiterentwickeln. Allerdings auch noch einmal auf das strategische Ziel der Ernährungssicherung im Alpenraum hingewiesen. Hören wir nochmal rein. Dass wir eine starke Landwirtschaft brauchen. Und das hat die Bevölkerung uns als Auftrag gegeben, in die Verfassung geschrieben, an die wir uns jetzt zu halten haben. Beim Tourismus ähnlich. Dort hat die Bevölkerung bei uns einmal reagiert, indem sie gesagt haben, die vielen leer stehenden Ferienwohnungen, die kalten Betten in den Alpen, das ist ein Problem. Wir müssen der Landschaft Sorge tragen. Und ich glaube, das müssen wir uns sehr viel stärker bewusst sein. Die Natur und die Landschaft ist ein immenses Kapital. Es ist ein immenses Kapital, das wir haben, dem wir unglaublich Sorge tragen müssen. Weil das ist das, was zukünftig immer wertvoller wird in einer Welt, die vom Klimawandel betroffen wird. Und das kann natürlich nur die Voraussetzung sein, dass wir einen starken Tourismus haben. Ohne das geht es nicht mehr. Wenn ich in die Berge fahre und dort urbane Landschaften antreffe, dann muss ich nicht dahin. Und deshalb müssen wir diesen Landschaft, diesen ökologischen Anliegen sehr, sehr stark Sorge tragen. Das heißt nachhaltigen Tourismus, für den der Alpenraum prädestiniert ist. Das können eigentlich nur wir bieten, weil wir neben einer starken Landschaft, einer schönen Landschaft, eben auch eine starke Wirtschaft haben, die das dann eben promoten kann und unterhalten kann. Also ganz klar sozusagen auch die Ausrichtung, zu sagen, erstens weiterhin auf Tourismus und Landwirtschaft setzen zu müssen, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, den Wohlstand zu erhalten. Aber gleichzeitig natürlich das zu verbinden, notwendigerweise mit dem Thema Naturschutz. Gibt es Vorzeigeprojekte? Was ist sozusagen das im Moment, das Projekt, was euch da am allermeisten am Herzen liegt? Arno, du nickst. Ja, wir haben momentan doch eine ziemlich starke Debatte. Wir haben eine Bettenlimitierung jetzt beschlossen, eben im Hinblick einer Qualitätsoffensive. Noch einmal, wir sagen nicht Masse, sondern Klasse. Wir wollen die kleinen Betriebe noch stärken. Die sollen auch durchaus noch etwas wachsen dürfen. Aber wir wollen diese familiengeführten Betriebe stärken. Das hat Landflucht vermieden. In Südtirol, das eint uns ja auch wieder mit Bayern. Bei uns ist es noch auf dem Land lebenswert. Es gibt Infrastruktur, es gibt entsprechende Möglichkeiten. Und das Zweite ist natürlich die ganze Mobilitätsoffensive. Wir setzen auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff. Und hier haben wir ja bereits einen regen Austausch auch mit Bayern, weil wir wollen hier eng zusammenarbeiten. Wir wollen im ÖPNV vermehrt Wasserstoff einsetzen, aber auch insgesamt auch die Nord-Süd-Achse, auch die Brenner-Autobahn damit ausstatten. Und hier wirklich auch nachhaltiger den Verkehr organisieren. Auch den Touristen das wirklich als Angebot mitgeben. Wie man sich in Südtirol dann bewegt. Auch damit schon ein ganzes Programm erstellen. Und das Ganze muss natürlich digital abrufbar sein. Ganz einfach niederschwellig für den Gast. Aber ein wichtiger Punkt, wenn ich den hier anbringen darf, ist für mich schon, dass wir die Kooperation bei der Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wir müssen die Anschlüsse an die Bahn, die Verlagerung von der Straße auf die Bahn, wirklich sehr viel stärker fördern. Die Schweiz hat vor ein paar Jahren den längsten Eisenbahntunnel der Welt eröffnet. 50 Kilometer quer durch den Gotthard durch. Das verkürzt die Reisezeit zwischen Frankfurt und Mailand massiv. Die Schweiz hat dafür über 30 Milliarden Euro selber bezahlt und aufgewendet. Was jetzt noch fehlt, sind die Anschlüsse für den Güterverkehr. Und da habe ich Ihnen eine Bitte, wenn Sie das können, setzen Sie sich dafür ein, dass in Deutschland die Bahninfrastruktur massiv aufgewertet wird. Das ist das Beste, was Sie tun können. Ich musste heute, Entschuldigung, ich muss mich dafür wirklich entschuldigen, damit ich heute rechtzeitig hierher kommen konnte, musste ich das Flugzeug nehmen von Zürich nach München. Das ist völliger Nonsens. Aber mit der Bahn können Sie nicht von Zürich nach München in einer vernünftigen Zeit kommen. Das ist Blödsinn. Wir in der Schweiz, wir haben eine ausgezeichnete Bahninfrastruktur. Aber wenn die Anschlüsse in Deutschland, in Italien nicht funktionieren, dann ist das für Europa nichts wert. Und deshalb setzen Sie sich dafür ein, dass möglichst viele Güter auf die Bahn gehen. Setzen Sie sich dafür ein, dass die Deutsche Bahn wieder eine attraktive Alternative zum Flugzeug und zum Autor wird. Das ist die beste nachhaltige Politik, die Sie betreiben können. Absolut. Und das nehme ich natürlich selber gerne als Bundestagsabgeordneter auf. Wir haben ja in der Vergangenheit auch selber mit den Bundesministern, die wir in den Bereich stellen konnten, tatsächlich viel vorangebracht. Aber das muss natürlich jetzt kontinuierlich weitergehen. Und da brauchen wir natürlich auch ein entsprechendes Engagement. Wir merken nämlich, dass diese Bundesregierung sich in ihrer Orientierung vom Süden tatsächlich abwendet. Und da müssen wir unglaublich aufpassen, dass wir ja auch in dieser tatsächlich Kooperation mit unseren Nachbarländern im Süden tatsächlich nicht an Engagement nachlassen. Michi, du hast bestimmt auch ein besonderes Engagement für das Thema, das wir angesprochen haben. Na unbedingt. Also wenn man heute sieht, der interalpine Verkehr darf einfach keinem Infarkt erliegen. Und für uns ist das natürlich auch ein Herzensanliegen, bedauerlicherweise. Und das muss man auch an dieser Stelle sagen. Man gibt die Ampel ja viel lieber Geld aus für irgendwelche 9 oder 49-Euro-Tickets für ein städtisches Klientel und versucht, die Andockung, die Anbindung der ländlichen Räume eben gar nicht zu erreichen, weil die Regionalisierungsmittel oft nicht zur Verfügung stehen. Also es ist eine dramatische Situation, die eigentlich uns die Lage schon erschwert. Aber das heißt nicht, dass wir hier aufgeben und dass wir hier nicht weiterkämpfen würden. Ein Punkt, aber das hat man jetzt sehr schön gesehen, lieber Arno Kompatscher, auch dieser Sprung zu sagen, was wollen wir für einen Qualitätstourismus erreichen. Die Begrenzung der Bettenkapazitäten auf der einen Seite. Aber ich denke auch, wir haben ein gemeinsames Thema, das uns auch die Grundlage für diesen Tourismus schon auch aktuell in Gefahr bringt. Nämlich der Wolf. Und wenn ich heute schaue, dass diese einzigartige Kulturlandschaft vielleicht nicht mehr bewirtschaftet wird, weil wir nicht in der Lage sind, den Schutzstatus zu senken. Und deswegen auch nochmal mein großer Appell. Unsere Regionen sind touristisch deswegen so stark, weil wir eine Landwirtschaft haben, die das mit Herzblut bereitet. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das auch zu unterbinden, dass wir, ich höre ja, was in Italien zum Beispiel los ist beim Thema Wolf. Also das ist völlig der falsche Weg, völlig der falsche Weg. Und deswegen kämpfen wir auch hier im Übrigen im absoluten Schulterschluss. Man meint immer, der Wolf ist ein kleines Thema. Nein, er ist die ganz große Angelegenheit für eine Schönheit, für die Schönheit vieler Länder und Regionen. Und vielleicht nur einen Satz zum Thema Wasserstoff. Also ich glaube, für uns in Bayern ist der zentrale Punkt, dass wir ja nicht seit gestern etwas für den Wasserstoff tun, sondern dass wir ja schon 1990 eigentlich die Wegbereiter waren, Vorreiter, Vordenker in der Technologie mit einer eigenen Wasserstoffoffensive. Wir haben aktuell 2019 schon ein Wasserstoffzentrum in Nürnberg nochmal gegründet. Und deswegen ist es für uns ganz zentral, dass wir als Drehkreuz auch gesehen werden können. Aktuell ein Bündnis, Bündnispartner, 300 Bündnispartner aus Wissenschaft, Forschung, aus der Wirtschaft, die hier tatsächlich etwas tun können. Und natürlich kann Wasserstoff nicht von heute auf morgen passieren. Machen wir uns nichts vor. Aber entscheidend ist die lange Perspektive, dass wir eben die Grundlagen schaffen. Dass wir sagen, wie schaut es denn aus mit einer Infrastruktur an den Häfen? Wie schaut es denn aus, übergreifend regional, um den Netzausbau? Das können wir ja auch nicht bayerisch allein denken, sondern das können wir nur gemeinsam tatsächlich schaffen. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier auch zusammenhalten. Und ich glaube, man sieht diese wunderbare Perspektive auf der einen Seite wirklich ganz bodenständig in den kleinen Themen, die eine große Wirkung haben für die Wirtschaftlichkeit, für die Stabilität, aber vor allem auch die Schlagkraft dieser ländlichen Räume. Also ich glaube, da sind wir beim Thema Wasserstoff, dass da, glaube ich, wirklich ein großes Zukunftsthema ist, gerade auch für die Transitländer Bayern, Schweiz, Österreich, Südtirol, weil wir natürlich mit Blick auf die Technologie, mit Blick auf die Frage, was ist wirklich effizient, worauf kann man sich dann auch verlassen? Wir sehen, dass beim Thema Lkw vermutlich Wasserstoff tatsächlich die Lösung ist und weniger nur batteriebetriebene Elektromobilität, sondern eben die Kombination aus beiden. Und deswegen müssen wir, glaube ich, unglaublich Gas geben bei der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur, der entsprechenden Netze. Aber da haben wir auch Herausforderungen. Ich glaube, sozusagen die Technik verstehen wir und können wir. Aber die Frage ist, was ist jetzt tatsächlich konkret zu tun? Arno. Ja, wir haben eigentlich schon jetzt wirklich einige Dinge konkret umsetzen können in Südtirol. Wir haben ziemlich lange die größte Wasserstoffbusflotte gehabt in Europa. Ja, wir haben jetzt auch noch einmal ausgebaut, auch mit europäischer Unterstützung, mit europäischen Wiederaufbaugeldern, wo wir natürlich jetzt das Tankstellennetz auch ausbauen. Wir produzieren grünen Wasserstoff. Aber was ganz wichtig ist, ist eben der Schulterschluss zwischen den Regionen in Europa, dass wir das auch natürlich grenzüberschreitend denken und grenzüberschreitend entwickeln. Und hier gibt es gute Gespräche mit Bayern. Also unsere zuständigen Minister sind im Austausch, damit wir auch das jetzt gleich auch auf lange Korridorstrecken aussehen. Und das ist das Wichtigste. Gerade für den Lkw-Güterverkehr geht es ja um Strecken, die auch Standardstrecken sind. Und da muss man, da kann man beginnen, da schließt sich der Kreis zwischen Angebot und Nachfrage. Sonst werden wir keine Lkw haben, weil es keine Infrastruktur gibt. Es wird keine Infrastruktur geben, weil es keine Abnehmer gibt. Hier müssen wir in Vorleistung gehen mit der Infrastruktur. Und das beginnen wir jetzt. Und hier arbeiten wir gerne zusammen. Natürlich parallel den Schienenausbau noch. Das ist ein Anliegen, das ich voll mit unterstütze. Es geht ja jetzt kräftig voran. Und darüber freuen wir uns, dass jetzt auch die Trassendefinierung stattfindet. Und da müssen wir auch schauen, dass es europäisch dann endlich eine Vereinheitlichung des Regelwerks gibt, damit die Züge wirklich frei fahren. Hier gibt es noch viel zu viele Hindernisse. Hier muss Europa eben genau seine Kraft zeigen, dass man eben Grenzen überwinden kann, auch in Bezug auf die Regelungen. Damit die Bahn richtig attraktiv wird für den Güter- und für den Personenverkehr. Das große Projekt ist natürlich der Brenner-Basistunnel mit den Zulaufstrecken. Wir werden von Bozen in etwas mehr als zweieinhalb Stunden dann in München sein können. Und das lässt uns dann wesentlich näher noch einmal zusammenrücken. Wasserstoff in der Schweiz. Ja, bezüglich Wasserstoff, bezüglich Automobilindustrie als Schweizer in Bayern etwas zu sagen, ist viel zu anmaßend. Ich möchte ein anderes Beispiel dazu sagen. Die Schweiz ist ein Land, das im Moment noch 100 Prozent ihre Stromproduktion, 100 Prozent CO2 frei macht. Wir brauchen kein CO2 für unsere Elektrizität. Wir haben 60 Prozent Wasserkraft, 30 Prozent Kernkraft nach wie vor und 10 Prozent Erneuerbare. Und hier spielt der Wasserstoff zukünftig eine große Rolle. Wir produzieren im Sommer zu viel Strom. Im Winter müssen wir in Spitzenzeiten importieren, insbesondere aus Frankreich, aus Kernkraft. Und Wasserstoff ist hier eine intelligente Speichermöglichkeit. Das heißt, wenn wir hier Projekte machen könnten, wie der Schweizer Sonnenstrom im Sommer produziert, gespeichert werden können, dass man in den Wintermonaten der Knappheit dann diese Speicher wieder benutzen könnte, da spielt der Wasserstoff eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben jetzt in der letzten Session im Parlament einen massiven Ausbau der Photovoltaik beschlossen. Wir gehen weit hinauf in die Berge, bauen großflächige Sonnenenergieanlagen. Aber wenn wir dort im Sommer zu viel Strom haben, können wir den nicht speichern. Und das wäre, da ist der Wasserstoff ein Power to Gas. All diese Dinge sind hochinteressant. Und wenn man hier im Alpenraum eine bessere Kooperation hinkriegen könnte, wäre das, glaube ich, zum Nutzen von allen drei. Genau, diese Spitzen abzufangen, das ist auch sozusagen die Initiative, die wir auch in Bayern vorantreiben, die der Ministerpräsident auch gestern angekündigt hat mit der Stationierung hier regional, dieser Elektrolyseur-Technologie. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt zum Abschluss an unsere Gäste noch eine Frage, weil wir selber manchmal aus dem Kopfschütteln nicht rauskommen, was unsere Bundesregierung so macht. Aber wenn ihr hört, wenn ihr seht, dass wir unseren wichtigsten Hafen, gerade an die Chinesen geben, wie wird das wahrgenommen in der Schweiz? Wir nehmen das sehr skeptisch wahr. Die Schweiz ist ein Land, das mit China ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, vor ein paar Jahren. Wir waren damals überzeugt vom Dogma Wandel durch Handel. Das heißt, dass der wirtschaftliche Austausch auch eine Verbesserung der politischen Situation in China bringt. Das Gegenteil ist geschehen. Und wir müssen einfach erkennen, dass der Westen in dieser Frage viel zu naiv ist. Er ist viel zu naiv, er ist da viel zu liberal. Er übersieht, dass die Chinesen nicht nach den Regeln spielen, von denen sie profitieren. Sie profitieren nur einseitig. Wir lassen uns dort auskaufen. Es ist in der Schweiz ein großes Thema. Und persönlich muss ich sagen, ich bin ziemlich fassungslos, wie man jetzt in einer Zeit, wo man merkt, wie es katastrophale Abhängigkeiten von Russland gibt, wie man sich sehenden Auges in neue und stärkere Abhängigkeiten gibt. Weil China ist dann wirtschaftlich dann schon noch einmal eine andere Größe als Russland. Und das ist aus meiner Sicht brandgefährlich und ist ein Aufsverkauf von Europa. Und unseren Werten halte ich für völlig falsch. Ja, vollkommen richtig. Liebe Freunde, es gab mal den Vorwurf an Bayern, da würden die Uhren anders gehen. Franz Josef Strauß hat dann gesagt, nein, bei uns gehen sie richtig rum. Und ich glaube, wenn wir eins abschließend feststellen können, dann gibt es unglaublich viele Schnittmengen, allein an gemeinsamen Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, aber auch die Ansätze, die wir gleich denken, und große Gemeinsamkeiten. Und ich glaube tatsächlich, in der Zusammenarbeit liegt dann tatsächlich auch die Kraft, diese Herausforderungen wirklich stemmen zu können. Deswegen, ich kann nur sagen, nicht nur, wenn es um Urlaub geht, nicht nur, wenn es ums Lebensgefühl geht, man fühlt sich manchmal Südtirol und Österreich und der Schweiz näher als vielleicht Helgoland oder Binz. Insofern schön, dass ihr da wart und wir diese auch wirklich tiefe Freundschaft zwischen Bayern und unseren Freunden in den anderen alten Ländern noch mal pflegen durften. Ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure weite Anreise. Wir hoffen, dass wir das beim nächsten Mal dann via Infrastrukturausbau schneller hinbekommen. Und ein herzliches Dankeschön. Ihr kriegt einen Löwen von uns und die Michaela standesgemäß einen sehr, sehr schönen Blumenstrauß. Herzlichen Dank. Und genießt noch den Parteitag und kommt danach vor allem auch wieder gut und gesund nach Hause. Dankeschön. Großer Applaus, bitte. Ein Gespräch zwischen den Gästen aus der Schweiz, aus Österreich, inklusive der bayerischen Landwirtschaft. Ministerin, jetzt bekommen alle den bayerischen Löwen im Porzellan als Dank und Michaela Kanneber auch einen Blumenstrauß für diese Diskussion. Und es ging darum, die Gemeinsamkeiten herauszuholen. In diesem Alpenraum, der, wie wir ja gehört haben, eine Fläche von ca. 220.000 Quadratkilometern umfasst. So, jetzt, der Parteitag hat so ein bisschen die Reihenfolge geändert, aber das ist ja eigentlich relativ normal bei solchen Ereignissen. Und jetzt setzt der Parteitag die Antragsberatungen weiter fort. Die hatten ja gestern Abend stattgefunden. Und gestern Abend wurde dann ja auch bis zum Schluss des Parteitags, bis es dann in den einbayerischen Abend überging, Einträge berabten. Und nun sind wieder Angelika Niebler und Stefan Müller, die Leiter der Antragskommission, vorne auf dem Podium und nehmen den Ball wieder auf, wo sie waren. Völlig abgeschlossen ist der größere Komplex, der Hauptkomplex A. Nämlich da ging es um Familienpolitik, insbesondere Bildung, Kultur und Wissenschaft. Und jetzt sind wir beim Antrag B18. Jetzt sind wir in dem... Es geht um Pflegenotstadt. So, es gibt jetzt eine Wortmeldung dazu. Es geht darum, Maßnahmen gegen Pflegenotstadt umgehend zu ergreifen. Dr. Alex von der Seniorenunion, ich bitte um ein kräftiges Zeichen für diesen Antrag, weil ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir den Pflegenotstand aktiv bekämpfen und dazu die Ampel in Berlin auffordern. Vielen herzlichen Dank. Besten Dank. Das kann man nur unterstützen und unterstreichen. Dann kommen wir, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, zur Abstimmung. Es geht darum, um die Zustimmung. Das hatte die Antragskommission auch empfohlen. Diesen Antrag der Seniorenunion in dem großen Komplex B, der Gesundheit und Pflege umfasst. Es sind keine konkreten Maßnahmen gelangt, sondern es ist eine allgemeine. Das Motum ist hier Überweisung an die Landtagsfraktion. Ich sehe keine Wortmeldungen. Es ist aber auch von hier oben schwer zu erkennen. Ich würde jetzt mal darum bitten, dass man vielleicht für uns einigermaßen die Gänge frei macht, dass wir auch sehen, wenn es Wortmeldungen gibt, sofern sie nicht angekündigt worden sind. Ja, hier im Raum ist ein bisschen Bewegung, während es darum geht, den Antrag B19 abzustimmen. Er soll überwiesen werden zur Bayerischen Landtagsfraktion. Das geht um die Stärkung der Pflege im ländlichen Raum. Berta 20 zum Thema 24-Stunden-Betreuung. Arbeitstitel live in Kraft. Antragstellerin ist die Frauenunion Bayern. Das Votum der Antragskommission ist Zustimmung zu diesem Antrag. Gibt es Wortmeldungen hierzu? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich um das Votum bitten. Wer ist für diesen Antrag? Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag somit angenommen. Danke. B 21, da geht es auch um Pflege. Votum wäre hier Überweisung an die Landtagsfraktion. Emi. Ich würde darum bitten, sozusagen dem Votum mit der Überweisung abzulehnen und tatsächlich dann im Nachgang zuzustimmen. Die Junge Union Bayern hat sich hier gute Gedanken gemacht. Es geht darum, Kita-Plätze im Bereich des Pflegepersonals zu organisieren. Es geht darum, Wohnraummöglichkeiten für Pflegepersonal zu organisieren. Vor allem für die Ballungsräume ist es entscheidend. Es geht darum, Prävention wieder als Arbeitsfeld für die Pflege attraktiv zu machen. Was sehr, sehr richtig ist, das ist nämlich die Antwort der CSU auf die unsäglichen Vorstellungen von Lauterbach, von seinen Gesundheitskiosken, was für den ländlichen Raum bedeutet, dass da vielleicht eine Pflegekraft drin hockt und das in dem Bereich, dass man sagt, ein Kiosk und dann die Pflege hockt drin. Also das ist einfach von der Professionalität her und von der Karrieremöglichkeit einfach ein ganz schlimmer Sprachgebrauch. Und dann eben auch die Nachtfeiertagszuschläge. Das ist eine Urforderung des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CSU, dass wir es organisieren, dass da einfach Dienst zu besonderen Zeiten, wie wir es ja in anderen Berufsfeldern auch kennen, dass es tatsächlich auch umgesetzt wird. Deswegen würde ich sehr darum werben, die Überweisung abzulehnen und dann diesem hervorragenden Antrag der Jungen Union Bayern zuzustimmen. Danke schön. Herr Mitzel, die gesprochen hatte, ist auch selber Gesundheits- und Krankenpflegerin, sitzt im Deutschen Bundestag. Und jetzt wird darüber abgestimmt. Wer ist gegen die Überweisung? Das sind mehr. Dann lassen wir jetzt abstimmen über den Antrag in der Sache. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag so beschlossen. Damit hat Emmi Zollnus Plädoyer Zustimmung gefunden. Mission Zukunft Pflege, Attraktivität für ausländische Fachkräfte erhöhen. Auch dieser Antrag ist von der Jungen Union Bayern gestellt. Hier lautet das Votum der Antragskommission auf Überweisung an die Bayerische Landtagsfraktion. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Emmi, nein? Gut, dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer ist für Überweisung? Es geht darum, dass bayerische Anwerbungsbüros im Ausland eröffnet werden sollen und staatliche Darlehen für Übersetzungsleistungen ausgegeben werden sollen. Votum der Kommission ist Überweisung in die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Das wird jetzt auch so passieren. Antrag B23, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Votum ist hier Zustimmung. Ich sehe keine Wortmeldungen. Wer ist für diesen Antrag? Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist so beschlossen. Wir kommen zu Antrag B24, Sicherstellung der Refinanzierung des Tariftreuegesetzes. Herr Bernhard Seidenhardt hat diesen Antrag gestellt. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wird hierzu das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab. Wer ist für Zustimmung zu diesem Antrag? Bitte um Wortmeldung. Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag angenommen. Dankeschön. Antrag B25 geht es auch um Pflege. Votum hier, Überweisung an die Landtagsfraktion. Ich sehe keine Wortmeldungen. Wer ist für die Überweisung dieses Antrags? Gegenstimmen? Es geht um die stärkere Ausbildung von Fachkräften. Und dies wird auch im Bayerischen Landtag überwiesen. Thema Mission Zukunft Pflege. Hier geht es um den verstärkten Ausbau. von Pflegeschulen im ländlichen Raum. Auch hier wird vorgeschlagen, von der Antragskommission diesen Antrag der CSU-Landtagsfraktion zu überweisen. Liebe Delegierte, gibt es Wortmeldungen hierzu? Eine Wortmeldung von Kollegin Emmi Zollner, bitte. Ja, die Bitte wäre an die Kollegen in der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, natürlich vor allem noch mal sich in den Regionen umzuschauen, wo sind Ausbildungsplätze, Kapazitäten vorhanden. Wir wissen ganz genau, dass Pflegekräfte sich meistens in einem Radius von 20 bis 25 Kilometern bewegen. Und das bedeutet in der Übersetzung, dass es dringend geboten ist, dass innerhalb von 20 bis 25 Kilometern beispielsweise eine Ausbildungsstätte vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, auch das Anliegen unseres, also ich weiß, es ist das Anliegen unseres bayerischen Gesundheitsministers, dass wir wirklich schauen, wo setzen wir da noch mal in den Regionen die Schwerpunkte. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag das auch diskutiert. Und für die Zukunft muss dann auch neben jeder Ausbildungsstätte für die generalistische Ausbildung auch die Assistenzausbildung mit angehängt werden, sodass wir wissen, in der Pflegeassistenz und in der Generalistik sind einfach Einheiten zusammengebunden, Synergien gefunden. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das gut in der Hand des Kollegen Seidenaths im Bayerischen Landtag auch ist. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, weil Dreh- und Angelpunkt ist immer die Ausbildung. Danke. Vielen Dank, Emil Zollner. Und danke auch für den Hinweis. Ich denke, dass die Kollegen im Bayerischen Landtag, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auch die Anregungen aufnehmen werden. Dann darf ich zur Abstimmung kommen. Vorschlag ist Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion. Ich darf um Ihr Votum bitten. Wer ist für diesen Überweisungsantrag? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Eine Stimme. Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag zur Überweisung hiermit angenommen. Und nochmal vielen Dank für die Hinweise. B27, Pflege, Pflegestudiengang attraktiver gestalten. Hier schlagen wir Ihnen Zustimmung vor. Ich habe keine Wortmeldungen. Wer ist für diesen Antrag? Dankeschön. Wer ist dagegen? Ich sehe jetzt keine Enthaltungen. Dann so beschlossen. Wir kommen zu Antrag B28. Ausreichende Anzahl an Aus- und Weiterbildungsplätzen in der Kindertagespflege. Antragstellerin ist die Junge Union Bayern. Liebe Delegierte, Vorschlag der Antragskommission lautet auf Überweisung wieder an die CSU-Landtagsfraktion. Gibt es Wortmeldungen hierzu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über dieses Votum, also Überweisung an die Landtagsfraktion. Wer ist dafür, bitte? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Sie niemanden. Wer enthält sich? Dann ist eine Enthaltung. Dann ist mit breiter Mehrheit die Überweisung hier beschlossen. Bitte. B29, Ausbilder in der Pflege. Hier schlagen wir Ihnen auch Zustimmung vor. Wortmeldungen sind keine angezeigt. Wer ist für diesen Antrag? Danke sehr. Gegenstimmen? Ich sehe keine Enthaltungen. Auch keine dann so beschlossen. Wir kommen zu Antrag B30. Mission Zukunft Pflege. Abrechnungssysteme vereinheitlichen und digitalisieren. Antragstellerin Junge Union Bayern. Auch hier schlägt die Antragskommission Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion, an die CSU-Landesgruppe, Entschuldigung, im Deutschen Bundestag vor. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich zur Abstimmung kommen. Wer ist für die Überweisung an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag? Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Gegenstimme. Keine Enthaltung. Dann wird dieser Antrag an die Landesgruppe im Deutschen Bundestag verwiesen. Herzlichen Dank hierfür. Und damit haben wir den großen Bereich Bertha, nämlich alle Themen oder Anträge im Hinblick auf Gesundheit und Pflege, abgeschlossen. Das sind ganz wichtige Anträge gewesen, liebe Delegierte. Ich sage schon mal zwischendurch vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit, in dem Sie Anträge eingereicht haben und für Ihr Mitwirken auch hier heute Morgen. Stefan. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Abschnitt C, Innenrecht, Migration. Ich rufe auf Antrag C1, Zentrale Vollzugsbehörde, Wirtschaftssanktionen. Wir schlagen Ihnen hier Zustimmung vor. Gibt es da Wortmeldung? War das eine Wortmeldung, Herr Doktor? Nein? Gut. Dann bitte ich jetzt, wer diesem Antrag zustimmen will, um Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine? Danke sehr. Dann kommen wir zu Antrag C2, Stärkung und Kontrolle der Cyberwar-Fähigkeit, Antragstellerin Junge Union Bayern. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wortmeldungen sind nicht ersichtlich. Damit bitte ich um Ihre Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Antrag C3, Taskforce zur Löschung pädokrimineller Inhalte im Netz. Wir schlagen auch Zustimmung vor. Keine Wortmeldungen. Wer ist für diesen Antrag? Danke sehr. Dagegen? Ich sehe jetzt keine Enthaltungen. Auch keine. Dann so beschlossen. Ich darf aufrufen. Antrag C4, Haftstrafen für Bettler-Mafia, Antragstellerin Junge Union Bayern. Hier lautet die Stellungnahme der Antragskommission auf Ablehnung. Ich blicke in Ihre Runde. Wird das Wort dazu gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich um Ihr Votum bitten. Wer ist für Ablehnung, wie von der Antragskommission vorgeschlagen, dieses Antrags? Bitte um Worten, um Meldung. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Mehrheit für Ablehnung des Antrags. Sind wir einer Meinung? Ja. Dankeschön. C5, Partnerschaftsgewalt noch stärker bekämpfen. Hier schlagen wir Ihnen Zustimmung vor. Keine Wortmeldungen. Wer ist für diesen Antrag? Dankeschön. Dagegen? Keine Enthaltungen? Auch keine. So beschlossen. Wir kommen zu Antrag C6. Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Finanzielle Ausstattung von Frauenhäusern verbessern. Antragstellerin ist die Junge Union Bayern. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer ist für den Antrag? Den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Auch niemand. Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Dankeschön. Ich komme zu Antrag C7. Gesetzeslücke schließen. Catcalling abahnten. Überweisung an Landesgruppe und Landtagsfraktion ist hier vorgeschlagen. Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen. Dann bitte ich um Zustimmung zur Überweisung. Wer kann dem folgen? Gegenstimmen? Haltungen, dann zur Überweisung beschlossen. Wir kommen zu Antrag C8. Einsatzkräfte schützen. Blaulichtverbot abschaffen. Antragstellerin ist die Junge Union Bayern. Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Mir liegen keine Worte. Uns liegen keine Wortmeldungen vor. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit einstimmig angenommen. Besten Dank. Ich komme zu Antrag C9. Gesellschafts- bzw. Gemeinschaftsjahr. Hier ist die Stellungnahme Überweisung an Parteivorstand und Grundsatzkommission. Mir liegt dazu eine Wortmeldung von Thomas Huber vor. Ich bitte alle, die sich dazu zu Wort melden möchten, sich beschreiben, um mal in die Gegend eines dieser beiden Mikros zu bewegen, damit wir auch erkennen, wie viele Wortmeldungen wir haben. Und wenn es möglich ist, kurze, zumindestens aber präzise Wortmeldungen, keine Regierungserklärungen. Nicht, dass der Tom Huber da jetzt verdächtig wäre, aber ich sage es bloß vorsichtshalber dazu. Also, Tom, größtes Wort. Ja, verehrtes Tagespräsidium, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich mache es wirklich ganz kurz. Nachdem bei diesem Antrag Votum der Antragskommission ausschließlich positiv ist, verstehe ich die Stellungnahme nicht, dass wir überweisen, sondern ich erwarte mir heute von diesem Parteitag ein klares Signal in der Sache. Und deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag. Dankeschön. Bitteschön. Richard Grassl, stellvertretender Vorsitzender der Mittelstandsunion. Wir halten grundsätzlich diesen Antrag auch für gut. Einen Punkt hatte ich aber noch für wichtig, dass man in der, gut, wenn es jetzt bei Überweisung bleibt, in der weiteren Beratung oder sonst in der Ausgestaltung, und es ist ja ein sehr offen gehaltener Antrag, den Wirtschaftsaspekt aussieht. Gerade unsere Ausbildungsbetriebe, solche Institutionen, sollen natürlich nicht dann zur Last derer gehen. Also, wurscht, ob jetzt Beschluss oder Überweisung diesen Aspekt beachten, weil es muss ja auf alle Fälle noch im Detail ausgestaltet werden. Danke. So, besten Dank. Ich habe jetzt den Winfried Bauspack, den Max Straubinger, der Tom Huber bleibt mal vorsichtshalber stehen, wenn ich das richtig sehe. Die Bitte wäre trotzdem, dass alle, die jetzt schon wissen, dass sie sich zu Wort melden, schon mal gleich zum Mikro gehen. Bitteschön. Ja, liebe Delegierte, ich finde, der Antrag ist sehr offen formuliert. Er fordert nur ein, dass wir uns einer strukturierten Debatte zuwenden, ergebnisoffen. Und wenn wir die ganzen Fragen der Resilienz, die heute diskutiert werden, sehen, wenn wir die Frage stellen, ob Deutschland bei Katastrophenfällen sich künftig auch genug gewappnet sieht, auch bei militärischen Angriffen, dann ist diese Diskussion, glaube ich, notwendig. Und deshalb möchte ich dem Tom Huber beipflichten und würde darum bitten, dass wir diesen ergebnisoffenen Dialog auch einfordern, in Form einer Zustimmung zu dem Antrag. Vielen Dank. Danke sehr. Ich habe jetzt Max Straubinger als Nächsten gesehen. Achso, Entschuldigung, ihr habt euch schon aufgereiht. Sehr schön. Max. Das ist ja egal. Sehr, liebe Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte dafür plädieren, also der Antragskommission zu folgen. Der Antrag ist ja sehr offen formuliert. Also von daher kann ich auch leben, wenn ich auch ganz offen bin und sage, dass ich ein Gesellschaftsjahr ablehne. Denn ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, glaube ich, ist nicht nur aus rechtlichen Gründen. Dafür gibt es letztendlich nur die Frage des Wehrdienstes, dies auch mit einzuführen. Ich glaube nicht, dass wir junge Menschen verpflichten können, sich für die Pflege unserer älteren Bürger hier in der Pflichtsituation hier besonders also mit einzubringen, sondern es entscheidend ist für diese Pflegeberufe, das ja oft der Hintergrund ist, auch solcher Anträge, dass wir dem mit entsprechenden Angeboten und mit entsprechenden, sage ich, Besserstellung des Freiwilligendienstes hier in finanzieller Hinsicht wesentlich mehr erreichen können. Und das Zweite ist, ich möchte schon erinnern daran, warum wurde die Wehrpflicht ausgesetzt? Weil wir zu dem Zeitpunkt keine Wehrgerechtigkeit hatten in unserem Land. Da muss man mit feststellen, dass 30 Prozent der wehrfähigen Männer, die wurden gezogen, andere weitere 30 Prozent haben dann vielleicht noch Ersatzdienst gemacht und 40 Prozent haben überhaupt keinen Dienst gemacht. Und das muss man auch dabei sehen, wenn man für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr wäre, das ja nicht nur dann die männlichen, sondern auch die weiblichen Jungen also mit betreffen würde, dass wir das organisatorisch gar nicht mit zustande bringen können. Ich bin sehr dafür, die Diskussion mitzuführen. Aber wie wollen wir auch die jungen Leute jetzt mit einem Pflichtjahr letztendlich hier geißeln? Da habe ich kein Verständnis dafür. Und auch die Wirtschaft kann kein Verständnis dafür haben. Denn wir haben auch die entsprechenden Ausbildungsberufe. Und da wartet die Wirtschaft mit drauf. Deshalb Überweisung an die Landesgruppe wie an die Bayerische Landtagsfraktion. Mit dem kann ich auch leben. Danke. Danke schön. Bitte sehr. Ich möchte mich dem Kollegen Straubinger am weitesten anschließen. Wir haben eine junge Generation, die die letzten Jahre extrem gelitten hat. Kein Abiball, Studium und auch Schule, nicht in Präsenz, sondern digital. Soziale Kontakte haben gelitten. Und jetzt ist unsere Antwort obendrauf noch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Das kann es für die junge Generation nicht sein. Und wenn wir schon über ein Gesellschaftsjahr reden, deswegen möchte ich für die Überweisung werben, dann müssen wir uns auch gewisse Kompensationen überlegen. Bringt so ein Gesellschaftsjahr dann beispielsweise Rentenpunkte? Denn das wäre nur fair für die junge Generation. Deswegen bitte ich um die Überweisung. Florian Hahn. Ja, liebe Freunde, ich möchte auch für die Überweisung plädieren und glaube, dass wir viele Dinge dabei beachten müssen. Meine Vorrednerin hat gerade zu Recht ausgeführt, dass wir eine junge Generation haben, die durchaus gerade durch Corona stark unter Druck gekommen ist, auf vieles verzichten musste. Wir haben aber auch eine junge Generation, die mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme ganz andere Herausforderungen auch noch in Zukunft bewältigen muss. Und sozusagen hier tatsächlich ein Jahr zu nehmen, halte ich schon für einen sehr, sehr schwerwiegenden Eingriff. Einen Eingriff, der im Übrigen auch die Frage aufwirft, wie nützlich ist der tatsächlich. Und hier will ich mal auch berichten aus dem Forum, das wir gestern hier am Parteitag haben, wo der General Bühler, der Vier-Sterne-General, ganz klar zu Protokoll gegeben hat, dass er eine Einführung einer sozusagen Wehrpflicht auch in Form einer Dienstpflicht, selbst für einen vielleicht kleineren Teil, für nicht militärisch, nicht nützlich ansieht. Und ich will das mal auch begründen. Ich will es begründen, dass wir sehen, als wir, wenn wir uns erinnern, als wir 2010 die Wehrpflicht ausgesetzt haben, da hatten wir eine Situation, da war auf einen Wehrpflichtigen, waren sieben andere Dienstposten, zivile und militärisch, vom Kreiswehrersatzamt bis zur Kleiderkammer. Und jetzt sagen wir mal, wenn wir heute sehen, dass wir wahrscheinlich super digitalisiert sind, Vorsicht, Humor, und das hinbrecht denn tatsächlich, dass wir einen Versorgungsgrad von 1 zu 4 bekämen, und wir davon ausgingen, dass wir innerhalb einer Dienstpflicht vielleicht 15.000 junge Soldatinnen und Soldatinnen haben pro Jahr, müssten wir einen Apparat aufbauen mit nochmal 60.000 zivilen und vor allem aber militärischen Mitarbeitern, die sich um diese 15.000 kümmern. Das ist etwas, was wir allein personell nicht haben, das wir aber auch monetär nicht haben. Das Geld, das wir jetzt zusätzlich zur Verfügung bekommen, die 100 Milliarden, die brauchen wir, um in moderne Infrastruktur zu investieren, in moderne Waffensysteme, in Munition, in tatsächlich die Dinge, die wir für Landes- und Bündnisverteidigung brauchen. Wir brauchen keine allgemeine Dienstpflicht, um Landes- und Bündnisverpflichtungen nachzukommen und unser Land zu sichern. Deswegen bitte ich dem Votum der Antragskommission zu folgen. Vielen Dank. Dankeschön, Florian Hahn. So, Tom, bist du einverstanden, erst mal alle aufzurufen, die noch nicht dran waren? Weil sonst wird es langsam ein bisschen schwierig. Ich sehe ehrlicherweise auch nicht, wie viele sich noch zu Wort gemeldet haben. Kann ich jetzt mal davon ausgehen, dass alle, also ich sehe jetzt noch den Konrad Körner, ich sehe die Ilse Aigner, ich sehe den Holm Putzke. Jawohl, hier sehe ich noch drei, inklusive Thomas Huber. So, dann bitte jetzt mal alle, die jetzt sich zu Wort melden, zu einem Mikro zu begeben und alle, die sich nicht zu Wort melden, sich vom Mikro fort zu bewegen. Sonst erschwert uns das ein bisschen das Geschäft hier oben. So, ich gehe jetzt davon aus, dass alle, die jetzt beim Mikro stehen, das sind nämlich auf der Seite noch drei und da drüben kann ich es nicht erkennen. Eine lebhafte Debatte über die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres findet hier gerade statt. Die Diskussion geht weiter. Ja, liebe Delegierte, wir haben schwere Jahre hinter uns, gerade für die Jugend, das ist unbenommen. Aber erstens verstehe ich nicht, warum gegen den Antrag hier gesprochen wird, wenn es gerade darum geht, Überweisung oder nicht. Und der Antrag bewusst offen gehalten ist. Ich finde den Antrag sehr gut. Er möchte eine ergebnisoffene Diskussion. Ich finde, auch die Diskussion muss geführt werden. Natürlich muss dieses Thema ausgestaltet werden. Ich glaube allerdings nicht, dass das eine Generation noch betreffen wird, bis wir dieses Projekt umgesetzt haben, die noch von Corona in dieser Form betroffen sein wird. Wir reden ja schon dann über die nächste Generation. Deswegen glaube ich, diese Bedenken sollten wir da nicht vorschieben. Ich würde es auch nie so formulieren, wir sind doch alle Profis hier, dass man sagt, da wird der Jugend ein Jahr weggenommen. Was für ein Populismus. Wir müssen doch das positiv darstellen. Und die Jugend oder eine junge Generation weiß selbst, dass für den gesellschaftlichen Zusammenhalt was getan werden muss, dass in einer Gesellschaft es auch Pflichten gibt, wo Rechte sind. Und ich glaube, wir tun gut daran, da die Jugend nicht minder zu bemitteln und nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, ihr Armen, sondern zu sagen, ihr habt eine Chance, ihr könnt das was ergreifen und ihr könnt euren Beitrag leisten und wir sind da stolz auf euch. Und ich glaube, das sollten wir in den Vordergrund stellen. Die Junge Union hat sich in ihrem Grundsatzprogramm vor vielen Jahren schon dafür ausgesprochen. Und ich fände das hervorragend, wenn es der Parteitag ja auftut. Herzlichen Dank. Besten Dank. Dann müsst ihr euch jetzt einigen. Tom, wenn du willst, bitte sehr. Aber ich fände es jetzt schlecht, wenn erst mal die drankommen, die noch nicht dran waren. Ja, grüß Gott, wertes Präsidium, liebe Mitglieder, liebe Delegierte. Als Staatsbürger in Uniform stehe ich heute Ihnen, vor Ihnen ohne Uniform, weil es mir wichtig ist, dass wir jetzt nicht vertagen, sondern massiv in die Diskussion jetzt unmittelbar einsteigen. Der 24. Februar, der frühe Morgen des 24. Februar in diesem Jahr hat uns gezeigt, dass wir keine Zeit haben, zu diskutieren. Wir brauchen Entscheidungen. Und wir brauchen sie jetzt. Und dieser Parteitag sollte das deutlich zeigen. Wir wollen unsere Gesellschaft und müssen unsere Gesellschaft hierzu wehrfähiger machen. Und das müssen wir in allen Bereichen tun. Und deswegen kann ich meinem Vorredner nur zustimmen, wenn er sagt, wir müssen die Jugend daran bringen, in den einzelnen Berufsgruppen sich einzubringen, damit am Ende des Tages die Gesellschaft wehrfähiger wird. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Jetzt Ilse Aigner. Ja, wertes Tagespräsidium, Tagungspräsidium, liebe Delegierte. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, warum man einen Antrag, der nur einen Dialogprozess anregt, überweisen soll. Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe die ganzen Argumente, die jetzt gekommen sind, die kann man alle nachvollziehen. Und ich habe da auch großes Verständnis dafür, die Belastung der Jugend, die Wirtschaft, alles Mögliche, die Plätze, die man braucht. Aber so eine Debatte in einem Dialog zu führen, halte ich für vollkommen unverfänglich. Ich glaube, so etwas kann man auch mit einem Parteitag beschließen. Und darum würde ich bitten. Ich darf jetzt mal die steile These, dass das Schicksal des Votums der Antragskommission ziemlich absehbar ist. Weswegen ich ehrlicherweise auch frage, ob alle Wortmeldungen, weil wir gleich auch den Friedrich Merz empfangen, tatsächlich noch sein müssen. Oder ob wir jetzt nicht tatsächlich abstimmen und möglicherweise dann auch zweimal abstimmen müssen. Besteht damit ein Verständnis oder ist das Mitteilungsbedürfnis noch so groß bei allen, die sich zu Wort gemeldet haben, jetzt für diesen Antrag zu sprechen, so wie ich das jetzt hier gerade einschätze? Das scheint jetzt einmal nicht der Fall zu sein. Ich komme zur Abstimmung. Und lasse jetzt erst mal abstimmen über das Votum der Antragskommission, nämlich Überweisung an den Siegenden Parteivorstand. Er stimmt jetzt darüber ab, ob ein verbindliches Gesellschafts- oder Gemeinschaftsjahr eingeführt werden soll. Beschlossen hat er ja, die Antragskommission das zu überweisen, an den CSU-Parteivorstand und die Grundsatzkommission. Damit ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Dieser Vorschlag ist gerade abgelehnt worden. Der Parteitag will, dass dieser Sache zugestimmt wird. Da müssen wir jetzt gleich mit dem Votum abwerfen. Ich kann noch in die Diskussion reinwerfen, dass ja auch gestern der Bundespräsident in seiner Grundsatzrede dafür geworben hat, sich stärker für die Gesellschaft einzusetzen und ein soziales Pflichtjahr noch einmal unterstützt hatte, für das er sich stark macht, dass es eingesetzt werden soll. So, die CSU-Führung soll jetzt damit auch beantragt werden. Das scheint eine klare Mehrheit zu sein. Ich würde sagen, das war eindeutig. Der Antrag ist angenommen. Und damit hat der Parteitag für diesen Antrag gestimmt, dass sich nämlich die CSU-Spitze dafür einsetzen sollte, dass ein Gesellschafts- und Gemeinschaftsjahr verpflichtend eingeführt wird. Jetzt geht es um verpflichtende Orientierungskurse für Verbesserung der Integration. Die Antragskommission findet, dass dieser Antrag sich erledigt habe. Wollen wir gar nicht mehr darüber abstimmen, oder? Gibt es dagegen Wortmeldungen? Dann würde ich darüber nicht abstimmen lassen, nachdem sich der Antrag erledigt hat. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Antrag. Stefan C. 11. So, ich höre gerade, dass Friedrich Merz da ist. Das heißt, wir würden hier mit der Antragsberatung abschließen. Wir haben gestern schon die Entscheidung getroffen, dass die Anträge, die jetzt nicht aufgerufen werden konnten, dann bei einem kleinen Parteitag, bei einem Parteitag, ob in Präsenz oder digital, wird noch geklärt, dann weiter beraten werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für die engagierte Diskussion, fürs Mitmachen hier und sagen jetzt alles Gute und noch einen schönen Parteitag. Ja, Stefan Müller hat noch mal klar gesagt, dass damit das Thema Antragsberatungen auf diesem Parteitag beendet ist und dass es einen kleinen Parteitag geben wird, denn offenbar ist jetzt bereits Friedrich Merz über 1.000 oder über 1.000 CSUlerinnen und CSUler hier im Saal haben, sondern wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt auch von unserer Schwesterpartei Besuch bekommen. Und uns ist es eine ganz besondere Freude, dass wir nicht nur den CDU-Parteivorsitzenden bei uns begrüßen dürfen, sondern auch den alten und neuen CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Ich glaube, der Volker hier neben mir, aber auch die Bundestagskolleginnen und Kollegen, die da sind, können bestätigen, dass wir wirklich mit dem Friedrich Merz einen ganz hervorragenden Fraktionsvorsitzenden auch haben im Deutschen Bundestag, der es auf jeden Fall auch immer schafft, mit seinen Reden im Plenum ja den Bundeskanzler so herauszufordern, dass der dann doch mal aus seiner Haut gerät. Das passiert ja nicht so häufig. Normalerweise duckt er sich weg oder vergisst, was er am Tag vorher gesagt hat. Deswegen sind wir zumindest in Berlin sehr froh über unseren Fraktionsvorsitzenden. Und ich sehe jetzt schon, dass er auch mit unserem Parteivorsitzenden Markus Söder, mit den Generalsekretären, mit der stellvertretenden Generalsekretärin auch hier auf dem Weg ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dem Vorsitzenden unserer Schwesterpartei hier auch einen sehr guten, einen sehr warmen Empfang bereiten können. Liebe CSUlerinnen, liebe CSUler, begrüßt ganz herzlich mit mir den Parteivorsitzenden der CDU, Friedrich Merz. Vielen Dank. 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 Chris Söder hat die Frauenquote für die CSU freiwillig kassiert. So, jetzt machen wir Söder. Ich begrüße herzlich den Vorsitzenden der CDU Deutschland. Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Liebe Freunde und Freunde, nur zwei Sätze. Lieber Friedrich, herzlich willkommen in Bayer. Du kennst dich mit der CDU-Fraktion. Du kennst uns gut. Du kennst uns gut, wir kennen dich gut. Und ich darf das ganz persönlich sagen, wir hatten es gar nicht so gedacht. Wir arbeiten auch aber glänzend zusammen. Und zwar nicht nur, weil wir wissen, dass ich das letzte Jahr nicht wiederholen soll. Nicht nur, weil wir wissen, dass wenn wir zusammenstehen, erfolgreich sind und wenn wir uns streiten, das Gegenteil der Fall ist, sondern weil wir auch eine gemeinsame Philosophie, eine gemeinsame Idee haben, wo Deutschland hin soll. Und dass es derzeit in Deutschland mit dieser Regierung, mit dieser Ampel einfach schlecht läuft. Und da wollen wir als CDU und CSU ein gemeinschaftliches Signal der konstruktiven, aber auch der klaren politischen Botschaften setzen. Du magst es in Berlin ganz hervorragend. Herzliches Dankeschön. Auf gute Zusammenarbeit. Herzlich willkommen in Bayern bei der CSU. Lieber Markus Söder, liebe Freundinnen und Freunde der CSU, herzlichen Dank für das sehr herzliche, sehr freundliche Willkommen. Ich freue mich heute Morgen hier in Augsburg bei Ihnen sein zu dürfen. Ich freue mich, dass CDU und CSU gut zusammenarbeiten. Das haben wir gemeinsam, Markus in Hannover gezeigt. Und das zeigen wir heute auch noch einmal in Augsburg. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Applaus Ich freue mich viele Freunde, bekannte Kolleginnen und Kollegen, Wegbegleiter hier im Saal zu sehen. Das zeigt, wie gut wir zusammenarbeiten, wie lange wir uns zum Teil schon kennen. Ich sage mal nur exemplarisch für viele, meine langjährige gute Freundin, Kollegin, Ihre Landtagspräsidentin heute, liebe Ilse Aigner, schön, dich zu sehen. Eine große Freude. Manfred Weber, unseren gemeinsamen Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament. Und liebe Freundinnen und Freunde, eine ganz besondere, große Freude für mich ist es, Alexander Dobrindt heute hier zu sehen, hier zu treffen, in seiner Heimat, in seinem Land, Bundesland Bayern. Lieber Alexander, ganz einfach von dieser Stelle herzlichen Dank für die richtig gute Zusammenarbeit in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wir beide wissen das. Das war nicht immer selbstverständlich. Und lieber Markus, wir haben uns zu Beginn des Jahres getroffen und einmal über das Jahr 2021 gesprochen. Das war am Kirchsee. in Oberbayern. Das war ein guter Platz in jeder Hinsicht. Und wir haben uns eines fest vorgenommen. So etwas wie 2021, so ein Annus Horribilis, das wird sich nicht wiederholen zwischen CDU und CSU. Die Bundestagswahl am 26. September letzten Jahres, gut ein Jahr her, war das Ergebnis, war die Antwort. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Wir haben das schlechteste Wahlergebnis bekommen, das wir in der Geschichte der Union bei einer Bundestagswahl hatten. Und liebe Freundinnen und Freunde, das war nicht so, weil die anderen so gut waren, sondern das war, weil wir nicht mehr gut genug waren. Und daraus haben wir die Konsequenzen gezogen. Und daraus haben wir die Konsequenzen gezogen. Eine Bundestagsfraktion, eine Partei, die CDU, eine Schwester, die CSU, die zu einem neuen Miteinander gefunden haben. Und dieses Wahlergebnis vom letzten Jahr haben wir angenommen, als einen Wählerauftrag. Auch wir haben einen Wählerauftrag bekommen in Berlin, im Deutschen Bundestag. Dieser Wählerauftrag lautet Opposition, Kontrolle der Regierung, Angebote, Vorschläge zu machen, was man besser machen müsste. Wir sind nicht das fünfte Rad am Wagen. Wir sind konstitutiver Bestandteil der demokratischen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ohne uns, ohne eine kraftvolle Opposition wäre die Demokratie keine Demokratie. Und diese Aufgabe füllen wir auch aus. Und ich kann heute nach einem Jahr sagen, in aller Bescheidenheit, aber auch ein bisschen selbstbewusst, wir sind mit dem, was wir jetzt gemeinsam in diesem Jahr 2022 auf den Weg gebracht haben. Wir sind wieder zurück auf Platz 1 in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Da sind Sie in Bayern ja etwas mehr daran gewöhnt, als wir im Rest der Republik. Aber wir sind es jetzt zusammen, CDU und CSU. Die Wählerinnen und Wähler haben das Gefühl, ja, diese Union ist auf einem ganz guten Weg. Die machen ganz gute Vorschläge. Die schauen natürlich immer noch auf diese Koalition. und diese Koalition hat, das ist doch auch ganz normal, nach einem Jahr immer noch einen gewissen Kredit. Aber dieser Kredit wird kleiner. Er wird täglich kleiner. Er wird jede Woche kleiner. Das Zutrauen, die Zustimmung der Menschen in Deutschland zu dieser Koalition, dieser Ampel in Berlin, schrumpft. Und das hat etwas mit den Themen zu tun. Das hat etwas mit der Art zu tun, wie Sie Politik machen. Das hat etwas mit den Versäumnissen zu tun, über die wir sprechen müssen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, dieses Jahr 2022 ist nicht so verlaufen, wie wir uns das zu Beginn vorgestellt haben. Da gibt es ein Datum. Und dieses Datum wird sich ganz tief in die Geschichte Europas, die Geschichte der Welt einschreiben. Das ist der 24. Februar 2022. Der Tag, an dem der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Wir alle hätten uns das nicht vorstellen können, dass so etwas noch einmal in Europa geschieht. Wir haben uns 1990 auf den Weg der deutschen Einheit gemacht, der Vollendung der europäischen Einheit. Wir sind zurück nach Berlin gegangen, die deutsche Hauptstadt, und waren eigentlich ganz sicher, dass in den nächsten Jahrzehnten Friede und Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft nicht mehr aufzuhalten sein werden. Und das war, ich will daran erinnern und will es sehr ernsthaft hier heute sagen, das war ja nicht nur eine Annahme von uns, eine Naivität von uns, sondern das war auf der Basis von Verträgen, die gemacht worden sind, nicht nur des Vertrages über die deutsche Einheit, nicht nur den 2-plus-4-Vertrag, der alle alliierten Vorbehaltsrechte über Deutschland aufgehoben hat. Da gab es noch mindestens 2 weitere Verträge, die uns diesen Anlass zum Optimismus gegeben haben. Das war zum einen die Charta von Paris, ein Vertrag, an dem 32 europäische Staaten teilgenommen haben und die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada und Russland. Damals noch die Sowjetunion, die erst kurz danach auseinanderbrach. In dieser Charta von Paris haben sich alle Europäer, unsere Verbündeten in Amerika und die damalige Sowjetunion verpflichtet, nur noch friedlich miteinander zu kooperieren, das Ende des KSZE-Prozesses beschrieben und vor allem das Ende des Kalten Krieges. Und ich will darauf hinweisen, liebe Freundinnen und Freunde, weil es ja nun auch immer wieder Missverständnisse in Deutschland gibt, Missinterpretationen, falsche Behauptungen, die da lauten, Ja, es gäbe ja Grund für Russland jetzt misstrauisch geworden zu sein, die NATO näher an das Territorium von Russland heran, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen doch die Geschichte nicht vergessen. Im Jahr 1997 hat es einen russisch-ukrainischen Freundschaftsvertrag gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Ukraine das Land nach den Vereinigten Staaten von Amerika, das die meisten Atomwaffen besaß. In der Annahme, dass Russland die Verabredungen aus diesem Vertrag einhält, hat dieses Land, diese Ukraine von 1997 an alle Atomwaffen abgegeben, hat abgerüstet, hat das gemacht, was viele auf der Welt doch erwarten von uns allen, dass wir nicht rüsten, sondern abrüsten. Und alle diejenigen, die heute immer noch sagen, bis hin zum Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, dass Waffen, das Bundeswehr, das Bewaffnung, das Verteidigungsfähigkeit, das falsche Signal sind für Frieden und Freiheit auf der Welt, der sei auf diesen Vertrag hingewiesen. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist leider immer noch so, wir müssen verteidigungsfähig bleiben auf dieser Welt, damit wir Frieden und Freiheit auf Dauer jedenfalls da, wo wir Leben verteidigen können. Und deswegen haben wir eine so intensive Diskussion nach diesem 24. Februar geführt über die Frage, wie wir denn jetzt gemeinsam auf diese Aggression, auf diesen Angriffskrieg, auf diese völlig neue Herausforderung, vor der wir stehen, reagieren können. Und dann gab es den 27. Februar 2022, morgens um 10 Uhr, an einem Sonntag, hält der Bundeskanzler, der Bundesrepublik Deutschland, gibt eine Regierungserklärung ab. Und ich weiß nicht, wie es den Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag gegangen ist und ergangen ist, wie Sie das empfunden haben, Alexander und viele andere. Ich bin an diesem Sonntagabend nach Hause gefahren und habe das Gefühl gehabt, da haben wir einen Bundeskanzler erlebt, der die richtigen Worte gefunden hat, der die richtigen Konsequenzen daraus bereit ist zu ziehen und der vor allem bereit ist, diese historische Aufgabe anzunehmen, jetzt wirklich etwas zu ändern in diesen grundsätzlichen Fragen unserer Außenpolitik, unserer Sicherheitspolitik, unserer Verteidigungspolitik. Ja, und es hat uns etwas überrascht, mit diesem Vorschlag jetzt endlich dauerhaft, so war seine Formulierung, ab sofort zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung auszugeben und ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in das Grundgesetz zu schreiben, um die Bundeswehr besser auszurüsten. Wow! Wir sind nach Hause gefahren und hatten den Eindruck, ich jedenfalls, da macht sich ein sozialdemokratischer Bundeskanzler auf den Weg, mit einer ganzen Reihe von Fehlern, von Versäumnissen, von falschen Einschätzungen der letzten Jahre und Jahrzehnte aufzuräumen. Und jetzt ausgerechnet ein Sozialdemokrat geht diesen Weg, den viele von uns immer schon für richtig gehalten haben, der Bündnisfähigkeit, der Verteidigungsfähigkeit neuer Prioritäten in unserem Land. Und vielleicht konnte das in einer solchen Situation sogar ein sozialdemokratischer Bundeskanzler besser tun als jemand von uns. Aber schon am Tag darauf war klar, und Alexander und ich, wir waren am Tag darauf nochmal bei ihm, war klar, alles, was er da gesagt hat, gibt er jetzt in diesen Apparat seiner Regierung. Nichts von dem macht er selbst. Alles wird irgendwie klein gehäckselt, runtergeschreddert, runtergefahren im Apparat dieser Ampelregierung. Und genau so ist es gekommen. Heute, im zehnten Monat dieses Krieges, fast auf den Tag genau, neun Monate nach seiner Regierungserklärung, müssen wir doch leider feststellen, es ist weitgehend eine große Enttäuschung mit dieser Zeitenwende, die er da ausgerufen hat. Es ist weitgehend eine große Enttäuschung. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich könnte sogar das Datum nennen, mit dem sich diese Enttäuschung verbindet. Zeitenwende war das Wort. Vieles müsste sich ändern. Nicht nur in der Bundeswehr. Neue Prioritäten in Deutschland. Und dann geht der Bundeskanzler zum Jahreskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes Anfang Mai und erklärt den dort versammelten Delegierten des Deutschen Gewerkschaftsbundes, es würde sich unter seiner Führung im Übrigen in diesem Lande nichts ändern. Alle Zusagen des Koalitionsvertrages würden eingehalten. Diese 100 Milliarden, die sollten Sie doch bitte mal akzeptieren. Das sei sehr notwendig, das könnte man gar nicht anders machen. Aber alles andere würde bleiben wie vorher. Spätestens an diesem Tag, liebe Freundinnen und Freunde, hat der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland die historische Chance vertan und verpasst, in diesem Land wirklich eine Zeitenwende stattfinden zu lassen. An diesem Tag können Sie es auf den Tag genau datieren, wann diese Chance von ihm verpasst wurde. Ich sage das so deutlich, ich sage das so deutlich, nicht weil das der DGB war, sondern, liebe Freundinnen und Freunde, weil dies Wort Zeitenwende vielleicht sogar nur unzureichend beschreibt, was wir im Augenblick erleben. Der Bundespräsident hat gestern von einem Epochenbruch gesprochen, übrigens mal in Fußnote hinzugefügt, dass bei einer Rede des Bundespräsidenten, die lange angekündigt war und wo er sich mit den großen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigen wollte, nicht ein Fraktionsvorsitzender aus der Ampelregierung sitzt, nicht ein Mitglied der Bundesregierung es für nötig befindet, im Schloss Bellevue anwesend zu sein. ist ein Ausmaß an Respektlosigkeit unserem Staatsoberhaupt entgegen, das ich nicht für möglich gehalten hätte in dieser Regierung. haben Sie das noch in Erinnerung, als dieser Koalitionsvertrag Ende Oktober abgeschlossen wurde, welche Überschriften da gesetzt worden waren, Modernisierungskoalition, wir gehen jetzt ganz anders miteinander um, es wird ein ganz anderer Regierungsstil sein, wir machen auch keine Nachtsitzungen und keine Krisensitzungen mehr, sondern wir sind vorbereitet auf die Übernahme der Verantwortung in diesem Land und ein Wort stand ganz oben darüber. Das war das Wort Respekt. Kein Wort hat der Bundeskanzler vermutlich in den letzten Monaten und insbesondere in der Zeit der Regierungsbildung so oft verwendet wie das Wort Respekt. Ich kann nur feststellen, dieser Bundeskanzler ist nicht nur in Deutschland gegenüber den Institutionen unseres Landes, dem Deutschen Bundestag, den wir dort kaum sehen, dem Bundespräsidenten, anderen Institutionen gegenüber, den Ländern, dem Bundesrat gegenüber. Wir haben noch selten, ich würde sagen, wenn ich von meinem geistigen Auge ablaufen lasse, welche Bundeskanzler wir in der Bundesrepublik Deutschland hatten, wir hatten noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respektlos umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt, meine Damen und Herren. Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft. Epochenbruch, liebe Freundinnen und Freunde, bedeutet, dass wir jetzt vieles anders machen müssen als vorher. Es war nicht, wie Francis Fukuyama 1991 geschrieben hat, das Ende der Geschichte. Dieses Ende der Geschichte, das er nach der Wiedervereinigung beschrieben hat, war nicht das Ende der Geschichte, sondern eine kleine Episode der Geschichte von 1990 bis 2022. Im historischen Zusammenhang eine kurze Zeit. Und diese Zeit ist jetzt zu Ende. Wir leben in einer neuen Zeit. Seit diesem 24. Februar 2022 haben sich alle Voraussetzungen und Bedingungen unseres Zusammenlebens geändert. Und vielleicht wird uns erst in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren klar, was das bedeutet. Zum Thema Bundeswehr habe ich schon etwas gesagt. Ich will den Bundestagskolleginnen und Kollegen hier im Saal danken, Florian Hahn als unser verteidigungspolitischer Sprecher an der Spitze, dass wir in der Lage waren, in der Bundestagsfraktion gemeinsame Voraussetzungen zu formulieren, wie wir der Bundeswehr helfen und dass wir ihr gemeinsam mit der Koalition helfen, bis hin zu einer Eintragung in das Grundgesetz. Aber ich will in aller Deutlichkeit auch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen uns hier von den Ampelkoalitionen, wir brauchen uns hier vom Bundeskanzler und von der Bundesverteidigungsministerin nicht irgendwelche Vorhaltungen machen lassen, dass dies doch nun alles nötig sei, weil in den letzten 16 Jahren für die Bundeswehr nicht genug getan worden sei. Diejenigen, die dabei waren, wissen, in den letzten Jahren hat es immer wieder Versuche von uns gegeben, der Bundeswehr zu helfen. Sie sind an denen gescheitert, die heute die klugen Reden über die Bundeswehr halten. An Olaf Scholz und an Frau Lambrecht und an vielen anderen. heute hören wir von denen reden, als ob sie nie anders in ihrem Leben gesprochen hätten. Konvertitenreden sind das. 180 Grad, das Gegenteil von dem, was sie gestern noch für richtig gehalten haben, mit einem Inbrust der Überzeugung, als ob sie nie in ihrem Leben etwas anderes gesagt haben. Die Wirklichkeit heute in der Verteidigungspolitik dieser Bundesregierung sieht dagegen ganz anders aus. 100 Milliarden stehen im Grundgesetz unter ungeheurem Zeitdruck verabschiedet. Das müsste jetzt alles sehr schnell gehen. Die Bundeswehr müsste Munition bestellen, die hätte nichts mehr, die müsste liefern, die müsste nachbeschaffen. Liebe Freundin, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Es ist nicht eine einzige Bestellung aufgegeben worden für die Bundeswehr. Es ist nicht eine einzige Ausschreibung herausgegeben für die Bundeswehr. Da sollte Munition bestellt werden, da sollte ein neues Gerät bestellt werden. Nichts ist passiert bis zum heutigen Tag. Und dann sehen wir in der Finanzplanung für das nächste Jahr, Bundeshaushalt 2023, eine Absenkung des Verteidigungsetats. Ich habe mich nicht versprochen. 2,0 Prozent ab sofort waren zugesagt. Eine Absenkung des Verteidigungsetats im nächsten Jahr um 300 Millionen Euro. Das ist die Wirklichkeit dieser Regierung in der Verteidigungspolitik. Es ist das Gegenteil von dem, was sie uns am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag zugesagt haben. Und deswegen müssen wir und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, kommt auf uns eine Aufgabe zu. Wir müssen die Partei in Deutschland sein, die ohne Wenn und Aber zu unseren Soldatinnen und Soldaten steht, die zum Teil in einem außergewöhnlich schwierigen Einsatz stehen. Und ich war vor einigen Wochen in Rukla, im Süden des Baltikums, wo jetzt eine ganze große Einheit der Bundeswehr stationiert werden soll. Wenige Tage vorher war der Bundeskanzler da. Die Soldatinnen und Soldaten dort haben uns berichtet, er habe mit einem Zettel vor ihnen gestanden, auf dem draufgestanden hätte, und das hat er abgelesen, bei mir steht jetzt 20 Minuten Unterhaltung mit den Soldatinnen und Soldaten. Hat er wieder hochgeguckt und alle Soldatinnen und Soldaten haben unter sich geguckt. Nach 20 Minuten herumgedruckse waren alle Beteiligten, die Soldaten, aber auch der Bundeskanzler ganz offensichtlich froh, dass diese 20 Minuten herum waren. Wir waren da, wir waren da, liebe Freundinnen und Freunde, und haben uns mit diesen Soldatinnen und Soldaten über zwei Stunden unterhalten. Und dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, was wir diesen Soldatinnen und Soldaten zumuten und was die für unser Land leisten. Eine junge Ärztin, Mutter von zwei Kindern, Berufssoldatin, macht ihren Dienst dort in diesem Standort und hat ihre beiden kleinen Kinder sechs Monate nicht mehr gesehen und weiß nicht, ob das Flugzeug, das sie abholen soll, um in der Rotation wieder nach Hause zu kommen, am nächsten Tag wirklich kommt und pünktlich ist und sie zurück nach Hause bringt. Liebe Freundinnen und Freunde, für diese Menschen reichen nicht 20 Minuten mal eben auf dem Zettel ablesen. Denen muss man sich zuwenden, mit denen muss man sprechen, denen muss man zuhören und die müssen von uns, diejenigen, die sie in diese Einsätze schicken, das sichere Gefühl haben, dass wir unserer Verantwortung, unserer Fürsorgepflicht für diese Soldaten und ihre Familien wirklich nachkommen. Und das macht in Deutschland nur eine politische Partei. Das sind wir, die CDU und die CSU. Liebe Freundinnen und Freunde. Ich stelle diese großen Fragen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik vor alle innenpolitischen Themen, weil uns klar sein muss, dass dies die Themen sein werden, die in den nächsten Jahren darüber entscheiden, ob wir ein freies, demokratisches, wohlhabendes Land mit einem hohen Standard an sozialer Gerechtigkeit bleiben oder ob das, was wir erreicht haben, ernsthaft gefährdet wird. Ich will es sehr viel deutlicher sagen, als es diese Bundesregierung in Berlin sagt. Putin muss diesen Krieg verlieren und die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Da darf es keinen Zweifel daran geben, dass das so ist. Wenn wir das im Unklaren lassen, wenn wir daran Zweifel lassen, liebe Freundinnen und Freunde, kein Land auf der Welt darf in solchen Fragen Zweifel mehr zulassen als Deutschland. Gerade wir, die Bundesrepublik Deutschland, in der Mitte Europas, das bevölkerungsreichste Land, das wohlhabendste Land in dieser Europäischen Union, darf keinen Zweifel lassen an dem, was wir in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik für richtig halten. Und das darf auch keinen Zweifel bei unseren Nachbarn geben. Ja, die Franzosen sind ein komplizierter Nachbar. Und jeder, der schon einmal mit Frankreich zu tun hat, und Manfred, du hast es fast jede Woche, jeder, der mit diesen Franzosen zu tun hat, weiß, dass das ein kompliziertes Land ist. Aber ich habe etwas verinnerlicht. Und das hat mir mein Freund Wolfgang Schäuble einmal gesagt. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist wie ein, wie eine Überschrift, wie ein Mantra für unser Verhältnis zu Deutschland, zwischen Deutschland und Frankreich. Er hat mir einmal gesagt, der französische Finanzminister ist mein Freund, egal wie er heißt. Ja, liebe Freunde, das ist innere Haltung, mit einem Land umzugehen wie Frankreich, zu sagen, ihr seid unsere Freunde, ganz gleich, wer zurzeit Präsident ist, wer zurzeit in dieser Regierung ist. Und ich will das Gleiche gelten lassen für unseren größten Nachbarn im Osten. Auch dort haben wir schwierigste Regierungskonstellationen. Aber ich war da und habe nicht nur mit der Regierung gesprochen, sondern auch mit dem Vorsitzenden der PiS-Partei. Ein verdammt schwieriges Gespräch. Aber reden muss man doch miteinander, nicht übereinander, sondern miteinander in dieser Europäischen Union. Und das gilt für Frankreich, das gilt für Polen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich sage das hier in aller Klarheit, das gilt doch bitte selbstverständlich auch für Italien. Wollen wir dieses Land jetzt nur, weil die so gewählt haben, wie sie gewählt haben, ausnehmen aus unseren Gesprächen? Wollen wir die jetzt zu Paria in der Europäischen Union erklären? Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die Probleme des europäischen Kontinents lösbar sind, wenn wir die Italiener ausgrenzen, wenn wir mit Italien keine Gespräche führen? Natürlich hätten wir uns ein anderes Wahlergebnis vorstellen können. Aber was maßen wir uns denn an, hier in Deutschland ein Urteil darüber abzugeben, wie die Wählerinnen und Wähler in Italien in einer freien, offenen und geheimen Wahl gewählt haben? Da hätte ich gerne die Aufregung an anderer Stelle, wo keine freien Wahlen stattfinden. Da ist sie überrechtlich. Es bleibt schwierig, aber wir müssen regeln miteinander. Und nur dann, wenn Europa gelingt, haben wir eine Chance, diese Herausforderung, vor denen wir jetzt stehen, gemeinsam zu lösen. Ja, ich bekenne mich dazu und das wird immer so bleiben. Meine Prägung kommt nicht zuerst aus der Kommunalpolitik, nicht aus der Landespolitik, nicht aus der Bundespolitik, sondern meine politische Prägung und Sozialisation kommt aus der Europapolitik. Ich habe in diesen fünf Jahren viel gelernt. Ich habe gelernt, was geht und ich habe auch gelernt, was nicht geht und was auch nicht gehen sollte. Und deswegen erlauben Sie mir, dass ich das an dieser Stelle noch einmal wiederhole. Es wäre jetzt wirklich auch an der Zeit, dass sich diese Europäische Union auf das absolut notwendige und richtige konzentriert und nicht auch ständig so weitermacht, als ob es da keine Zeitenwende, als ob es da keinen Epochenbruch gegeben hat. Und da sage mal bitte keiner, da sage mal bitte keiner, das sei jetzt so ein Parteitagsgerede von Unionspolitikern. Wir haben sehr konkrete Vorschläge gemacht, was man in der Bundespolitik und was man in der Europapolitik tun könnte. Wir haben es als Belastungsmoratorium bezeichnet. Ist das eigentlich zu viel verlangt, dass man für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, für die Unternehmen in diesem Land jetzt auf nationaler und europäischer Ebene mal über ein Belastungsmoratorium nachdenkt, mal darüber nachdenkt, jetzt nicht immer mehr, noch mehr, immer weitere Berichtspflichten, immer weitere Kosten, immer weitere Hürden aufzurichten. Wo wollen wir denn hin mit dieser Europäischen Union, wenn die sich dermaßen überbürokratisiert, wie sie immer noch am heutigen Tag überbürokratisiert ist? Das geht nicht mehr. Das muss aufhören. Und ich will es ganz konkret heute sagen, weil eine Allianz von Sozialdemokraten, europäischen Sozialisten, europäischen Grünen und leider auch europäischen Liberalen gerade in dieser Woche einen Beschluss gefasst haben, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Jetzt im Jahre 2030 spätestens 35 den Verbrennermotor zu verbieten. Und dann wurde in Deutschland kolportiert, ja, da gäbe es eine Revisionsklausel, da könnte man im Jahr 2026 ja noch mal nachschauen, ob das alles richtig ist und ob man da nicht möglicherweise einen anderen Weg geht. Lesen Sie mal das Kleingedruckte. Das gilt nicht für PKWs, das gilt nur für sogenannte Sonderfahrzeuge, also Feuerwehr, Autos und Leichenwagen. Die können überprüft werden. Aber für das ganz normale Auto wird gar nichts mehr überprüft. Das ist festgelegt gestern. Und wir sagen von uns, es ist nicht nur europapolitisch, es ist auch innenpolitisch falsch, weiter mit Verbotenregulierungen, Bevormundungen zu reden. Das ist nicht technologieoffen, das ist verbohrt, meine Damen und Herren, was da stattfindet. Und damit bin ich, damit bin ich jenseits der Fragen von Frieden und Freiheit vielleicht bei dem wichtigsten Thema, das uns in den nächsten Jahrzehnten auch beschäftigen wird. Und auch heißt nicht nachrangig, sondern vorrangig. Wir müssen uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen. Ich sage wir CDU und CSU mit dem großen Thema des Klimawandels. Große Teile der Bevölkerung draußen glauben uns immer noch nicht, dass wir dieses Thema ernst nehmen, dass wir Antworten versuchen zu geben und dass wir uns hier mit dem festen Willen auf den Weg machen, an der Spitze zu liegen und nicht hinten. Lieber Markus, ich habe gestern Gelegenheit gehabt, Teile deiner Rede mitzuverfolgen, als du auch über Bayern und über regenerative Energien in Bayern gesprochen hast. Respekt für das, was deine Regierung, die Vorgängerregierungen zu diesem Thema hier in Bayern schon erreicht haben. Großen Respekt dafür, was ihr hier erreicht habt. Und wir brauchen, liebe Freunde, wir brauchen uns von niemandem da draußen irgendwelche Nachhilfestunden erteilen zu lassen, was wir denn zu tun haben in der Frage der Energieversorgung dieses Landes. Der umgekehrte Schuh wird richtig. Es ist doch ein unglaublicher Vorgang, was da in den letzten Tagen und Wochen in Berlin passiert ist um das Thema Kernenergie. 80 Prozent der Bevölkerung sind nach diesem russischen Angriffskrieg und nachdem Gas als Waffe eingesetzt wird. Der Überzeugung, dass wir in Deutschland die Kernenergie für eine begrenzte Zeit noch länger laufen lassen sollten. Und was macht diese Koalition? Wochenlanger Streit, monatelanger Streit und dann kommt am letzten Montag ein Brief des Bundeskanzlers mit Verweis auf die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Wer danach liest, sieht, da steht die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers drin neben der Verfassung und ordnet an. Es geht weiter bis zum 15. April 2023. Meine Damen und Herren, das ist eine Entscheidung, die kann man nur als lächerlich bezeichnen. Wir machen uns auf der ganzen Welt mit dieser Entscheidung unseres Regierungschefs lächerlich. Es ist ganz offenkundig, es ist ganz offenkundig, der kleinste gemeinsame Nenner, zu dem diese Koalition noch in der Lage ist, in der Streiterei insbesondere mit den Grünen. Und Markus, ich unterstreiche das, was du gestern hier dazu gesagt hast. Die sollen aufhören, über das Thema CO2 und Umwelt- und Klimawandel zu reden. Sie haben mit dieser Entscheidung ihre Glaubwürdigkeit endgültig abgegeben. Wenn man hier etwas hätte machen können, wenn man hier etwas hätte machen können, das wäre eine Entscheidung gewesen im Sommer diesen Jahres. Wir beide, Markus Söder und ich, wir haben im August zusammen das Kernkraftwerk ISA 2 besucht. Eines von drei, das in Deutschland noch läuft. Wir hätten zwei weitere haben können, die auch noch hätten wieder zurück ans Netz gehen können. Wir haben der Bundesregierung konkret angeboten. Eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages im Sommer, um rechtzeitig vor dem Jahreswechsel neue Brennstäbe für diese Kernkraftwerke zu bestellen. Allein die drei, wenn die weiterlaufen würden, könnten zehn Millionen Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen. Aber nicht nur das. Sie könnten die Strompreise um bis zu zwölf Prozent absenken und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, weil das Angebot dann größer wird und sie könnten 14 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Aus blanker Ideologie sind die Grünen nicht bereit, einen solchen Weg zu gehen. Das hat mit Technik und Freundlichkeit und Wirtschaftspolitik nichts mehr zu tun. Dass diese Regierung jetzt auch wirtschaftspolitisch so in Schleudern gerät, hat natürlich auch etwas mit Personalbesetzungen zu tun, die weitgehend unterhalb des Radars der täglichen öffentlichen Wahrnehmung stattfinden. Schauen Sie sich mal an, wer im Bundeswirtschaftsministerministerium Staatssekretär geworden ist. Meine Damen und Herren, das war für diejenigen, die sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigen, die wissen das. Das Bundeswirtschaftsministerium war über alle Stürme der Zeit hinweg immer ein Ministerium, in dem insbesondere auf der Staatssekretärsebene wirkliche Fachleute für Volkswirtschaftslehre, für Wirtschaftspolitik zu Hause waren, die immer dafür gesorgt haben, dass dieses Ministerium das ordnungspolitische Gewissen der Bundesrepublik Deutschland war. Heute sitzen da nur Ökologen, nur Leute aus den Vorfeldorganisationen der Grünen. Das ist eine reine Lobbyveranstaltung der Ökogruppen in der Bundesrepublik Deutschland geworden, die von Wirtschaftspolitik, von Volkswirtschaftslehre keine Ahnung mehr haben. Und das war kein Zufall. Das war kein Zufall. Das war kein Zufall, liebe Freunde, sondern das war die bewusste Personalentscheidung von SPD, Grünen und FDP, eine solche ökologische Selbsterfahrungsgruppe an die Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums in der Bundesrepublik Deutschland zu setzen. Und das Ergebnis sehen wir heute, jeden Tag in der Wirtschaftspolitik unseres Landes. Und trotzdem bleibt richtig, dass wir uns in Kritik an dem, was wir da vorfinden, nicht erschöpfen dürfen. Wir müssen eigene Vorschläge machen. Wir haben sie gemacht, sehr konkret zur Energieversorgung dieses Landes. Sehr konkret mit unserer Klausurtagung in Monau, bei Alexander zu Hause im Wahlkreis, konkrete Vorschläge gemacht, von denen wir jetzt sogar einige wiederfinden, unter anderem in der Gaskommission. Aber auch da, diese Gaskommission hat vor drei Wochen Vorschläge vorgelegt, wie wir denn aus diesem Problem herauskommen sollen. Kein einziger Vorschlag, der bisher den Deutschen Bundestag erreicht hat. Und liebe Freunde, ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn wir es ernst meinen mit CO2 und wenn wir dies als eines der größten Herausforderungen unserer Zeit verstehen und ich verstehe es so und wir alle verstehen es so, dann werden wir uns noch mehr einfallen lassen müssen, als nur über Vermeidung, Verbote und Regulierungen zu reden. Das ist die Antwort von Sozialdemokraten und Grünen. Unsere Antwort muss sein, dass wir in diesem Land jede Technologie erproben, jede Technologie ernst nehmen, jede Technologie wirklich ernsthaft prüfen, die in der Lage sein könnte, dieses massive Problem der Menschheit ernsthaft zu lösen. Und an dieser Stelle gibt es einen ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen uns und Sozialdemokraten und Grünen auf der anderen Straßenseite. Wir denken nicht in Verboten, wir denken nicht in Regulierung, wir denken nicht in Umerziehung der Menschen, in ständiger Gängelung der Menschen. Wir sind der festen Überzeugung, dass in diesem Land, in unserem Land, in den Universitäten, in den Unternehmen, nicht nur bei den Großen, sondern vor allem bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen ein solches Innovationspotenzial steckt, dass man diese Unternehmen jetzt endlich mal machen lassen muss. Man muss den jungen Menschen und den Forschern und Entwicklungen in diesen Unternehmen Ansporn geben, etwas zu tun, etwas zu erfinden. Es kann sein, dass wir mit der Fusionsenergie weiterkommen. Es kann sein, dass wir mit eigener Erdgasförderung in Deutschland weiterkommen. Unsere Kollegen aus Niedersachsen sagen uns, wir haben in Niedersachsen und im Norden Deutschlands Erdgasvorkommen, die reichen für 20 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Glaubt Ihnen da jemand ernsthaft, dass wir LNG-Terminals bauen, dass uns andere Länder Gas liefern, was wir im eigenen Lande nicht bereit sind zu fördern? Wir müssen über dieses Thema reden, nicht gegen die Bevölkerung, aber mit der Bevölkerung, liebe Freundinnen und Freunde und Denkverbote wegreißen, Fenster aufmachen in diesem Land. Das ist jetzt nicht mehr die Stunde der Ideologen, das ist die Stunde der Ingenieure, die wir in Deutschland haben. Darum muss es uns gehen. Das muss die Antwort sein. Und jetzt komme ich mal auf Bayern zu sprechen. Was ist der Franz Josef Strauß hier in Bayern? Hoch anerkannt und draußen verspottet worden für das, was er aus Bayern gemacht hat. Ein Agrarland, das es war. Laptop und Lederhose, das es wurde. Und heute der Technologiestandort in Deutschland, es gibt keinen zweiten, ich muss das neidvoll anerkennen, aus Nordrhein-Westfalen kommend, es gibt keinen zweiten Standort in Deutschland, der so technologieoffen und so technologieaffin ist wie Bayern. Das ist ein sensationeller Erfolg. Ein sensationeller Erfolg. Bis hin in die heutige Zeit. Was ist die Doro Bär? Was ist die Doro Bär verspottet worden für die Lufttaxis? Was ist der Markus Söder verspottet worden für die Raumfahrt hier in Bayern? Und heute reißen sich die Investoren darum, an diesen Unternehmen beteiligt zu werden, weil sie sehen, dass das moderne Technologien sind. Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme von diesem Parteitag auch mit und auch aus dem, was ihr gestern und heute hier besprochen und beschlossen habt. Wir müssen eine solche Aufbruchstimmung in ganz Deutschland erzielen. Dies Land kann mehr, als diese Regierung im Augenblick zulässt. Ich will es auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Wir müssen mal endlich aufhören und ich sage auch wir, wir müssen mal endlich aufhören, ständig über Aussteigen zu reden. Wir sind kein Land von Aussteigern. Wir müssen einsteigen. Wir müssen den Anspruch an uns selbst stellen, wieder ein modernes Industrieland zu sein, auf das man in der Welt schaut und dessen Produkte man gerne kauft und nicht über das man in der ganzen Welt den Kopf schüttelt, weil wir hier einen solchen Unfug machen, wie das, was diese Koalition in den letzten Monaten und Wochen getan hat, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist der entscheidende Unterschied. Und dann erwarten die Menschen draußen von uns, dass wir hier einen klaren Kompass haben, dass wir wissen, worum es geht, dass wir ernsthaft diskutieren miteinander, wie wir uns denn die Zukunft unseres Landes vorstellen. Ja, die Zukunft unseres Landes liegt nicht in uns und dem, was wir können, allein. Es gibt kein zweites Land auf der Welt, das so abhängig ist von internationalen Märkten wie wir. Aber dass jetzt die Regeln der Globalisierung neu geschrieben werden müssen, das müsste doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn wir heute darüber zu Recht klagen, dass wir abhängig geworden sind von russischem Gas, dann kann es doch wohl nicht richtig sein, dass wir sehenden Auges gleich in die nächste Abhängigkeit marschieren. Was ist eigentlich im Kopf des Bundeskanzlers vorgegangen, als er am letzten Mittwoch diese Genehmigung für die Beteiligung an einem Terminal in Hamburg ausgesprochen hat? Er hat es doch uns gesagt in seiner Regierungserklärung, dass wir uns zu abhängig gemacht haben. Warum macht er uns denn jetzt an anderer Stelle in mindestens gleicher Weise wieder abhängig von anderen Ländern und dann ausgerechnet von China? Ausgerechnet von China? Und ich weiß nicht, ob der Mann kein Fernsehen schaut. Man hat in diesem Amt wahrscheinlich relativ wenig dazu Zeit, aber diese eine Sequenz, die hätte er sich doch mal anschauen sollen, wie sein Gesprächspartner in der nächsten Woche zum Ende dieses Parteitages seinen Vorgänger, das war nicht irgendein Querulant, das war sein Vorgänger, Hu Jintao, aus dem Saal abführen lässt. In dem Augenblick, wo die internationale Presse wieder zugelassen worden ist, kommen zwei Saalordner, heben den Mann hoch und führen ihn erkennbar gegen seinen Willen aus dem Saal ab, vor der Weltöffentlichkeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ein brutaleres Zeichen der eigenen Machtüberschätzung, der Machtvollkommenheit eines autoritären Regimes als einen solchen Augenblick der Weltöffentlichkeit zu zeigen, kann man doch gar nicht mehr machen. Ich hätte erwartet, dass der Bundeskanzler darauf reagiert und dass er zumindest den Anspruch erhebt, während seines Besuchs in China in der nächsten Woche diesen Mann auch zu treffen, um festzustellen, ob er überhaupt noch lebt, nach dem, was da vorgegangen ist. Das wäre richtig gewesen, das wäre Haltung gewesen. Stattdessen reist er jetzt dahin als erster Staats- und Regierungschef, Regierungschef, Staatschef ist er nicht, Regierungschef eines westlichen Landes mit einer Morgengabe im Gepäck, vielleicht sogar einer zweiten. In diesen Tagen wird noch darüber verhandelt, ob nicht eine Chipfabrik aus Dortmund ebenfalls einem chinesischen Eigentümer übertragen werden soll. Und dann schauen wir uns mal an dem Abend nicht das deutsche Fernsehen an, sondern schauen uns an diesem Abend mal das chinesische Fernsehen an und schauen uns mal an, welchen Propagandaerfolg unser Bundeskanzler, der Bundesrepublik Deutschland diesem Regime in Beijing in der nächsten Woche gibt. Es ist ungeheuerlich. Das hätte kein Amtsvorgänger vor ihm so gemacht, wie Olaf Scholz dies in der nächsten Woche tut. Niemand hätte das vor ihm so getan. Zu den Themen, über die wir sprechen müssen, gehören aber eben nicht nur die wirtschaftspolitischen, energiepolitischen, umweltpolitischen Themen. Zu diesen Themen gehören auch die innenpolitischen Fragen, über die wir reden müssen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich will drei Themen ansprechen, die uns in den nächsten Wochen im Deutschen Bundestag beschäftigen. Zum Teil hat bereits die Beschäftigung damit begonnen. Das eine ist das Thema Bürgergeld. Dies ist nichts anderes als eine reine Traumabewältigung der SPD, die seit der Agenda 2010 darunter leidet, dass sie ausnahmsweise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mal das Richtige getan hat. Das haben die Funktionäre der SPD, die Funktionäre der deutschen Gewerkschaften, die Funktionäre vieler Gruppen in diesem Lande, den Sozialdemokraten nie verziehen, dass sie im Jahre 2005 etwas auf den Weg gebracht haben, das die Bundesrepublik Deutschland in der Tat verändert hat. Zur Erinnerung. Wir hatten 2005 in Deutschland fünf Millionen Arbeitslose. Und zu diesem Zeitpunkt traten die Gesetze in Kraft, über die dann der damalige Bundeskanzler die Mehrheit im deutschen Volk verloren hat. Aber es hat Wirkung gezeigt. Wir haben heute die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste Beschäftigung, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und jetzt Bürgergeld. Damit das klar ist und damit da kein Zweifel entsteht. Niemand von uns bestreitet, dass die Regelsätze in der unmittelbaren Hilfe für Menschen, die in Not sind, angehoben werden müssen. Bei zehn Prozent Inflation müssen selbstverständlich vor allem denen geholfen werden, die ganz unten sind und die die Hilfe unseres Sozialstaates wirklich brauchen. Übrigens in dem Zusammenhang auch diese Energiepreishilfen, diese 300 Euro. Es wäre besser gewesen 1000 Euro für das untere Drittel als 300 Euro für alle. Das wäre unsere Antwort. Das wäre unsere Politik gewesen. Nur wenn man jetzt in der Summe ausrechnet, hohes Schonvermögen, keine Beachtung auch eines großen Immobilienbesitzes, eine Karenzzeit von mindestens sechs Monaten, eher 18, bei dem nichts nachgefragt wird, nichts mehr erwartet wird und dafür hohe Regelsätze, erhöhte Regelsätze jetzt gegeben werden. Mit der Folge, dass es für eine größere Gruppe von Menschen überhaupt keinen Sinn mehr macht, sich einer regulären Beschäftigung im deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, insbesondere wenn Sozialversicherungsbeiträge und Steuern so hoch bleiben, wie sie gegenwärtig sind. Wir hatten mal einen anderen Grundsatz, übrigens geteilt mit den Sozialdemokraten. Das stand sogar im Gesetz, das sogenannte Lohnabstandsgebot, übersetzt auf Deutsch. Diejenigen, die arbeiten in unserem Land, müssen grundsätzlich mehr Geld verdienen nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen als diejenigen, die soziale Transferleistungen bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Das war doch mal ein gemeinsamer Grundsatz, den wir hier hatten. Der wird jetzt aufgegeben zu einem Zeitpunkt, wo der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel mit Händen zu greifen ist und möglicherweise eines der größten Probleme unserer Volkswirtschaft zu drohen wird. Und in diesem Zusammenhang dann Einwanderung. Damit auch da kein Zweifel bei Ihnen aufkommt. Ich habe immer schon die feste Auffassung vertreten und viele mit mir, nicht alle, aber viele, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Wir sind ein Land von Einwanderung, überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich ein Land ungeregelter Einwanderung. Mit erheblichen Problemen, die wir mittlerweile in Deutschland haben, die wir sehen, die ja auch zu einer gewissen Spannung zwischen CDU und CSU vor Jahr und Tag beigetragen haben. Es droht uns in diesem Jahr wieder eine sehr hohe Zahl von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen, insbesondere solcher, die über die Balkanroute nach Deutschland kommen. Wir fordern die Bundesregierung auf, vorbereitet zu sein darauf, dass wir möglicherweise durch ein singuläres Ereignis oder aber durch die dauerhaften Krisen im Osten, im Mittleren Osten, im Osten des europäischen Kontinents vorbereitet sein müssen auf eine größere Zahl von Flüchtlingen in diesem Land. Und ich will hier für die Unionsfraktion und für die CDU feststellen, wir werden keiner Politik die Hand reichen, die dafür sorgt, dass die illegale Migration nach Deutschland auf welchem Weg auch immer legalisiert wird, indem wir hier zusätzliche Pull-Effekte schaffen, die den Menschen das Signal geben, du musst nur irgendwie dahin kommen, dann wird diese Regierung dir schon einen Weg eröffnen, wie du auf Bauer in Deutschland bleiben kannst. Das ist nicht unsere Politik, liebe Freundinnen und Freunde. Das werden wir nicht akzeptieren. Wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen vor allem Fachkräfte-Einwanderung. Und da sagt doch bitte niemand, da sei in den letzten Jahren nicht schon viel geschehen. Ist ja ohnehin ein Vorwurf, den wir immer wieder und ständig hören. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Diese schrecklichen 16 Jahre, die wir da regiert haben. In diesen 16 Jahren hat es mehrfache Änderungen des Aufenthaltsrechts gegeben, mehrfache Änderungen der Einwanderung, wirklich echte, gute Entscheidungen gegeben für Fachkräfte-Einwanderung. Wir sind heute nach den Vereinigten Staaten von Amerika das Land proportional zur Bevölkerung, das mit die höchsten Einwanderungszahlen in den Arbeitsmarkt hat. Das haben wir gemacht, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür brauchen wir uns nicht zu entschuldigen. Und ich lehne es ab, dass wir ständig mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dies sei nun vergeudete, vergammelte 16 Jahre gewesen in Deutschland. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, nicht die letzten 16 Jahre waren das Problem. Die letzten 16 Wochen sind das Problem bei dieser Regierung, die wir da im Amt haben. Die kommen mit ihren Entscheidungen nicht weiter, weil sie sich ständig gegenseitig blockieren. Und dann das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, damit wir uns darüber verständigen, dass dies ein Thema wird, das wir zu unserem Thema machen müssen. Wissend, dass das nicht alle übereinstimmend so sehen, wie ich es jetzt vielleicht hier vortrage. Aber ist es richtig, dass wir eine Bundesregierung sehen, die sich jetzt auf den Weg macht, Cannabis in Deutschland freizugeben. Liebe Freundinnen und Freunde, schauen Sie mal, ich wohne in der Nähe zur niederländischen Grenze. Wir sind relativ viel in Holland, kennen das Land einigermaßen. Da sind 5 Gramm freigegeben mit fatalen Folgen für die Bevölkerung, insbesondere für die junge Generation. Jetzt will Herr Lauterbach 30 Gramm freigeben in Deutschland und den privaten Anbau genehmigen. Was hat der Mann eigentlich geraucht, dass der nach diesen Einschränkungen von Corona, nein, ich meine das ganz ernst, ich meine das sehr ernst, wissen Sie, die Corona-Einschränkungen, die wir jetzt seit zweieinhalb Jahren erleben, erleben müssen, auch hinnehmen mussten, konnten, wenn es nach Lauterbach geht, überhaupt nicht streng genug sein. Schulen zu, Universitäten zu, Altenheime, keine Besuche mehr, die Menschen mussten dort sterben ohne Begleitung durch ihre Angehörige, alles geschlossen, überall die Maske, das ganze Land verkleidet. Irre. Ein Mann, der offensichtlich bis spät nachts da an seinem Computer sitzt und irgendwelche Studien liest und dann morgens benebelt in den Bundestag kommt mit neuen Vorschlägen, was er dann alles noch in diesem Lande einschränken will. Gott sei Dank gibt es Landesregierungen, die sich dagegen ausreichend und hinreichend gewährt haben, auch Ihre. Aber dann auf der anderen Seite, jetzt in diesem Umfang Rauschmittel freizugeben, Rauschgift freizugeben, unsere Kinder diesen Gefährdungen auszusetzen, ich sage, meine Damen und Herren, nicht mit unseren Kindern, das lassen wir nicht zu, dass so etwas in diesem Lande geschieht und wir werden alles mobilisieren, dass das verhindert wird, was da jetzt gerade stattfindet. Und so sehen Sie, dass wir eine ganze Reihe von Themen haben. Dort, wo wir in der politischen Verantwortung stehen, in den Landesregierungen arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen. Wir wollen, dass es im nächsten Jahr so bleibt und vielleicht sogar in zwei Städten, Berlin und Bremen, neue CDU-geführte Landesregierungen hinzukommen. Sie wissen es, in Berlin muss eine ganze Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden, weil dieser Senat in Berlin nicht in der Lage war, eine ganz normale Abgeordnetenhauswahl zu organisieren. Ich sehe hier Daniela Ludwig, die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses. Lassen Sie sich von Ihrer Kollegin mal erzählen, was sich da zugetragen hat. Meine Damen und Herren, das sind Zeichen einer Bananenrepublik, die da stattfinden. Das ist unwürdig für ein Land, das sich Demokratie, parlamentarische Demokratie nennt, was dieser Berliner Senat da angezettelt hat. Da wird es Neuwahlen geben, genauso wie in Bremen, aber dann eben auch in Hessen und in Bayern. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte, dass wir mit großer Geschlossenheit aus diesem Land, aus diesem Jahr 2022 herausgehen und dass wir in unserem Land mit großer Geschlossenheit in das Jahr 2023 hineingehen. Wir sind unschlagbar, wenn wir zusammenhalten. Wir sind, meine Damen und Herren, und bleiben die führende politische Kraft unseres Landes. Konservativ, liberal und sozial. Das sind die drei Wurzeln unserer beiden Parteien. Alles drei gehört dazu. Und die Menschen draußen warten hier auf ein klares Signal und eine klare Positionsbestimmung von uns. Und ich werde mich dabei nicht beirren lassen von denen, die uns aus Medien oder sonstigen Schreibstuben irgendwelche klugen Ratschläge geben. Die meisten von denen, die uns diese Ratschläge gegeben haben, in ihrem Leben noch nie die Union gewählt. Die CSU in Bayern nicht und die CDU auch im Rest der Bundesrepublik Deutschland nicht. Nein, wir müssen unseren Kompass schon selber neu ausrichten. Wir müssen schon selbst sagen, was wir für die Zukunft unseres Landes für Vorstellungen haben. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann gehen wir aus dem Jahr 2023 genauso gut und erfolgreich heraus wie aus dem Jahr 2022. Hoffentlich mit etwas weniger Krise. Hoffentlich endlich mit gelösten Problemen für die privaten Haushalte und die Unternehmen. Aber vor allem mit einer gestärkten CSU und mit einem Ministerpräsidenten Markus Söder, der in Bayern einen guten, großen, eindrucksvollen Wählerauftrag bekommt. Lieber Markus, wir werden dir dabei helfen, genauso wie du uns hilfst, dass wir in Deutschland gemeinsam Wahlen gewinnen. Und so machen wir uns in Geschlossenheit gemeinsam auf diesen Weg. Ich freue mich richtig auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der CSU. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt mal Markus Söder. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sage es mal so, es war echt spitze. Danke für diese tolle Rede, lieber Friedrich. Es ist so schön, wenn CDUler im Herzen genauso denken wie CSUler, liebe Freunde. Das haben wir nicht immer so gehabt beim Parteitag. Nein, nein, das ist wirklich schön. Nein, das ist wirklich schön. Ihr spürt, wir haben da eine wirklich auch inhaltlich große gemeinsame Linie und ich glaube, was auch wichtig ist, eine Linie mit klaren Werten, klaren Kurs und was auch wichtig ist, klarer, klaren Worten. Auch das ist wichtig. Wir lassen uns nicht beirren von dem einen oder anderen, der was anders schreibt, sondern wir haben unsere Meinung, unsere Idee und du hast es großartig gemacht. Danke dir für deine tolle Rede und danke für die Arbeit in der CDU für unsere gemeinsame Zeit. Ein kleines Geschenk. Ich weiß, du bist auch Fußballfan von Dortmund. Ja. Ich wünsche euch, dass ihr wieder ein paar Plätze besser werdet. Ich kann mir vorstellen, dass es mit einem Generalsäger, der echt schwierig ist, der ist Fan von Union Berlin. Ja. Wollen wir auch mal über Nürnberg sprechen? Aber, ja, ist ja, ist okay. Ich meine, ich will es mal so sagen, am Ende, also es gibt ja so den Satz, wenn Deutschland England spielt, ist ein Spiel, das dauert ewig lang, es laufen alle durcheinander, Deutschland gewinnt. Und am Ende ist die Fußball-Bundesliga so, alle spielen gegeneinander, rauf und runter und am Ende, auch im nächsten Jahr, kann eigentlich nur einer Meister werden und das ist der FC Bayern. Ah, das ist ganz eindeutig, 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 ja. Union Berlin wird zweiter und Dortmund dritter, okay. Aber das ist heute nicht unser Punkt, ja, wir reden auch bitte nicht über den Klub, sondern wir sagen Dankeschön und deswegen haben wir als kleines Geschenk einen, und damit du immer an die Gemeinsamkeit denkst, an den Fanschal, CDU, CSU in einem einheitlichen Schal, liebe Freunde und Freunde. Lasst uns zusammenhalten, lasst uns stark sein. Oh, nicht gleich wieder fallen lassen, ja. Geht's gerade gut los. Herzliches Dankeschön an Friedrich Merz und auf eine tolle gemeinsame Zeit, CDU, CSU. Herzliches Dankeschön. Liebe Freunde und Freunde, das war's. Ich glaube, das war ein toller Parteitag. Es war wirklich ein ermutigendes Signal für uns alle. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke euch für die Kraft, die wir daraus schöpfen können. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und zum Schluss, wie immer, unsere Hymnen. Und dann ist der Parteitag geschlossen. Alles Gute. Gott schütze Bayern. Gott schütze auch die CDU und natürlich vor allem die CSU. Herzlichen Dank. Alles Gute. Herzlichen Dank. 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 Von Bayern über Deutschland nach Europa. Das war der CSU-Parteitag hier in Augsburg. Ein ganzer Tag lang. Gestern Nachmittag hat er begonnen. Jetzt ist Mittag. Jetzt ist der Parteitag beendet. 24 Stunden war Markus Söder einmal an einer Stelle. Ansonsten ist er als Parteichef und Ministerpräsident rastlos im Lande unterwegs und bereitet sich auch auf die Latterswahl im kommenden Jahr vor. Michael Kronz zieht eine Bilanz jetzt. Ja, die ich Gott sei Dank nicht alleine ziehen muss, sondern Alexander Kain von der Passa Neuen Presse ist bei mir und Andreas Glas von der Süddeutschen Zeitung. Ganz kurzes Resümee sollte eigentlich damit beginnen, dass wir nochmal ganz kurz auf Friedrich Merz zu sprechen kommen. Was hatten Sie für einen Eindruck von der Rede? Hier hat jemand gesagt, der auch bei der CDU war. Die war ja besser als bei der CDU, bei dem CDU-Parteitag. Ja, es ist interessant, dass Sie sagen, ich habe jetzt auch gerade auf dem Weg hier rauf auch noch von Delegierten aufgeschnappt, die gesagt haben, wow, kraftvolle Rede, starke Rede. Also das hat offensichtlich doch sehr, sehr, sehr großen Eindruck gemacht. Und ich finde, man hat jetzt auch inhaltlich natürlich trotzdem gemerkt, wo momentan vielleicht auch die Unterschiede liegen zwischen CDU und CSU. Merz-Rede, die war natürlich auch sehr stark außenpolitisch orientiert, während Markus Söder-Rede jetzt gerade im Kontext der Landtagswahl auch zentriert auf Bayern war. Aber ich glaube, man hat es an den Reaktionen in der Halle gemerkt, das kam gut an, ja. Kain? Also da würde ich sagen, eine kluge Auffassung, genau so ist es. Wenn man es weiter dreht, würde ich sagen, Friedrich Merz hat eine Rede gehalten, mit der er klar machen wollte, wer der nächste Bundeskanzler sein sollte aus Sicht der Union. So wie Markus Söder klar gemacht hat, wer der nächste Ministerpräsident in Bayern sein soll. Aber damit ist auch die Arbeitsteilung zwischen den beiden fürs Erste klar. Sollte die Ampel tatsächlich platzen, weiß ja keiner, wie es weitergeht. Damit wäre schon klar, wer sich auf was konzentriert, wie es nach 2023 weitergehen könnte, wenn die Wahl in Bayern vorbei ist, wird man dann sehen. Die Akzentuierung war ja eben tatsächlich auch, Sie haben es ja schon gesagt, zu 80 Prozent im Grunde auf der Außenpolitik. Das ist auch ein Feld, auf dem Friedrich Merz sich nun wirklich gut auskennt, international eben auch sehr viel unterwegs ist. Trotzdem muss man fragen, diese einzelnen Punkte, die er angesprochen hat, hat er immer über den Bundeskanzler gespielt. Das heißt, das Gasproblem hat er über ihn gespielt. Dieses nicht hinter den Soldaten und Soldatinnen stehen hat er über den Bundeskanzler gespielt. Also es war auch eine sehr fokussierte Kritik am Bundeskanzler. Aber das ist ja genau der Punkt. Er hat mit dieser Rede eben auch gezeigt, wer der Gegenspieler des Bundeskanzlers ist. Das ist in diesem Fall, wenn man jetzt einfach mal auf die Union schaut, und das tun wir heute am CSU-Parteitag natürlich auch ein Signal. Ich bin derjenige, der mit dem Kanzler in Konkurrenz tritt. Ich bin der Kanzlerkandidat, wenn sich diese Frage dann irgendwann auch wieder stellen wird. Und Markus Söder ist Ministerpräsident in Bayern. Er hat ja auch gesagt, wir sind ja unschlagbar, wenn wir zusammenhalten. Das war auch nochmal ein Appell, nicht das zu wiederholen, was es da vor der Wahl gegeben hat. Das heißt, man will ja auch nochmal deutlich machen, auch natürlich im Hinblick auf die Wahl in Bayern, da sind wir wirklich zusammen. Wir sind diese Union und wir halten uns auch für eine Union. Also will Friedrich Merz irgendwann Kanzler werden, braucht er natürlich ein starkes Bayern. Und dazu braucht er Söder, der in Bayern dieses Ergebnis dann auch einfährt. Aber Sie haben völlig recht, auch dieser Freundschaftsschal, der am Ende ausgetauscht wurde, der da in der Mitte diese beiden Hände hat, das sah so ein bisschen aus wie aus einem DDR-Workshop, VEB-Freundschaft oder sowas. Ja, aber Sie haben natürlich auch beide gelernt aus einer Situation, Anus Horribilis nannte Merz das, dieses völlig vergeigte Jahr, wenn die Union sich im vergangenen Jahr anders aufgestellt hätte, ein paar Dinge anders gemacht hätte, wäre vieles anders gelaufen, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Hätte damals der Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz geheißen, hätte wahrscheinlich auch die CSU sich sehr gut hinter diesem Mann stellen können. Es war damals Laschet, hinter dem konnte sich die CSU weniger gut stellen. Ja, so verändert man Geschichte und diesen Fehler, den wollen die nicht nochmal machen. Wobei man daran erinnern muss, weil wir gerade über diese Situation nochmal sprachen, dieses berühmte Bild im Ahrtal von Armin Laschet, das hat Ihnen, sagen Demoskopen, 5% gekostet. Das heißt, es hat Ihnen die Kanzlerschaft gekostet. Also da sieht man auch mal wieder, wie knapp das ist und wie schnell das hoch und runter gehen kann. Gehen wir nochmal auf den Parteitag vielleicht zurück. Es war ein Parteitag, ein Jahr vor der Landtagswahl, der auch ganz klar auf die Landtagswahl zugespitzt war. So ist es. Man hat in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass Markus Söder sich sehr, sehr stark auch an der Ampel in Berlin abgearbeitet hat, um sich in Bayern zu profilieren. Er hat aber jetzt mit diesem Parteitag schon nochmal in seiner Rede sehr, sehr viel stärker jetzt den Fokus auch zurück auf Bayern gelegt. Auch auf seine Rolle als aktiver Landesvater, als derjenige, der auch tatsächlich die Macht hat und den Auftrag hat, hier etwas zu bewegen. Das, denke ich, war schon ein Signal. Es war auch eine sehr viel weniger bierzeltige Rede, finde ich. Also er hat da auch irgendwie eine, glaube ich, noch nochmal eine andere Sachlichkeit, eine andere Programmatik reingelegt in diese Rede, die ihm natürlich, sage ich mal, in der Rolle als Landesvater, der er sein will, denke ich, schon sehr viel besser steht. Aber ich glaube, wenn ich das sagen darf, das war eine Rede, die sehr stark von Söder nach innen gerichtet war. Also das Ziel von ihm war sehr sichtbar, die Partei erst mal hinter sich zu bringen. Auch da gab es ja ein paar Baustellen. Und an dem will er jetzt möglichst schnell arbeiten, um die Partei hinter sich zu haben, ehe er sich dann irgendwann dem Wahlvolk zuwendet. Aber wir haben ja immer wieder diesen berühmten Begriff gehört, Libertas Bavarie. Über die Libertas Bavarie ist er nicht hinausgegangen. Also wir hatten eine Rede, die auch sehr konservativ war. Es war eigentlich weniger eine Rede, die viele liberale Aspekte berücksichtigt hat. Das stimmt. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Markus Söder gemerkt hat, dass er mit seiner, ich nenne es jetzt eben mal grünen Phase, die er zeitweise hatte und die er letztendlich bei der Bundestagswahl nicht zum Erfolg geführt hat, dass er daraus gelernt hat. Er hat nämlich gelernt, dass er letztendlich bei seinem Versuch, auch mehr grüne Wähler, mehr Wähler aus dem städtischen Milieu zu kriegen, eher die Kernwähler verloren hat auf der anderen Seite, während er wenige grüne Wähler dazugewinnen konnte. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt natürlich auch wieder andere Töne anschlägt. Dieses Umarmen des Baums war ja auch ein Umarmen der Grünen. Das war das Spiel, das wollte er auch. Das ist aber jetzt abgesagt worden auf diesen Parteitag. Naja, also ich glaube, er wird schon weiterhin versuchen, auch im Feld der Grünen zu wildern, wo ihm das locker gelingt. Aber er wird das nicht mehr tun, wo er auf Gegenposition zum alten Wählerklientel geht. Hätte ein Markus Söder sich vor anderthalb Jahren zwischen Landwirten und Grünen entscheiden müssen, hätte er schon versucht, im Feld der Grünen viel mitzunehmen. Ich glaube, heute würde er sich wieder auf das Feld der Landwirte verstetigen wollen. Wir haben ja auch gestern schon bei der Eröffnung des Parteitages davon gesprochen, wie die innenpolitische, sozusagen Bayern-politische Situation ist. Die ist davon geprägt, dass Bayern eine gute wirtschaftliche Entwicklung hat, die aber, und das sagt ja Markus Söder gestern nochmal in seiner Rede, auch gefährdet ist durch bestimmte Dinge wie die Energiepolitik etc. Und da sagt er immer wieder, wir sind sehr stark, wir kommen durch diese Krise. Er sagt den Bürgern in Bayern, ich schaffe das. Ist das gefährlich? Er sagt den Bürgern in Bayern, ich schaffe das, ja. Ich halte das jetzt vielleicht aus seiner Sicht nicht unbedingt für gefährlich, weil er natürlich dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch wieder davon Gebrauch machen wird, nach Berlin zu zeigen, wenn er vielleicht sein Versprechen nicht an jeder Stelle einlösen kann. Und man muss ja auch immer fairerweise sagen, er hat natürlich jetzt einen anderen Instrumentenkasten in Bayern, als es die CSU früher hatte, hatte in der Bundesregierung. Aber ganz klar, das war die Botschaft des Parteitags war, in Berlin herrscht Chaos, Bayern ist stabil und in Bayern ist immer noch alles viel, viel besser. Da kommt aber ein Aspekt natürlich auch dazu, Bayern hat seit 2006 einen ausgeglichenen Haushalt und das haben die schon gelernt in diesen zwei Jahren Corona, dass dann die finanziellen Spielräume plötzlich viel weiter sind, als andernorts mal ein bisschen mehr machen kann, um Ruhe im Laden zu halten. Auf das, glaube ich, setzt er, aber auch was sie anspielen, da stimmt schon auch, die Fallhöhe für die Bayern wäre deutlich größer, wenn jetzt große Probleme im Energiesektor kommen, weil Energie ist die Währung sozusagen für die Industrie. Wenn Energie wegfällt, wird Industrie die besonders großen Probleme haben und damit wäre Bayern ganz besonders betroffen. Und da wird irgendwann das, was Bayern jetzt noch in der Hinterhand hat, nicht mehr ausreichen. Dieses Hightech und Heimat ist mehrfach angesprochen worden, das ist so mehr oder weniger ein neuer Wahlspruch nach Laptop und Lederhose. Da muss man aber auch aufpassen, dass da nicht irgendwann Rosenkranz und Rezession draus wird. Sehr gut, auch noch mit Alliteration. Die Frage ist nur, ist das sozusagen die Perspektive, die er jetzt aufgezeigt hat in diesen beiden Begriffen? Ja, und das ist im Grunde eine Rückwendung tatsächlich zur sogenannten alten CSU, zur Kernwählerschaft. Er greift da im Grunde ein Motiv aus der Ära Stoiber auf, Laptop und Lederhose, Sie haben es gerade selber gesagt. Also ich glaube, viel deutlicher kann man seiner eigenen Partei auch gar nicht signalisieren, dass man wieder zum Markenkern zurückkehren möchte. Es ist auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, dass Söder betont hat, man wolle, was Energie angeht, eine Lösung jenseits des Nordens. Das ist schon auch ein bisschen, wie das gehen soll, weiß im Moment noch keiner. Wir wissen es noch nicht. Aber es ist schon auch ein bisschen dieses Bild, Bayern kann es alleine. Ob das politisch verfängt ist, ist eine andere Frage. Aber im Moment scheint man sich davon irgendwie Profit bei den Wählern zu versprechen. Da das ein Parteitag ein Jahr vor der Landtagswahl ist oder gewesen ist, jetzt gerade zu Ende, wo lauert die größte Gefahr für Bayern und für den Ministerpräsidenten? Also ich glaube, die größte Gefahr lauert schon mal nicht in Bayern. Die Konkurrenz ist tatsächlich hier, muss man sagen, klar, auch da ist noch ein Jahr hin, aber aktuell muss man sagen, schwach. Das hat auch mit dem sehr, sehr geringen Bekanntheitsgrad der Konkurrenten zu tun, auch der Personen, die einfach an der Spitze stehen, bei den Grünen, bei der SPD etc. Ich glaube, die Gefahr lauert sicherlich in der gesamtwirtschaftlichen Lage. Wenn die wirklich sich so sehr verschlechtert, dass alle Horrorszenarien am Ende eintreten oder wir in diese Richtung kommen, dann glaube ich, wird es nicht reichen, wenn Markus Söder dann nach Berlin zeigt, sondern dann wird es sicher auch Menschen geben, die sich auch wieder sehr viel stärker daran erinnern, dass die CSU vorher auch 16 Jahre Teil der Bundesregierung war. Und dann, glaube ich, wird es auch im Landtagswahlkampf auf die CSU zurückfallen. Und die Bayern haben ja auch erlebt in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass starke Regierende in Bayern vieles selber in die Hand genommen haben und eben nicht um Hilfe aus Bonn oder später dann Berlin gefläht oder geschimpft oder gedrückt haben, sondern Dinge einfach selber gemacht haben. Und auch das wird Bayern dann zeigen müssen, kann es die Dinge noch alleine oder ist Bayern wirklich darauf angewiesen, dass permanent die Hilfe von außen kommt? Danke, Herr Kahn, danke, Herr Glas und danke, meine Damen und Herren, für das Interesse an der Übertragung vom CSU-Parteitag aus Augsburg. Wir sind nach den Hymnen und nach dem Resümee mit den Kollegen am Ende angekommen und wir wünschen Ihnen noch einen sehr schönen Sonntag. Tschüss.